herzlich willkommen zu tag 2 im corona situation room hier aus dem blackboard studio und mein partner vom on the way to new work podcast michael ist bei sich im haus studio wir haben echt gerüttelt relativ lang gestern sehr früh heute morgen alles wieder möglich zu machen auch für uns ist ausnahmezustand ich sage es gleich vorweg disclaimer meine familie ist im studio unterwegs ihr werdet bestimmt mal kinderstimmen hören meine frau ist da hat ihn gearbeitet parallel das heißt das ist so wie es bei uns eben auch abläuft viele andere betrifft das genauso das passt ganz gut zum tag es soll heute rund um das thema digitale bildung gehen wie halten wir jetzt so was am laufen trotzdem wollen wir einmal noch mal betonen was wir hier machen ist wir tragen nur sachen zusammen die wir auch geprüft haben wir wollen dafür sorgen dass wir alle cool und ruhig bleiben und sagen okay was gibt es jetzt zu tun wir halten wir alles am laufen michael du hattest gestern einen wirklich tollen kommentar aus italien er sagte wir müssen aufpassen dass nicht alles zum erliegen kommt weil das viel gefährlicher wäre als das virus an sich das virus an sich ist gefährlich medizinisch keine frage nur was wir hier machen ist durchdacht antworten statt kopflos reagieren und schauen was kann man jetzt gerade parallel tun das ist die idee für heute wir sind ganz schön voll mit gesprächspartnern wir wieder reinholen werden wir machen sachen auch spontan das heißt ihr könnt im kommentar feed kommentare schreiben wir haben ein paar einspieler vorbereitet die wir wichtig finden michael hat das top 5 update vorbereitet und wir haben im hintergrund auch noch zwei aus dem blackboard team falls es rückfragen gibt so stimmt diese informationen gibt es irgendwelche sachen die auch noch mal recherchieren können und ansonsten auch welcome mp hinten in der regie genau holen wir mal wieder bei der auf meine güte das sieht schon wieder aus also wenigstens wenigstens steht da keine bierflasche mehr aber gut das ist eben improvisiert so sieht es momentan aus insofern würde ich sagen lassen wir den starten tag rein starten ich hatte heute morgen nicht groß gelegenheit viel news zu gucken was vielleicht ganz gut ist deswegen kann michael uns mal abholen und wir haben gesagt auch einen einspieler mit dem update was uns alle betrifft wir können aber jetzt mal entscheiden wie wir loslegen ja ich finde wir können noch mal ganz kurz noch mal zusammenfassung tag 1 anfangen was haben wir gestern gemacht und da habt ihr glaube ich einen tollen tollen einspieler vorbereitet von frau merkel den wir uns angucken wollen wo wir davon ausgehen was ja tv beitrag war dass unsere zielgruppe die nicht alle geschaut hat weil wir nicht alle noch lineares fernsehen gucken wir hatten gestern also wir fangen immer an mit dem top 5 die wiederhole ich jetzt nicht ich nenne eins was ich gestern großartig fand die geschichte ist da schon zum teil wieder relativiert worden aber die hat eine tolle positive wirkung gehabt die firma in deutschland die an dem koronavirus vor spezialisieren an dem an dem impfstoff sollte von trump gekauft werden für eine milliarde und die deutschen haben sich gewährt dietmar hopp der größte aktionär hat gesagt nee das muss auf jeden fall allen menschen auf der welt die es nötig haben gleichmäßig zur füge stehen das fand ich ein sehr schönes bild es geht nicht darum einzelinteressen nicht germany first als antwort zu usa first america first sondern wir sind ein planet wir halten zusammen das ist die tolle botschaft egal ob die geschichte nun 1 zu 1 stimmt oder nicht wir hatten drei wirklich tolle gäste einmal tim jesselat der selber zu den ersten hamburgern gehörte die in die quarantäne gegangen sind weil aus dem urlaub gekommen ist und sowohl er als auch seine frau das virus mitgebracht haben der so eine doppelfunktion hat einmal coo einer operativ arbeitenden agentur und dann gleichzeitig für it gesamtverantwortlich für eine agentur gruppe also ganz interessante insights wie er die agentur darauf einstellt und auch aus dem home office die service liefert ganz ganz toll und mut machen vor allen dingen weil er den virus hat also auch erkrankt ist auch ein paar anzeichen hat zu sehen dass jemand der 40 jahre alt ist top sportler war eben überhaupt keine probleme hat auch das war ein schönes bild dann steffen wehen nachbar von mir im beruf also wohnt unter unserer agentur mit seiner firmengruppe der sehr sehr schön erzählt hat wie er seine firma darauf eingestellt hat ich will zwei dinge die mir besonders imponiert haben noch mal wiederholen zum einen hat er sehr sehr früh das kann ich nicht mehr nachmachen weil die chance vergangen ist aber schon vor über zwei wochen angefangen zu gucken wie machen dass die anderen länder wie stellen sich die anderen firmen auf remote work um ist in so globalen chat gruppen auf slack wo er die ja die die work hacks austauscht mit verschiedenen firmen wirklich tolles beispiel und dann stichwort was uns ja auch dazu gebracht hat das nochmal zum schwerpunkt zu machen wie organisiert man eigene produktion in solchen zeiten den schichtwechsel eben nicht physisch gestalten was normalerweise ein gewünschten kontaktpunkt von einer halben stunde wo übergeben wird den schaltest du aus den machst du virtuell dann auch der versuch die mitarbeiter nicht in der kantine aufeinandertreffen zu lassen und dann eben auch ganz klar die desinfektion der produktion also alle metallen oberflächen die berührt werden um das infektionsrisiko für jeden einzelnen mitarbeiterinnen und mitarbeiter so gering wie möglich zu halten fand ich großartig wir werden toller motivierender typ produktion auch nochmal aufgreifen weil es ein wichtiges thema ist wir sind gerade dabei mal abzuklären ob es beispiele gibt medizinisch was muss gemacht werden gereinigt werden und so weiter das heißt das nehmen wir die woche noch mal rein da schauen wir gerade in unseren kontakten was hilft wenn ihr da fragen habt konkret hicks weil das wird uns alle demnächst betreffen für eine weile ja ich sehe mein bild ich habe ja hier vier screens mit denen ich arbeite ich sehe dass mein bild schlecht rüber kommt das führt mich gleich zu seinem dritten gast also die bandbreite die heute zur Verfügung steht ist deutlich schlechter als gestern noch wir haben es in dem gespräch mit sven weizenegger er hat nicht so gesagt aber wir haben den satz daraus zusammengefasst bandbreite ist das klopapier des digitalen zeitalters darauf kommen wir auch in meinen top 5 des heutigen tages noch mal er hat es gestern schon angekündigt dass wir da probleme bekommen werden was beide angeht auch konkrete tipps gegeben wie man damit umgeht aber er hat natürlich viel größeren bogen gezogen sven ist einer der führenden cyber security experten in deutschland ja auch ein langjähriger partner von blackboard ihr arbeitet mit ihm zusammen das eigentlich meine standleitung sobald dass es einen digitalen virus gibt auch diese dinge gibt es ja noch und er hat uns schönen überblick darüber gegeben was jetzt worauf es jetzt ankommt eigentlich kommt es alles ist alles da alle verhaltensweisen alle tools sind da wir müssen sie noch konsequenter anwenden als in zeiten wo vielleicht die welt nicht so fragil ist du hast es sehr sehr früh schon gesagt dass du damit rechnen ist dass so eine phase wo viele menschen jetzt auch unsichere tools nutzen um remote arbeiten zu können einfalltore öffnet für böse jungs und mädchen die dann versuchen werden produktion lahmzulegen e mail spamming zu machen und und dinge zu machen die wir alle nicht wollen und nicht brauchen die zu den problemen die wir schon haben noch neu hinzufügen das waren so die themen von gestern und du wolltest glaube ich noch mal ein bisschen feedback ganz kurz auch noch mal sagen dass wir uns sehr freuen wie viele menschen uns geschrieben haben mit teilweise sehr lieben zeilen und das sieht dann immer aus als wenn man sich selbst beweihräuchert aber vielleicht liest du mal ein zwei vor weil ich fand die waren so charmant und nett formuliert dass man das ruhig macht also ich hab die ich hab die jetzt gar nicht direkt vor augen zum vorlesen weil ich in den parallel wenn ich in mein handy gucke schaue ich in den chat das ist mir wichtig dass ihr wisst ich schaue mit rein hier wird gerade geschrieben der ton sollte etwas besser und lauter sein machen wir gerne mp schaut da gleich mal rein ach das ist ein kommentar der ton so du sagst der ton sollte lauter ihr seht schon wir improvisieren das hier nein wir haben wirklich tolles feedback bekommen von euch das weiter zu machen dass wir das auch ruhig machen das wollen wir eben auch ein kumpel von mir sagte nimm mal die dramatik raus weil er meinte warum muss das rote farbe sein mp zeig mal bitte studio mit dem ganzen ausschnitt wir haben uns sehr viel mühe gegeben dass es gut aussieht und das sofa ist blau deswegen ist rot eine gute kontrastfarbe nimm mal die andere kamera einmal bitte die die gh5 weil wir finden es wichtig auch in diesen seiten in bestmöglicher qualität was zu tun wenn wir die bandbreite zu stark nutzen sollten mp das gebe ich jetzt mal an dich dann gehen wir runter wie das zdf und die ard auf 27 hd und nicht mehr auf full hd nein jetzt gerade die youtube-server sind stabil das ist der verlässlichste dienst momentan zum stream und ja deswegen haben wir gesagt solange wir einen beitrag leisten können euch alle zusammenbringen wollen wir das tun wir haben das gefühl das ist eine wichtige plattform wenn es auch fragen gibt zu den themen von gestern und co dann stellt uns diese fragen schreibt sie in den chat wenn ihr themen habt wir teilen alles was sinnvoll ist auch an hacks wir haben kunden dabei momentan das habe ich mal ganz kurz die machen viel über video botschaften intern weil sich darüber viel leichter emotional etwas transportieren lässt wir haben so eine regel bei black boat wo wir halt sagen je emotionaler das thema desto synchroner die kommunikation und dann machen wir auch so sachen mit euch fünf minuten wie nimmt man denn zum beispiel vernünftiges handy video auf wenn man nichts anderes hat also dass das alles machen wir rein jetzt aber mal ganz kurz eine sache die mir wichtig ist es gab gestern ein update von frau merkel die nun mal den obersten sendekanal in diesem land hat und da wir ein föderales system sind bedeutet dass es gibt nichts wie in italien oder frankreich wo einer sagen kann so ist es jetzt und das gilt für alle oder spanien sondern sie gibt die empfehlung raus es wurde debattiert das bedeutet das wird in den nächsten tagen so umgesetzt und ich habe das ganz kurz einmal zusammengeschnitten weil das ist lang das sind irgendwie 17 minuten vor gewesen es sind jetzt wie vier oder drei oder sowas mp michael wenn ich es dagegen habe ich würde das gerne einmal teilen michael bevor du die top 5 gibst mir ist es wichtig dass wir es alle einmal gehört haben und auch das im hinterkopf behalten deswegen jetzt bitte in unserem lande so noch nicht gegeben hat die natürlich einschneidend sind aber sie sind im augenblick notwendig um die zahl der kontakte zu reduzieren und damit auch die zahl der erkrankungen und damit auch die zahl der schweren erkrankungen zu reduzieren und unser gesundheitssystem nicht zu überfordern ich beginne mit dem was ausdrücklich nicht geschlossen wird das ist mir sehr wichtig ausdrücklich nicht geschlossen wird der einzelhandel für lebensmittel wochenmärkte abhol- und lieferdienste getränkemärkte apotheken sanitätshäuser drogerien tankstellen banken und sparkassen poststellen druck friseure reinigungen waschsalons der zeitungsverkauf bau und garten und tierbedarfsmärkte und der großhandel vielmehr sollten für diese von mir jetzt genannten bereiche sogar überlegt werden ob wir die sonntags verkaufsverbote bis auf weiteres grundsätzlich aussetzen und eine öffnung dieser genannten einrichtungen erfolgt natürlich unter auflagen zur hygiene zur steuerung des zutritts und zur vermeidung von warteschlangen dienstleister und handwerker können ihrer tätigkeit weiter nachgehen und alle einrichtungen des gesundheitswesens bleiben unter beachtung der gestiegenen hygienischen anforderungen geöffnet das sind die dinge die wichtig sind dass sie weiter von den bürgerinnen und bürgern in anspruch genommen werden könnten zweitens für den publikumsverkehr zu schließen sind bars clubs diskotheken kneipen und ähnliche einrichtungen theater opern konzerthäuser museen und ähnliche einrichtungen messen ausstellungen kinos freizeit und tierparks und anbieter von freizeit aktivitäten sowohl innen als auch außen spezialmärkte spielhallen spielbanken wettannahmestellen und ähnliche einrichtungen prostitutionsstätten bordelle und ähnliche einrichtungen der sportbetrieb auf allen öffentlichen und privaten sportanlagen schwimmen und spaßbädern fitnessstudios und ähnlichen eindrücken einrichtungen alle weiteren nicht an anderer stelle in diesem papier genannten verkaufsstellen des einzelhandels insbesondere auch outlet center und spielplätze das sind also die dinge die geschlossen werden drittens zu verbieten sind zusammenkünfte in vereinen und sonstigen sport und freizeiteinrichtungen sowie die wahrnehmung von angeboten in volkshochschulen musikschulen und sonstigen öffentlichen und privaten bildungseinrichtungen im außerschulischen bereich sowie reisebus reisen zusätzlich zusammenkünfte in kirchen moscheen synagogen und die zusammenkünfte anderer glaubensgemeinschaften und viertens zu erlassen sind besuchsregelungen für krankenhäuser vorsorge und rehabilitationseinrichtungen pflegeheime und besondere wohnformen im sinne des sozialgesetzbuches 14 sowie ähnliche einrichtungen um den besuch zu beschränken zum beispiel besuch einmal am tag für eine stunde allerdings nicht von kindern unter 16 jahren und vor allen dingen nicht von besuchern mit atemwegs infektionen in den vorgenannten einrichtungen sowie in universitäten schulen und kindergärten soweit ihrem betrieb nicht gänzlich eingestellt wird ein generelles betretungsverbot für personen die sich in den letzten 14 tagen in risikogebieten im ausland oder besonders betroffenen regionen im inland nach rki klassifizierung aufgehalten haben auflagen für menschen restaurants speisegaststätten und hotels das risiko einer verbreitung des corona virus zu minimieren etwa durch abstandsregelung für die tische reglementierung der besucherzahl hygienemaßnahmen und hygienehinweise regelungen das übernachtungsangebote im inland nur zur notwendigen und ausdrücklich nicht zu touristischen zwecken genutzt werden können das beinhaltet und bringt mit sich auch dass es keine urlaubsreisen ins innen und auch keine ins ausland geben soll regelungen dass restaurants und speisegaststätten generell frühestens ab 6 uhr morgens geöffnet sind und spätestens ab 18 uhr zu schließen sind so das ist die aktuelle lage ich fand das wichtig weil daraus werden sich jetzt ganz viele sachen ergeben michael du hattest es auch gehört schon gestern ja 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 genau super einfach mal ein kontroll monitor sorry genau also eigentlich jetzt die maßnahmen die in anderen ländern auch ergriffen wurden ich habe ganz nicht mehr ganz auf dem schirm wann es in italien los ging wann in spanien aber das sind die maßnahmen die eigentlich dort auch ergriffen wurden die auch sinnvoll scheinen um jetzt distanz reinzubringen ich glaube über social distancing haben wir jetzt gesprochen werden nachher noch mal wenn wir das weiter thematisieren noch einen echt guten einspieler von einem youtube kanal aus den usa die ja jetzt gerade auch das ganze hochfahren hast du dazu irgendwie punkte aus aus deinem update was fällt dir dazu noch ein was kriegst du mit aus dem jetzt bekannten kreis naja was was man natürlich mitbekommt sind auch unfassbar viele falsch meldungen wo also genau gesagt was angeblich alles wie passieren wird und wie was zu machen wird ich glaube das ist das was du mir auch vorhin noch mal gesagt dass wir wenn wir hier quellen teilen checken wir die nach verlassen uns jetzt mal deutlich mehr auf die etablierten medien die von trump und den rechten parteien der welt ja gerne als fake news benannt werden aber ich glaube das ist das was uns am weitesten bringt auch wenn man jetzt mediziner gerne zitieren möchte sollte ich auch vorschlagen beschränkt euch auf die auf die virologie-professoren die alle podcast mittlerweile haben ihre kanäle haben und und irgendwelche voodoo doktoren aber die seit fünf jahren keine lizenz haben raus und und was die dann so sagen also ich finde es sehr gefährlich diese ganzen nachhine immer kommen einfach immer weiter zu schicken da einmal nachdenken einmal überlegen einmal quelle recherchieren was nach schickt dann hat man in 80 prozent der fällen schon raus genau es gibt es gibt es gibt auf twitter eine in der suche oben eine zusammenfassung von verifizierten quellen wobei man da sagen muss ich finde teilweise die headlines von einigen tageszeitungen eben nicht sehr klar was zu tun ist sondern im sinne von oh gott dramatik das passiert gerade das ist so ich fand den beitrag gestern eben vom zdf sehr gut er da sehr klar war aber sehr ruhig und sagte das ist jetzt zu tun jeder leistet seinen beitrag twitter ist ein gutes stichwort wenn ihr sachen teilen wollen wie ihr zu hause sitzt zu hause arbeitet mp kann sachen einblenden unter dem hashtag der ist jetzt oben eingeblendet csr live wenn ihr darunter tweetet dann schaut er nach und gibt schöne beispiele von zu hause dass ihr eben auch mal zeigen könnt was bei euch so los ist wie gesagt das ist eine quelle eine andere quelle die zusammenfasst ist die google startseite die hat da oben so einen roten flag sos csr auch roten bisschen dramatisch eben trotzdem gucken die fast eben ressourcen zusammen weltgesundheitsorganisation ist natürlich eine gute quelle und für alles medizinische hinweis hier das ist nicht der der fieter für dass sie die mediziner virologen oder das robert koch institut mp rki.de für alles was medizinisch ist schaut bitte dort nach wir kümmern uns um die arbeitswelt und wie wir die am laufen halten michael jetzt kommen deine top 5 des tages genau also ganz wichtig noch mal top 5 ist super subjektiv natürlich sind wir haben wir keine 20 köpfige redaktion die sicherstellt dass es auch wirklich die top sind und ich glaube auch eine 2000 köpfige redaktion würde auch nicht ausreichen aber wir machen halt das was wir finden wo wir sehen da gibt es anregungen die auch zu unserem kontext zu unserer herangehensweise passen fangen an mit einem tipp von google google gibt sechs video call tipps kann man wahrscheinlich googeln und dann auch die die nummer gleich finden die also wirklich konkret tipps geben auch für die menschen die nicht regelmäßig bisher video calls verwendet haben ich kenne die situation wenn du mit menschen zum ersten mal ein video call hast die das noch nie gemacht haben oder sehr selten machen dann brauchst du manchmal eine viertelstunde bis dann jeder da ist also egal system es gibt so ein paar die die sehr sehr einfach sind zoom whatsapp video call und so weiter wo du schnell die leute einwählen kannst du quasi als angerufen nach keine fehler machen kannst aber die meisten wo du dich dann reingehen musst musst du zumindest ein bisschen paar dinge beherzigen dann merkt man eben sehr häufig in so calls wenn jemand das noch nie gemacht hat entweder beleuchtung falsch macht also nicht das licht im gesicht hat das licht von hinten hat und und so geben die also sechs tipps erste tipp ist die right environment dass du wirklich sagst okay ich suche mir einen platz wo ich richtig ausgeleuchtet bin wo ich vielleicht keinen hintergrund habe der so super ablenkend ist wo ich stabil sitze und nicht so viel wackeln wie ich hier ein zweiter tipp ist in weit anyone anytime was damit gemeint ist ist dass man eben das video call auch einfach mal nutzen soll wenn man einfach nur sprechen möchte mit einem also anstatt ihn anzurufen ein video call zu machen um diese soziale nähe zu zu erzeugen auch das finde ich sehr sehr schön dann ein tipp der ganz kurz eine eine ergänzung dazu google wir haben hier tobias der im chat schreibt fand ich sehr geil also erst mal einer unserer zuschauer streamt nur in 144 auflösung um bandbreite zu schonen danke ein anderer schreibt er greift öfters aufs telefon zurück um bandbreite zu schonen wenn es notwendig ist das geht er eben auch das heißt wägt auch ab wann brauche ich video war nicht also es wird irgendwann zum thema wenn es weltweit alle betrifft so krass ist die infrastruktur den eben auch nicht aber ich glaube da sollten wir einfach alle gemeinsam aufpassen das werden wir auch tun danke soll absolut ja finde ich gut finde ich super immer challenge tipp 3 kennt hier turn on captions das ist also wenn du in einer in einer lauten umgebung bist dass du dann diese funktion einschaltet dass quasi dein text sofort in speech to text mäßig übersetzt wird das ist natürlich noch nicht immer perfekt aber finde ich erst mal interessant das auch mal zu probieren ich mache das mal gerade bei dir hier um mal live zu gucken ob das überhaupt geht untertitel wurden aktiviert mal schauen geht es noch auf englisch und auf deutsch ich glaube bei bei youtube musst du es entscheiden ich habe es gestern mal probiert und dann hat er dann ziemlich viel durcheinander gebracht tipp 4 presenting fragezeichen only share what you mean to share also da gibt es natürlich die falle dass du wenn du deinen ganzen bildschirm scherst dass die leute sachen sehen die sie besser nicht sehen sollten also genau gucken was will ich eigentlich schären auch da gibt es dann konkret immer wieder auf dieser sechser tipp liste von google kannst du reinklicken und das nochmal genau erklären lassen wollen wir jetzt nicht machen genau dasselbe noch want to read the room change the screen layout dass du wirklich genau weißt was du da machen willst und was eben nicht also wenn du zum beispiel sagst du hast slides du zeigst aber gleichzeitig gibt es eine wilde diskussion also dass du eben beide ist auf dem bildschirm auch dann darstellen kannst und 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 eben somit eine möglichst echte atmosphäre erzeugt dass das eben nicht so ein so ein freak ding ist was ich merke bei sehr vielen video calls und auch normalen dass viele leute ihre mails parallel machen ich glaube in der aktuellen sich ganz schlimm was ich da jetzt für text unten sehr in der aktuellen zeit werden die leute das feature immer immer besser verstehen immer mehr lernen und merken es macht keinen sinn wenn sechs leute parallel ihre mails machen in einer videokonferenz weil dann nichts dabei rauskommt ja sechster tipp be real ganz toll also sei wenn du ein kind hast was reinschreit dann mute ihn nicht unbedingt sondern stehe dazu du hast eine familie also schreiben hier showing a little bit of your life can foster deeper connections with co-workers and even create empathy for whatever you're dealing with outside of work finde ich sehr sehr schön und wenn man dann eigene tipps hat kann man die tweeten kann sagen unter dem g suite twitter account kann man dann tipps rüber geben und die wollen das dann erweitern finde ich ganz toll also ein schönes konkretes thema wie mache ich einen guten video call das ist mein erstes highlight mein zweites highlight ist der das morning briefing von gabor steingart von gestern ihr wisst oder wie viele wissen dass gabor steingart ehemaliger weltchefredakteur mittlerweile unter die podcaster gegangen ist das hat er auch schon in seiner rolle als weltchefredakteur nicht schuldig nicht welt handelsblatt chefredakteur hatte das auch schon damals gemacht und mit herausgeber und ist selbstständig und hat eine ganze reihe von podcasts die er macht der das flaggschiff ist der das morning briefing und warum ich den als highlight nehme die folge von gestern die man natürlich immer noch hören kann ist weil dort hintereinander sowohl erst unser wirtschaftsminister peter altmaier und danach unser finanzminister olav scholz zu gast waren und ich glaube das ist für unternehmer und auch manager sehr sehr wichtig sich damit zu beschäftigen was gibt es jetzt eigentlich für wirtschaftliche hilfen für die die immer noch sagen wir wollen jetzt erstmal schwimmen lernen modus sind ruhig mal reingucken früh reingucken was heißt es eigentlich liquidität zu bekommen denn das ist das was uns alle jetzt beschäftigen wird wir brauchen liquidität wir müssen weiter unsere rechnung zahlen haben unter umständen umsätze nicht mehr die brechen weg oder verzögern sich und die kernaussage war dass die bundesregierung unbegrenzt und das wirklich könnte nochmal nachhören unbegrenzt liquidität zur verfügung stellen wird es ist kein mangel an geld wir werden allen helfen die wegen korona probleme haben da ganz kurze rückfrage genau unbegrenzt liquidität das bedeutet konkret die kfw stellt banken das zur verfügung ich habe anträge zu erstellen für die banken okay alles klar weil das würden wir wir teilen hier auch ganz konkret wie man es macht wir beschäftigen uns als firma auch damit das heißt wir werden das rausteilen was wir jetzt tun ich werde meinen co geschäftsführer nils die tage reinholen der kümmert sich da gerade drum der wird seine eindrücke und erfahrung teilen das heißt wer konkret fragen hat wir werden es teilen es gibt also drei maßnahmen auf die altmaier dann abgezielt also einmal steuerstundung für viele wichtig also man wird einfach steuerzahlung erst mal verzichten als start kann die also stunde die schiebt die zeitlich auf normalerweise gibt es da sechs prozent zinsen die man dann zahlt und die werden die auf null setzen dann verzicht auf fändungsmaßnahmen was ich sehr interessant finde und das wichtigste für die kurzfristige flexibere regeln für liquiditätsmaßnahmen das geht dann eben so wie gesagt dass über die kfw die natürlich das immer mit der hausbank zusammen macht und da gibt es jetzt noch unterschiedliche stimmen da habe ich jetzt also von einer freundin gehört dass der altmeier quasi kommuniziert hat dass das 100 prozent das risiko von akapi übernommen wird aber eigentlich gibt es stimmen auch die sagen jeder das wird wieder so sein dass die banken 20 prozent last mittragen müssen und das werden viele banken dann nicht machen oder nicht so schnell genehmigen also da ist noch wahrscheinlich gewisse unsicherheit aber trotzdem erstmal das signal finde ich sehr sehr gut was ich toll fand er hat gestern erzählt dass er selber einkaufen geht altmaier selber supermarkt geht mit menschen spricht und hat einen wirklich schönen satz gesagt das was wir jetzt haben ist eine gemeinschaftsaufgabe und keine parteipolitische aufgabe fand ich sehr sehr gut finanzminister olav scholz hat das dann noch mal bestätigt unbegrenzt zugang zu krediten über die kfw was immerhin die drittgrößte bank unseres landes ist und er sagt wir tasten uns da jetzt nicht ran in kleinen schritten sondern wir stellen ist sicher und ich weiß nicht ob ich es richtig gehört habe es geht um 500 milliarden euro und das ist schon mal ein wort was sicherlich ein bisschen was helfen würde genau drittes aus meinen fünf jetzt gar nicht so sehr wirtschaft aber vielleicht für die gesamtlage interessant auf tn3 gibt es ein artikel der darüber spricht dass google mit hilfe seiner bewegungsdaten die google ja aus allen aus allen mobil endgeräten ja hat zeigt ganz deutlich dass corona die menschen immer mehr aus den innenstädten rausholt beispiel rom ist der fußgängerverkehr rückläufig um über 50 prozent paris immerhin schon 25 prozent und das große wort social distancing wird dort auch noch mal benutzt also quelle tn3 wer lust hat mal zu gucken findet das jährlich auch geld bei google das ganz kurz es gab da genau da gab es immer so quer kommentare mit was was corona eben auch an auswirkungen hat und ich finde das schön also gedanken zu teilen tatsächlich zu sagen okay das hat ja auch positive effekte darf jetzt aber nicht vergessen niemand konnte sich darauf einstellen also das sind immer sachen so airlines und co also da wird einfach jetzt da wird es echt ruckeln im karton das ist so und ich habe gestern das gemerkt als dann auch die hier mein stammkaffee wie gesagt zugemacht hat und restaurant um die ecke das war schon bitter also muss ich ganz ehrlich sagen wie gesagt beide effekte hat's was ich richtig finde ist dass wir sagen okay wann gab es schon mal was vergleichbares ich habe gleich mal einen gedanken als einspieler den wir noch mal reinbringen sollten der glaube ich ganz ganz gut da reinpasst ja ich greife auf bevor ich zum nächsten punkt kommen was du gesagt hast mit dem café um die ecke und den kleinen restaurants die die öffnungszeiten sind ja ein bisschen die öffnungszeiten sind ja ein bisschen reduziert von sechs bis sechs glaube ich sechs uhr morgens bis 8 uhr und das problem ist natürlich dass die auch in der zeit weniger besucher haben aber es spricht ja nichts dagegen dort weiter zu kaufen noch zu sagen ob ich bestelle noch bei dir ich hole das war gestern verzehre ich finde das einfach super wichtig die ja die kleinen restaurants und bars und kaffee weiter zu machen also katika gestern ein drei kilo beutel kaffee abgeholt mal gucken ob wir den verarbeitet bekommen also wer bock auf einen virtuellen kaffee hat wir sind jetzt versorgt würden wir normalerweise nie kaufen das viel zu viel aber der hatte so viel noch glaube ich 40 kilo und die idee gestern von kata aus meinem team das was sie geteilt hatte war eben für jedes mal wenn man essen gehen würde einen gutschein zu kaufen das muss natürlich dann online möglich sein und ansonsten klar supporten ganz kurze zwischenfrage bevor du nächsten punkt kommst von einem unserer kommentatoren danke für den tollen service könnt ihr die vergangenen videos in die vergangenen videos sprungmarken einbauen themengäste und so weiter mp gibt mir mal ein handzeichen ob das im nachhinein ganz gut geht daumen hoch daumen runter dann könnte sich jemand dran machen sprungmarken einzubauen dass man durch scrubben kann falls nicht michael und ich werden versuchen im podcast on the way to new work auf spotify und co freitag auch noch mal so die wichtigsten sachen reinzupacken trying also wir sind hier gerade echt am free flight alles ausprobieren was geht aber da würden wir es auch noch mal versuchen ansonsten müsst ihr bitte selber in den kommentaren reinschreiben wo man was findet und dann euch gegenseitig die die minuten zu schicken wenn ihr das teilen wollt sorry jetzt michael wieder du nein alles gut manchmal gibt es dann auch so zufallstreffer ich fange an wieder mehr zu kommunizieren auch mit freunden ich lange nicht gesehen habe auch geschäftsfreunde einer davon ist götz drillhas der viele jahre bei google war gerade die rolle des ceo von snap übernommen hat in deutschland und ihn gefragt was macht das virus mit snap und da hat er wieder einen sehr netten artikel von adweek geschickt also adweek eins der führenden magazine und auch webangebote werbe wirtschaft und dort ein artikel der mit der headline startet snapchat might be best position for the corona virus outbreak while other platforms struggle with misinformation snap is different spielt also mit dem umstand dass snap ja viel geschlossenere user kreise hat und nicht nicht so offen ist wie es facebook oder andere netzwerke sind die haben es auch belegt mit mit der analyse von themen die moment bei snap ganz oben sind und die haben eben ganz ganz viel mit dem virus zu tun also mit desinfektionsmittel für handel die geschichte von tom hanks der mit seiner frau positiv getestet in australien ist also wo sehr viel dort das genutzt wird kann man jetzt schellen muss man jetzt nicht glauben aber fand ich irgendwie interessant sich darüber gedanken zu machen welches soziale netzwerk ist da vielleicht hilft ein bisschen mehr positiv sich mit dem thema zu beschäftigen während andere vielleicht auch ganz viel beides machen also natürlich geht auf facebook und linkedin überall ganz ganz viel positives aber wir haben dort eben auch viel missinformation okay das wäre jetzt eben so meine meine challenge weil was ich beobachte und das ist das gefährlichste und ich ertappe mich selbst ist es so schön so leicht heute eine message weiterzuleiten eben das was wir vorhin gesagt haben einmal innezuhalten zu überlegen gerade wenn man in firmen etwas kommuniziert ich finde es richtig auch durchaus mal emotional als chef etwas zu kommunizieren zu sagen du wir sind dran aber eine antwort hat keiner jeder mensch reagiert anders wir gehen alle in einen modus dass wir auch wieder wirklich emotional reagieren und sich dann gegenseitig zu helfen ist aber echt wichtig mp und ich machen hier im studio ab und an auch so dass wir dann einfach über sachen auch mal lachen das hilft einfach auch es muss dann einfach auch mal sein und raus auch wenn es manchmal nicht angemessen ist aber es braucht einfach verschiedenste arten von kanälen der eine meditiert der nächste lacht der nächste macht irgendwas aber beim weiterleiten einfach vorsichtig auf wobei sorry du bist immer noch in der top 5 ich habe nein alles gut hau immer rein wir sind ja wir unterhalten uns ja nicht viel ja nicht jetzt jemand der jetzt hier alleine das bestreiten möchte finde ich sehr sehr fand ich ein super hinweis super gut und zum thema lachen habe ich jetzt auch noch one more thing gleich aber jetzt noch mal der seriöse punkt das ist genau das was wir vorhin schon hatten als ich wenn weizen ecker zitiert habe der das ja gestern quasi uns in den mund gelegt hat bandbreite ist die ist das klopapier des digitalen zeitalters ich hoffe damit werde ich immer zitiert hat das handelsblatt heute den artikel hast du geschickt geschrieben corona ist ein stresstest für die datennetze in spanien ist schon richtig ein problem und ich glaube der blick nach italien und spanien ist genau richtig das kann uns da jetzt angucken der datenverkehr im internet ist in die höhe gegangen am vergangenen sonntag haben die fünf spanischen netzbetreiber die bevölkerung aufgerufen datenintensive streaming dienste für filme und spiele nicht in die regulären arbeitszeiten zu verlegen das finde ich super man kann das wissen weiß jeder der netflix hat man kann die dinge auch herunterladen nachts und kann dann tagsüber es einfach von der festplatte sich angucken ich glaube alles was hilft die netze frei zu halten für das was wir jetzt machen um zu helfen um arbeitsfähigkeit sicher zu stellen um zu inspirieren ist gut alles was entertainment ist und so weiter kann man anders organisieren muss man glaube ich die netze nicht blockieren und wenn dann so organisationen oder firmen wie porn hub premium abos verschenken für einen monat was ja nett ist und was auch dazu führt dass der porno konsum jetzt dramatisch in die höhe gegangen ist und auf anderen podcasts wie zum beispiel fest und klauschig von bümermann und schulz hört muss das ja nicht tagsüber passieren na jeder soll gucken warum ist wann er möchte aber vielleicht kann man dann die 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 streaming aktivität in eine download aktivität umwandeln und dann entspannt von der festplatte genießen genau also falls es sinnvolle gibt es tipps gibt es meinst du um schlüpfrige filme zu konsumieren sollten wir die auch teilen damit wir die daten dazu schon aber gut aber ich bin jetzt im umgang da ist das hilf ja absolut absolut das jetzt nicht klar von unseren zuschauern ein paar das anders machen dann ist das schon mal gut gut in deutschland geben die betreiber hingegen entwarnung bisher bleibt abzuwarten ob das so ist und wir sehen an meinem krissel bild dass es nicht hundertprozentig funktioniert aber vielleicht auch nur ein kleines winterhude probleme was ich hier gerade habe da vielleicht ganz kurz ein hinweis den ich gerne geben würde mir ist aufgefallen weil wir nun auch technik haben im einsatz meine leute trainieren momentan virtuell die haben ipads im einsatz stifte und so weiter wenn ihr dazu fragen habt das teilen wir alles falls das von interesse sein sollte ich wurde jetzt heute morgen so oft gefragt wie macht man ein podcast wie macht man videos und so weiter darf ich das einmal hier mit reinbringen ganz kurz gehen benutzt eure fantasie meistens meistens haben leute ein oder zwei geräte wenn ihr zwei verschiedene standorte habt um ein podcast aufzuzeichnen oder ähnliches verwendet die ghetto methode das heißt jeder von euch macht sein mikro an was am nächsten dran ist das ist dann eben das gerät was ihr vor euch habt und tauscht die daten im nachhinein aus dann habt ihr bessere tonqualität als wenn man jetzt zum beispiel ein hänger nimmt und den aufzeichnet dasselbe gilt für film wenn ihr euch gegenseitig filmen wollt und danach was veröffentlicht dann filmt einem mit dem handy und ihr haltet den ton von einem zweiten handy vor euch dann habt ihr einen guten ton das reicht häufig in einem hangout kann man auch mit zwei accounts rein das heißt falls ihr zwei telefone im raum habt und ihr macht eine videokonferenz mit vielen leuten kann ein telefon film das andere telefon liegt auf dem tisch und trägt den ton dann muss man nur eben entsprechend die mikrofone ein und ausschalten bei den geräten aber das geht das sind die ghetto methoden um sowas möglich zu machen also rennt nicht los und kauft equipment weil also manchmal weiß man nicht genau was dann funktioniert es doch nicht und es geht jetzt darum auch zu sagen einem überlegt was habe ich wie kann ich einsetzen genau sehr cool sehr cool finde ich wichtig dass wir diese tipps auch immer geben und auch noch mal an alle der aufruf erst googeln dann fragen na also christoph hat auch noch neben dem programm was wir jetzt gerade machen auch noch kunden wir glücklich machen muss wir haben er hat filme dazu geteilt ihr kommt ganz schnell auf die themen welches ist die richtige podcast ausstattung und so weiter und erst googeln dann fragen das finde ich eine ganz gute regel jetzt komme ich noch zu einem thema greife ich auf was du gesagt das ist auch wichtig zu lachen das heißt überhaupt nicht dass wir die die menschen die jetzt sterben auslachen das ist totaler quatsch aber wir müssen wenn wir nicht lachen kommen wir nicht in positive energie kommen wir nicht in positive gedanken dann kommen wir aus der krise nicht raus deswegen ist lachen wichtig und kinder lachen im hintergrund ist doppelt wichtig und deswegen ist auch gut wenn man deine kinder heute mal hört aber jetzt würde ich gerne etwas machen wo ich gestern darüber gestolpert bin auf instagram die wunderbare wundervolle tagesschausprecherin linda zerbarkes mit der ich schon mal die ehre hatte eine show zu moderieren die wirklich eine tolle frau ist die eben nicht nur seriös nachrichten vorlesen kann sondern die richtig komisch ist also wer die mal gehört hat in dem podcast von matze hielscher der weiß was ich meine wer sie auch im fernsehen in verschiedenen anderen formaten gesehen hat weiß auch was ich meine und wer nicht weiß was ich meine sollte sich jetzt das heimvideo was linda auf instagram veröffentlicht hat was so ein tagesvideoblog werden soll sie mir gestern im telefonat gesagt ich weiß gar nicht ob sie es durchhält ich habe gesagt halt durch ich finde es so charmant witzig liebevoll ja vielleicht kriegt mp das kurz mal auf den schirm gezaubert was linda da so erlebt in der quarantäne in der sie ist weil sie eben in österreich urlaub war mit dem quarantäne tagebuch heute war eigentlich soweit alles ganz entspannt bis auf die tatsache dass irgendwann die spielplätze geschlossen worden sind wir haben hier spiele gespielt es gab die lehrer haben sich gemeldet per e mail und per video botschaft das war irgendwie alles ganz entspannend dachte ich jetzt so zum abend schleim ich mich mal ein und koche was ich ja nicht kann und habe gedacht das mache ich jetzt am besten mit burger ich bin einfach so doof ich habe jetzt drei zwiebeln genommen und die mit 400 gramm hackfleisch vermenge weil oben im rezept stand drei zwiebeln dann habe ich danach noch mal gelesen und dann stand aber drin man soll nur eine zwiebel nehmen und natürlich nicht von einem anderen schneiden damit man die zwischen den burger legt deswegen sieht es gerade so aus und ich lasse diese reine zwiebelpante aber ich habe ja noch ein bisschen quarantäne live und vielleicht wird es bis dahin gut was ich noch sagen wollte für alle die kinder haben ihr könnt nachher mal in jetzt ist der herd ausgegangen und geht nicht mehr an okay ihr könnt ich es gibt die maus die sendung mit der maus gibt es ab mittwoch täglich zum beispiel also alles für kleinere kinder da sind aber noch so ein paar andere angebote und die stelle ich euch in einem link in der bio rein dann habt ihr zumindest ein erfolgserlebnis so ich weiß jetzt nicht wie viel ketchup ich da rein knallen soll damit es einigermaßen schmeckt in diesem sinne eure linda lafa also das ist tatsächlich genauso wie es bei uns ist wir hatten uns heute morgen und gestern auch in der quarantäne wolle wie soll man das nennen wenn man quarantäne stress hat ich finde es wichtig dass von anderen stress abzugrenzen ihr hört jetzt meine kinder im hintergrund die dürfen sich noch was zu naschen aus der schublade nehmen und dann rückt katika hier aus in die genau noch nicht quarantäne sondern einfach nur normalen kinderalltag der heute einsetzt insofern war das großartig musste so lachen als ich das gehört habe alles klar genau ja danke michael das war großartig bis später so ist es momentan ja und ich glaube noch einige wochen wenn ich realistisch bin also auch ich komme an meine grenzen aber das ist okay und für die kinder ist es eine neue situation und die werden es am besten lernen wahrscheinlich was zu machen ist wir haben übrigens heute diesen virus auf die hand gemalt zum händewaschen ich weiß nicht das wurde bei uns in der firma geteilt weil wir viele eltern haben die haben den kindern so ein virus smiley drauf gemalt und dann geht es darum den den tag über abzuwaschen damit man sich auch nicht die hände wäscht das fand ich ganz gut mega idee mega idee das ist ganz toll das erinnert mich an eine an eine aktion die es glaube ich mal in polen gab wo die ein problem damit hatten dass das kinder sich krankheiten aufgrund mangel der hygiene gemacht haben oder geholt haben und haben dann erfunden eine seife wo im inneren der seife ein spätzeug ist das plastikspiel oder die kinder die kinder dann wirklich sich auf die seife genommen haben die hände gewaschen haben damit sie an das spielzeug rankommen finde ich ganz ganz tolle idee wirklich ein hack für familien raufmalen auf die hände und die kinder müssen versuchten bis ja sehr schön dann würde ich sagen da waren das jetzt deine fünf waren es fünf ich habe nicht mehr mitgezählt ja geil 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 gefällt mir hat mir geholfen heute in den tag zu kommen wir haben jetzt heute als gäste also in so den nächsten zehn bis 15 minuten eine kollegin von dir aus deiner working out loud gruppe richtig genau christina genau die von beyerstorff kommt die mit uns vor allen dingen darüber sprechen wird was sie in ihrem job bei beyerstorff wo sie sie unter anderem das thema e-learning verantwortet gerade macht will ich nicht zu viel sehr vorab ergreifen aber die führt quasi weltweit linkedin learning ein darüber sprechen und dann werden wir über working out loud ein bisschen sprechen wir werden über das festival das new work festival das beyerstorff gemacht hat müssen sprechen was man daraus auch vielleicht mitnehmen konnte für das was jetzt gerade passiert und auch ein bisschen kann sie das erzählen wie wie geht so ein weltkonzern mit so einer sache um genau ja das ist ja kern also wir wollen ja leute rein und sachen teilen wir haben nachher auch noch mal pwc dabei die wo es auch einen einblick gibt von peter bartels und benedikt schmaus die sachen teilen werden weil pwc kollaborativ arbeitet aber eben viele da noch nicht so mit in berührung gekommen sind und es geht jetzt wirklich darum zu sehen wie funktioniert das auf großem scale um arbeitsfähig zu bleiben das wollen wir hören und genau sehr 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 cool ich gucke einmal in die kommentare das sollte ich nebenbei immer mal wieder tun gehe gerade durch es ist wahnsinnig viel von euch hier das ist super genau alles klar daniel teilt hier fleißig links und dashboards wenn es was gibt das ist super danke daniel danke alex für die hilfe super großartig was mich mal interessieren würde michael wie hast du dich jetzt eigentlich mit für die nächsten wochen eingerichtet du hast normalerweise meinen sehr sehr vollen kalender wahrscheinlich jetzt sehr leer und du hast selber eine sportmarketing firma die davon betroffen ist high rocks also es gab schon events die abgesagt wurden wie hast du dich jetzt für die nächsten wochen eingerichtet ich habe dich noch nicht einmal gefragt in der ganzen phase und ich habe dich das jetzt und hier so ganz zwischen die und mir einfach nur ich bin ja und unternehmer in zwei unternehmen und die die rolle bei sehr süß weltklasse ich bin jetzt wieder jetzt bei dir ich mache eine pause das ist total in ordnung ich finde das was wir hier gerade predigen das sollten wir auch selber vorleben also ich finde es ganz süß ich weiß dass du deine kinder nicht unbedingt gerne im bild hast aber die stimmen und mal so kleines verruschtes bild ich glaube es passt in die situation und und zeigt das dass du einfach auch ein familienpartner bist der ein ziemlich großes programm ich habe sie normalerweise nie irgendwo auf irgendwelchen kanälen und ich hoffe dass sie alles gut damit umgeht gut genau ja also ich in meiner rolle als als gesellschafter bei think da bin ich ja nur noch operativ als senior advisor kann ich wunderbar das was ich für die firma mache von remote aus machen die firma hat sich sehr gut und sehr schnell auf diesen betrieb eingestellt also es gibt eben dieses manage remote work was eine ganze wpp gruppe gepredigt wird es gibt leute die im büro sind arbeiten mit aus einem größten sicherheitsabstand unsere tochteragentur die loft die designagentur hat ihre sehr sehr immer sehr sehr gut besuchte küche weil die die beste kaffeemaschine haben quasi ausgeschaltet und das gibt es jetzt quasi nicht mehr also wir haben hier keinen social hub mehr der findet bitte virtuell statt wir kommunizieren oder die management karen heumann armin jochum ulipallas kommunizieren aus meiner sicht sehr sehr gut mit der company wir natürlich dann allen verteilern kannst du da mal beispiele geben für andere die zuschauen wenn du sagst was bedeutet sie kommunizieren sehr sehr gut das würde mich total in dem gefühl für mich täglich mails kommen an alle wo genau drin steht wo wir gerade stehen dass wir zum beispiel mit tim haben wir ein krankheitsfall das dann gesagt wir haben keinen weiteren fall die leute ermutigt werden ihre arbeit weiterzumachen so gut es geht wir wollen nicht den betrieb einstellen sondern wir wollen ja weiter für unsere kunden dinge machen und ja die kommunikation ist aus meiner sicht gut wirklich gut und ich fühle mich gut informiert und ich hoffe dass das die kolleginnen und kollegen die noch dichter mit operativen geschäft sind also alle kolleginnen und kollegen das genauso empfinden und die die ja das so ist erfolgt in der ruhe es gibt eben auch beispiele ein armin jochum unser co-ceo und chef kreativer der eben auch aus österreich aus dem urlaub kam sich sofort in die heimquarantäne begeben hat uli pallas der cfo dasselbe gemacht hat ja also wir haben ja tim gestern gehabt deswegen da gibt es nichts neues das läuft mein absolut sportsteam also die firma die high rocks macht wird ja operativ geführt von christian tötzke und moritz fürste in da ja zwar deutlich operativer tätig als bei think aber zwar gleichberechtigte gesellschaft aber kein 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 geschäftsführer dort sind wir in einer oder in verschiedenen whatsapp gruppen organisiert die alle auch weiter laufen wir haben in der tat einschränkungen was unser programm angeht haben noch nicht alles kommuniziert sind auch noch in der planung wie wir bestimmte dinge umlegen können haben das große glück dass von unseren 14 events die wir uns in dieser saison vorgenommen haben elf schon stattgefunden haben vier in den usa sechs in deutschland eins in österreich und wir die anderen wahrscheinlich ohne schaden umgelegt umgelegt verlegt bekommen das wäre noch gewesen l.a. münchen und berlin in berlin die weltmeisterschaft haben wir jetzt noch keine finale entscheidung wie das genau dann stattfindet wo das statt also wird in berlin stattfinden wann es genau stattfindet das habe auch noch nicht abgesagt da sind wir noch in der überprüfung aber da erzähle ich glaube ich kein geheimnis vierte april dass es sehr wahrscheinlich ist dass das nicht stattfinden wird also ganz klar wir haben wir wir spüren dort unheimlich tolles zusammenhalt tollen zusammenhalt aus der community die wir high rocks family nennen wie sich selbst high rocks family genannt haben in so einem wachsenden unternehmen wie wir das sind wo wir natürlich jetzt noch nicht durchgehend profitabel sind ist das wenn ein event wegfällt und man das hinkriegt mit den messegesellschaften und den partnern ist der finanzielle schaden eingrenzbar ist jetzt nicht so dass wir dass da schon mit riesen profits gerechnet wird die uns jetzt wegfallen das wird uns aber auch treffen und natürlich müssen wir gucken was heißt das für unsere neue saison die im oktober beginnen soll also wenn man den prognosen glaubt dann werden wir unter umständen da neue wellen höhepunkte und so weiter haben also da sind wir im moment im durchplan von verschiedenen szenarien fest steht wir wir sind wild entschlossen dieses unternehmen weiter zu entwickeln wir glauben auch nach wie vor an die besondere bedeutung von von sport events von sport veranstaltungen werden sicherlich das ist zumindest mein stand auch noch mehr über digitalisierung nachdenken als es ohnehin schon tun im hintergrund seht ihr mein peloton bike habe ich gestern schon mal zitiert das natürlich eine dieser marken die extrem davon profitieren weil meine spinning class eben virtuell ist und ich überhaupt keinen kontakt oder keine berührung habe und das steckt natürlich in der hyrox idee auch drin dass man dort digitale formate auch digitale wettkämpfe macht und das wird sicherlich etwas sein mit dem uns beschäftigen so das heißt die beiden firmen laufen insbesondere die hyrox crew ist extrem positiv und bullisch was uns als company angeht unsere idee wird auch viel witziger content geteilt die auch dann wenn sie zum beispiel zu vier leute noch im büro sind und dann zum essen gehen alle vier weit auseinander gehen und einer ein foto macht und zu zeigen guck mal so machen wir es also so eine mischung aus witzig aber auch ernst gemeint das in den verschiedenen gruppen teilen guten kontakt mit unseren kolleginnen und kollegen usa also wird und das dritte thema was mich ja sehr beschäftigt ich weiß nicht ob du es wusstest ich war ja so ein podcast zum thema das ist natürlich jetzt das zentrale thema geworden auf einmal neben dem podcast auf einmal dieses web tv format live stream format in mein leben getreten ist und ich schon jetzt ein teils sage ich damit verbringe und auch der nacht um dinge noch mal zu recherchieren ja aber ich kann ehrlich sagen mich macht insbesondere das was wir jetzt hier machen extrem froh und positiv auch das feedback was wir kriegen weil weil ich glaube dass wir alle in in bewegung bleiben müssen das ist ja wie ein trainieren und wenn wir es schaffen hier immer mal wieder ein paar leute zu inspirieren dinge zu machen dinge nachzugucken zu recherchieren beizutragen zu teilen und die dann auch ermutigen selber sowas zu machen dann ist glaube ich viel gewonnen ich glaube dass was gestern auch rausgekommen ist quatschen hilft und ich habe dich tatsächlich noch nicht gefragt wie es dir eigentlich geht in der situation insofern danke dass du das hier mit mir geteilt hast und es war eine ernst gemeinte frage weil wir beide haben noch nicht gesprochen wie wir den podcast weiter organisieren das werden wir live auf sendung tun das heißt ihr könnt nachher mal reinverfolgen wie wir das ausdiskutieren und was mir gut gefällt ist da bist ja jemand der immer sehr positiv nach vorne ist das tut mir sehr gut ich habe ein anderes risikoprofil als du was das betrifft nicht das heißt dass ich nicht vorsichtig bin aber das hilft mir sehr und es soll auch zeigen dass wir beide auch einfach themen haben um die wir uns kümmern müssen und wir teilen das auch sehr offen es wird irgendwo ruckeln das ist einfach klar und ich möchte diese bandbreite noch mal deutlich machen zwischen wir haben den laden am laufen zu halten das ist wirklich eine verpflichtung das ist wichtig wenn wir das nicht tun ist das viel gefährlicher langfristig als alles was kurzfristig passiert deswegen ist das eine aufgabe verantwortung zu übernehmen dennoch und wir kommen gleich zu christina die schon im chat wartet dennoch möchte ich eine sache noch mal rausteilen das social distancing ich finde es wichtig dass wir das betonen und ich habe einen beitrag gesehen gestern abend noch bei vox einfach nur damit ihr wisst wie wie wir recherchieren ich nehme die dann nehme ein screencast kurz auf bereite sie mp auf wir spielen hier ein vox ist für mich ein youtube sender von sehr hoher glaubwürdigkeit die senden aus den usa die bereiten das extrem hochwertig auf und die haben ein ein beitrag gemacht und ich habe nur den ausschnitt rausgezogen zum thema social distancing damit jedem noch mal klar ist welche effekte auftreten und ich finde es wichtig dass zu erklären flatten the curve hat jeder begriffen denn sie haben das auch historisch verknüpft es gibt ein beispiel aus der geschichte wo das schon funktioniert hat und das möchte ich betonen bevor wir gleich zu christina wechseln und dann können michael und ich nämlich das nutzen jetzt mit christina kurz einmal zu sprechen und ihr schaut den beitrag we cannot say this loudly enough all countries can still change the course of this pandemic and that depends on something each of us needs to do as individuals so diseases become really dangerous when everyone gets sick at once and the health system becomes overwhelmed in any hospital the capacity to treat patients is limited by how many beds they have think of this as the number of beds in your local hospital at any given time a couple are already filled by patients receiving treatment for things like a car accident injury or a stroke and this dot represents one person who's healthy and decides to go out like usual they jump on the subway and head into the office where they catch kobe 19 but they don't feel sick right away and might not for several days so later they go to a basketball game where they unknowingly infect two or three more people most of these people will have relatively mild cases but one might be an elderly person with a severe case who will eventually have to go to the hospital but these three who are all infected but don't feel sick go out again on the subway into the office and then out after work infecting several more people 20 of whom will need to go to the hospital over a short period of time this process multiplies the number of people going to the hospital each day before long the hospital is full and a crisis begins people with severe cases of COVID-19 can't get treatment and some who could be saved die plus people with other issues can't get treatment either and some of them die this surge of severe cases causes avoidable deaths that's what happened in south korea iran and italy all of which went from 100 to more than 5 000 cases in less than two weeks a lot of people died because they couldn't get into the hospitals this surge is made up of only severe cases but it was generated by people who didn't feel sick spreading the disease in public which means the people who can do the most to avoid these unnecessary deaths are these people and that means all of us to slow the virus down you need to act as if you already have it by avoiding public transportation the office crowded places and even small social gatherings you decrease your chances of both getting the disease and spreading it this is called social distancing if enough of us do it the virus still spreads but much slower over time many people might still get infected but fewer severe cases show up to the hospital each day never overwhelming the system this trend line gets flatter these people can all get treatment and fewer people die because of it these are the two ways the coven 19 pandemic can play out but this one only happens if everyone does their part and it's why experts and officials are urging people to flatten the curve by social distancing and staying home as much as possible it's also why in the u.s many companies are helping by requiring employees to work from home and major sports leagues have canceled their games for the time being it may seem drastic but it's worked before in 1918 the cities of philadelphia and st louis were both hit by a flu pandemic but they responded in different ways in philadelphia health officials allowed a huge parade to go ahead while in st louis officials prepared they closed schools theaters and bars philadelphia's hospitals were overwhelmed and many more died as a result but st louis was able to avoid those excessive deaths a hundred years later these are the two scenarios we face a difference not in whether you get the coronavirus but when you get that could mean the difference between life and death maybe for someone you know we have to act now genau den beintrag habe ich gestern gesehen und und habe gemerkt ich finde es wichtig das einfach noch mal zu teilen und deswegen habe ich den herausgehauen michael du hast ihn wahrscheinlich noch nicht gesehen wie gesagt vox ist ja so meine go to quelle und ja insofern falls ihr da reinschauen wollt die machen jetzt mehrere beiträge sucht ihr einfach auf youtube nach vox vox lohnt sich sehr finde ich einen ganz ganz großartigen kanal yes jetzt haben wir ein bisschen improvisiert wir haben christina per telefon im ton drin weil der ton vom mikro nicht ging hi das geht ich werde es gleich nah ran halten und wir sehen dein bild das kann impidern einblenden und ich sorge für den ton und dann gucken wir wie wir das mit michael machen also ihr seht auch wir improvisieren ja wenn es nicht geht genau ghetto methoden nennen wir das ghetto methoden sind immer gute methoden damit sachen laufen das ist der begriff von mp so dann kann ich nur nebenbei nicht in den chat reingucken aber das ist okay mp du schmeißt mir sonst sachen hier rein über das kommentarfeld und wir können dich hören super danke für die einladung relativ spontan ja super dass ich dabei sein kann wie super spannend euer format und freue mich auf die nächste stunde halbe stunde jetzt mit euch und genau was auch immer ihr wissen möchtet fragt mich ja machen wir genau michael vielleicht gibt du eine intro genau genau ihr beiden kennt euch besser genau ich fange ich mal an wo christina und ich jetzt kennengelernt haben das war beim new work festival straight outdoor im spüttel eine aktivität wo christina im gründerteam war ein quasi bottom-up ausgedachtes festival zum thema new work dort haben wir uns getroffen haben gemeinsam eine working out loud session mit john stepper mitgemacht und danach ein circle gegründet das heißt wir wir arbeiten jetzt zusammen in einem working out loud circle mit john stepper zusammen und auch einer weiteren kollegin von christina und wir haben wie ja innerhalb sehr kurzer zeit eine tolle tolle beziehung aufgebaut sehr vertrauensvoll und ich bin sehr dicht dran jetzt bei bei erst auf was dort im thema zum thema new work passiert bin sehr fühle mich sehr privilegiert dass ich das so mit mit hören und erleben darf und christina hat eine ganz besondere rolle bei bei erst auf vielleicht erzählst du mal was ist moment dein wirklich großes projekt und warum ist das auf einmal so wichtig genau da kann ich gerne mal gleich drauf einsteigen also ich bin im corporate learning team bei uns arbeite direkt zusammen mit unserem chief learning officer christine und ein großes projekt ist aktuell gerade ganz brandaktuell ist linkedin learning und zwar stehen wir da gerade kurz vor rollout und das hat eben aktuell durch die die durch die situation jetzt auch noch mal dann verstärkten bedarf einfach ausgelöst weil eben auch jetzt natürlich von allen kolleginnen und kollegen die jetzt aktuell sich im home office befinden und das ist aktuell bei beyersdorf so dass eben europaweit insofern es möglich ist eben alle mitarbeiterinnen und mitarbeiter bis Mitte april im home office arbeiten wird eben geschaut dass wirklich alle auch die zeit bestmöglich nutzen können und wie kann man es besser nutzen als dann auch genau das ist ein projekt das bei mir auf dem tisch ist natürlich schon noch ein bisschen länger aber das hat gerade jetzt noch mal die letzten tage da noch mal viel mehr drive bekommen und genau ich bin da gerade mit hoher priorität daran alles soweit vorzubereiten damit alle entsprechend loslegen können ja ich habe da mal gleich mal ein paar fragen zu weil ihr seid natürlich auch einfach spannend als unternehmen und die learnings jetzt macht wenn du sagst alle gehen ins home office mich würde mal interessieren wie schnell habt ihr das umgesetzt wie habt ihr es realisiert mit welchem setup arbeitet ihr wir haben ja ganz viele beispiele gestern schon gehört ihr seid ja nun kein kleiner laden muss man dazu sagen und wie eigenständig machen die leute das jetzt gerade also ich kann natürlich jetzt speziell ich kann dich für alle sprechen ich kann nur sagen dass eben ende letzter woche die information kam dass eben ab dieser woche montag im home office gearbeitet wird und da gab es glaube ich einfach so diesen hanseatischen pragmatismus wo wir gesagt haben okay wir kriegen das irgendwie hin wir nehmen jetzt alle unsere arbeitsmittel die wir haben und wir haben eben auch alle schon ein laptop entsprechend zur verfügung mir ist auch so die ganze home office situation relativ vertraut also ich arbeite auch regelmäßig im home office das heißt aber nicht dass alle das so tun bisher kann ich aber sagen dass technisch ist es einfach bisher die anbindung ist super da muss ich auch sagen da leistet unser team wirklich auch einen super job was das angeht ich hatte bisher überhaupt gar keine technischen schwierigkeiten hab damit eigentlich gar nicht gerechnet dachte da gibt es bestimmt irgendwie so ein paar hiccups und selbst wenn es die gibt irgendwie findet sich das und das war jetzt so ein ongoing prozess einfach in dem wir uns befinden und es wird ja noch einige wochen auch so weitergehen das heißt auch so was die technische ausstattung angeht da wird man jetzt auch noch mal schauen da kann man sich eben jetzt auch noch versorgen mit bildschirm und so weiter und bei uns ist eben der vorteil dass wir schon länger jetzt auch alles in der cloud zur verfügung haben das heißt so was wie da eine ablage auf irgendwelchen resttops oder so da kann man natürlich jederzeit auch drauf zugreifen das heißt das ist super und ansonsten wird halt gerade auch viel ausprobiert einfach ne also wir arbeiten zum beispiel mit skype aber auch mit teams und probieren halt einfach aus was sich am besten eignet und sind da sehr sehr flexibel unterwegs also auch bei uns im team zum beispiel klappt bisher super wie verfolgst du das mit mit den learning aufgaben die du hast dass du sagst okay wir probieren uns jetzt aus und und hast du für dich auch so einen plan dass du sagst ich möchte die leute irgendwie in ein zwei wochen wieder zu einer produktivität haben die auch länger aufrechterhalten kann oder rechnet ihr damit dass es nur relativ kurz jetzt bleibt ja also ich sag mal natürlich ganz unterschiedliche geschäftsbereiche auch und es ist auch ganz klar dass wir jetzt natürlich nicht die meetings absagen sondern die werden jetzt erst mal virtuell stattfinden das heißt da wird jetzt erst mal versehen nicht so gecancelt und wir versuchen das natürlich nach wie vor da auch aufrecht zu erhalten es lässt sich aber nicht ohne weiteres alles so realisieren klar gibt es selbst gerade schon von einigen kollegen und kolleginnen die frage gut wir haben ja jetzt was geplant ein viertägiger workshop face to face was mache ich jetzt da schauen wir natürlich gerade dass wir dort entsprechend auch alternativen anbieten können auch in meiner rolle als learning consultant dass ich da auch verstärkt noch mit rein gehen kann und auch tipps geben kann wie man das eventuell anders aufbauen kann und wie wir einfach jetzt dieser situation auch gerecht werden so dass wir auch da natürlich auch weiterhin produktiv arbeiten können weil das ich meine klar natürlich gibt es gerade eine besondere situation aber aber natürlich muss auch nach wie vor irgendwie alles so ein bisschen weiterlaufen also das ist uns natürlich auch total wichtig und gerade im hinblick aufs learning das also linked in learning ist natürlich jetzt auch keine kurzfristige lösung also das soll natürlich auch da nachhaltigen effekt haben und das ist ja so ein starting point einfach wo wir ansetzen und wo wir dann auch schauen wie wir das nachhaltig auch unsere lernstrategie mit einbauen können michael falls du was hast ich mache pause zwischendurch weil ich dich vom handy denn mute nur dass ich dich drüber quatsche vielleicht noch mal die 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 aufgabe die du hast so ein tool einzuführen wie können wir uns das vorstellen hast du da ein riesen team weltweit was dir dabei dich unterstützt oder wie kann ich mir das vorstellen wenn wenn so eine große aufgabe quasi die die art und weise wie menschen lernen ja komplett neu zu gestalten wie bist du da vorgegangen wie hast du das projekt aufgebaut also es läuft natürlich schon ein bisschen länger jetzt auch in vorbereitung also wir hatten da im letzten jahr auch schon eine pilotphase wo wir einfach geschaut haben wie wird es angenommen also sowohl natürlich von den themen her als auch von der technik es gibt da natürlich einige möglichkeiten die man hat sowohl über den browser als auch über eine app zum beispiel zu lernen online offline gerade so das thema mobiles lernen ist natürlich immer wichtiger jetzt geworden auch in den letzten jahren schon und haben das eben auch global entsprechend platziert also wir haben dort eben eine global aufgestellte flotgruppe auch gehabt um zu schauen wie funktioniert das ganze dann auch in asien china zum beispiel wie wird das angenommen und vor allem wie wird gelernt was wird gelernt also da habe ich natürlich auch dann immer auch meine surveys bin ich da gefahren und habe mir da auch feedback eingeholt zum beispiel ist es auch möglich wirklich dieses lernen in die arbeitszeit also in die working hours zu integrieren wenn ja wie funktioniert das gut wenn nein warum funktioniert es nicht so gut also welche hindernisse gibt es da auch sind es eher technische themen oder geht es da um die um das working space in dem man sich befindet und genau da bin ich quasi seit dem letzten jahr dabei und wir haben uns dann letztendlich entschieden dass wir mit linkedin learning da einen super anbieter haben der einfach ein unfassbar großes angebot bietet an inhalten es gibt ja da so drei große kategorien das ist business technology und alles was so in richtung creativity auch geht und wollen das einfach unseren mitarbeiterinnen mitarbeiter und mitarbeiter auch ermöglichen dort ganz individuell auf ihre ganz eigenen lernbedürfnisse eingehen zu können also denen steht eben auch die komplette library zur verfügung das heißt natürlich sind das job related inhalte aber es kann auch genau so sein dass es etwas ist was mich vielleicht privat interessiert was wir aber natürlich auch öffnen möchten und auch im hinblick auf die sich ständig ändernden anforderungen an rollen an jobs an tags weiß man vielleicht gar nicht was brauche ich denn jetzt bis man es dann braucht und dann ist es super wenn es einfach da ist finde ich ein richtig richtig super beispiel zwei fragen dazu also a ist gut weil wir reden über netflix und sonstigen freizeitvertreib jetzt gerade und alle gehen davon aus oder gehe ich nach hause und gucke netflix natürlich quatsch also es geht halt ganz klar darum auch zu sagen eben wie halten wir den laden am laufen michael hat das vorhin gesagt was gibt es für eine gute zeit als nicht jetzt zu lernen du hast es auch genannt warum konkret habt ihr euch für linkedin learning entschieden was hat das für dich ausgemacht was habt ihr euch noch angeschaut und und kannst du ein paar hands-on sachen mal teilen wo du sagst okay guckt euch das zum beispiel mal an und dann werdet ihr merken warum das also ich zum beispiel ein großer youtube learner das ist mein go to channel das war der grund warum ich auch angefangen youtube videos zu machen weil ich gesagt habe ich möchte was teilen und beitragen aber es gibt ja bestimmt gründe warum du sagst linkedin learning war für uns das richtige genau also klar youtube steht natürlich auch nach wie vor allen zur verfügung ich schaue selber auch teilweise gerne auf youtube was natürlich ein vorteil ist bei linkedin learning du hast eine wirklich super gute qualität also da gibt es eben auch schon von vornherein weil eben auch selber produziert wird von linkedin learning hast du dann recht hohen quantitativen anspruch bei youtube ist es ja immer so ich sag mal so klar natürlich kann man sich auf die anzahl der bewertungen so ein bisschen stützen aber kommen erst kommt erstmal alles raus da bist du selber am suchen da kann natürlich auch mal was dabei sein was vielleicht gar nicht so unbedingt stimmt oder also wenn man da sich nur auf die user bewertungen verlässt weiß ich nicht ob das immer so gut ist da kommt natürlich viel immer bei raus das heißt bei linkedin learning haben wir da schon von vornherein eine gewisse qualität die wir einfach ansetzen können und voraussetzen können plus was natürlich und das ist auch jedem freigestellt linkedin learning ist quasi ein addon produkt zu linkedin und man kann natürlich das auch mit seinem linkedin profil verknüpfen wenn man es denn möchte und kann zum beispiel auch kurse die man abgeschlossen hat also zum einen kann man sich da ein zertifikat runterladen aber man kann das zum beispiel auch in sein cv übertragen also je nachdem wenn man es denn möchte und das sage ich mal ist natürlich was so qualifikationen angeht das finde ich persönlich super also ich habe es bei mir verknüpft und das ist wahrscheinlich auch noch mal ein super mehrwert den man dadurch haben kann welches thema auch immer das dann ist das kann man eben wirklich auch so individuell dann entscheiden plus es sind natürlich auch wirklich business relevante kurse und die sind auch schon also die arbeiten auch mit zertifizierten leuten zusammen super qualifizierten trainern was den bereich angeht und von daher haben wir uns dann auch für dieses produkt entschieden und einfach diese ich meine wir haben insgesamt sind es über 500.000 videos die man dort findet insgesamt in sieben sprachen zur verfügung und die finden sich in 15.000 kursen wieder insgesamt also das ist einfach ja also da ist linkedin learning auch marktführer was das angeht und es arbeiten 77 prozent der dax 30 unternehmen auch mit linkedin also ich weiß die haben damals linda.com aufgekauft ich glaube daraus ist es dann resultiert und ich fand das thema e-learning jetzt hat einer von euch den ton parallel an daraus ist das thema e-learning bei den bei den groß geworden ich finde du hast das wahnsinnig gut gerade dargestellt das hilft mir sehr weil dieser gedankengang genau das wollen wir teilen wo andere sagen okay was können wir jetzt machen also kurzer shout out schaut euch das mal an das scheint sich zu lohnen auch jetzt bei uns intern vielleicht mal ich weiß der eine oder andere von blackboard schaut zu finde ich total spannend gerade das thema zertifikate das grenzt ist natürlich auch noch mal wirklich ab und diese online profile werden ja immer wichtiger und jetzt sehen wir wie wichtig die virtuelle welt wird da kann man es jetzt darstellen da hat man jetzt die möglichkeit dann eben auch für sich was zu machen sehr also auch über die ganze krise jetzt hinaus danke vor allem im nachgang nochmal also es ist auch so wenn du dich dann entscheidest das zu verknüpfen mit deinem profil es ist generell so dass diese content library die wird kontinuierlich aktualisiert das heißt da kommen auch wirklich ganz aktuell immer neue inhalte rein und natürlich auch wenn das nicht auf individueller ebene passiert bei uns auch sowieso nicht da haben wir gar keinen einblick aber es gibt insgesamt ich glaube 680 millionen profile auf linkedin und die werden natürlich analysiert und zwar kannst du ja auch bestimmten skills und kompetenzen folgen und da wird natürlich auch geschaut okay was ist denn gerade auch gefragt und daraufhin wird eben auch diese content library angepasst und was auch zum beispiel durchforstet wird sind so job advertisements also was wird dann gerade nachgefragt auf dem jobmarkt und daraufhin werden die inhalte auch wieder aktualisiert plus es wird natürlich auch mir die möglichkeit gegeben wenn ich bestimmten skills und kompetenzen folge und das mit meinem profil verknüpfe was optional ist dann kann bekomme ich eben ganz individuell auf mich zugeschnittene empfehlungen auch für inhalte also das ist halt super das heißt ich habe nicht diesen youtube effekt wo ich eben was eingebe und das kann man natürlich auch bei linkedin machen ja aber dann kommt im zweifel halt mehrere tausend suchergebnisse es gibt hier eine konkrete user frage von von gert mit dem wir auch den den steve kowe podcast aufgenommen haben der schreibt einmal bestellen in enge abstimmung mit unseren kunden ebenfalls viele trainings auch virtuell um also das ist vielleicht mal ganz spannend also wenn es zum thema selbst entwicklung geht aber es gibt eine weitere frage hier von daniel der fragt ich höre oft das unternehmen aufgrund von dsgv und co amerikanische software nicht nutzen dürfen wie schafft linkedin den einzug in unternehmen ich sage eine sache dazu hätte ich gerne was von dir daniel ganz kurz dazu es gibt schon lange von den cloud anbietern microsoft wie auch google weit vor dsgv die verträge mit den unternehmen die man separat schließt das ist wichtig das dann zu tun ein eck einen vertrag dafür zu haben wir haben unsere kunden im weiten voraus vor dsgv letztes ja darauf vorbereitet es ist viel gefährlicher einfach sein iphone zu nutzen und zu meinen das geht ja alles in die apple cloud nein im hintergrund nutzt apple die google server da müsste es dann verträge geben wenn ich der geschäftsführer bin das machen viele nicht aber ich glaube ganz konkret ging die frage auch an dich mit learning inhalten also braucht ihr separate verträge mit linkedin oder irgendwas oder wie funktioniert das und ich habe gleich noch eine zweite frage die auf gestern eine rückfrage aber erst mal die eine ganz wichtiger punkt und wird da also das ist oft auch ein thema wo wir auch sagen gut da werden wir also das ist eben essentiell also ohne diese verträge läuft bei uns sowieso gar nicht also da kommt es auch zu keinem anderen vertrag wenn das nicht erstmal soweit abgeschlossen ist noch geregelt ist also da haben wir auf jeden fall auch was wo wir dann in abstimmung mit linkedin auch dort unterschrieben haben linkedin ja ist ein amerikanisches unternehmen aber unser partner da zum beispiel nicht in den usa also das ist dann also vertragspartner ist dann weiß nicht ob ihr das wisst aber linkedin island das ist ja so deren europäischer hauptstandort von daher also was das angeht sind wir mehr als auf der sicheren seite das kann ich auf jeden Fall bestätigen ja und dann noch eine also das ist das ist spannend und das ist wichtig ich glaube gut zu hören und michael hat gestern einen aufruf von christoph käse geteilt zum thema freelancer und es war noch viele freelancer gestern im chat und deswegen jetzt mal vielleicht frage oder auch shoutout parallel du hast das gerade so wunderbar dargestellt wie eben kompetenzen die weltweit gesucht werden vernetzt werden mit skills viele freelancer haben jetzt druck und stress aufträgen laufen zu halten und ich glaube die jetzt kurzfristig zu überbrücken ich habe heute morgen unseren beiden jungs wir haben eigentlich nur feste leute aber wir haben hier und da mal wieder auch grafik bzw video freelancer gesagt wir haben eine kreative idee da spanne ich euch mit ein aber ich glaube es auch wichtig für freelancer jetzt zu sagen okay wie präsentiere ich mich wie stelle ich mich da das kann man auf linkedin wunderbar tun sich dann zu vernetzen und dann eben diese funktion zu nutzen dass man sieht welche jobs gibt es denn weil wir sind ja nicht nur auf deutschland beschränkt ich habe letzte woche das fällt mir jetzt gerade ein tatsächlich anfragen aus dem iran bekommen von leuten die uns auf youtube folgen die sagten kann ich irgendwie als video editor supporten weil ich gerade zu hause sitze und zeit habe das ist super kreativ darum geht es gerade also vielleicht ein kurzer shoutout nutzt das mal und vielleicht kann man dir hier auch konkrete fragen schicken ja also vielleicht auch noch mal alle so als tipp also man kann auch linkedin learning natürlich auch einfach mal ausprobieren also da gibt es glaube ich auch so eine möglichkeit das einfach mal zu testen und gerade auch so was das thema linkedin profil angeht dazu gibt es auch inhalte auf linkedin learning also wie man wenn link ins profil dann was präsenter macht und sich entsprechend gut ausstellt und verletzt und einfach nicht sichtbarer macht also da gibt es ganz gute inhalte die man sich anschauen kann ich habe auch noch eine frage dazu du hast du das ja für ein großes sehr großes unternehmen veranlasst es ist ja für jeden einzeln möglich hast du so ein paar hacks wie man sich dem thema linkedin learning nähert gibt es irgendwie ein paar gute videos das mal grundsätzlich erklären oder ein artikel das gut erklärt also was macht jetzt zum beispiel ein freelancer den christoph beschrieben hatte ich möchte jetzt meine skills in bestimmten themen wie nähere ich mich der plattform ist die einfach easy entry geht man drauf und sagt das erklärt sich von selbst also ich muss sagen dass linkedin da wirklich super aufgestellt was das angeht also man kann natürlich einfach sich damals ein testprogramm holen und sich das anschauen ich finde diesen diesen einstieg sehr niedrigschwellig man kann sich da auch ganz gut was füllt haben plus es gibt wirklich auch super newsletter von denen auch generell mit empfehlungen zum thema lernen weil eben auch also natürlich ist ein digitales produkt aber wir schauen eben auch wie wir unsere lernstrategie einbinden können und auch vielleicht verbinden können wie man sich mit anderen dort auch noch verletzen kann also man hat zum beispiel auch immer die möglichkeit sie ist immer zum beispiel welche kurse werden wie stark nachgefragt wie viele likes hat ein kurs bekommen es gibt dort tür und a's die kann man einfach nutzen man kann auch eine frage stellen sich entsprechend auch mit anderen vernetzen also ich finde man sollte das einfach mal ausprobieren ja und das wäre so mein mein tipp cool und es kommt ein kurzer hinweis von daniel aus dem feed es gibt auf twitter ein hashtag der heißt free freelancer hashtag free freelancer da findet man jetzt gerade themen dazu das heißt schaut da mal rein und wer seine erfahrungen noch mitteilen möchte wie wir machen das ganze auf instagram stories und instagram und twitter unter csr also hashtag csr live damit wir dann auch eure beiträge dazu finden super spannend ich habe eine letzte frage bevor wir zum nächsten thema kommen price pricing für das linkedin learning also ich bin jetzt premium mitglied bei linkedin dass das glaube ich inkludiert und dann gibt es ein teil der ist frei ein teil der ist bezahlschrank wie wie geht das hast du da einen anblick wahrscheinlich hast du mich kannst du noch mal kurz wiederholen ja gerne die frage war wie 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 das pricing bei bei linkedin dieses learning ist also ich weiß klar ihr als konzern verhandelt das sicherlich auf einem level aber für den normalen freelancer einzel user ist das wenn man linkedin premium hat inkludiert oder wie 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 finanziert sich das ja genau also die die preise jetzt wenn man klar wir haben natürlich dadurch dass wir entsprechend großes volumen auch eingekauft haben natürlich ganz andere möglichkeiten auch und anderes pricing aber was ich auf jeden fall sagen kann wenn man eben linkedin learning pro kunde ist dann ist links in learning inkludiert und das ist soweit ich das auch weiß für viele auch ein ganz wichtiger bestandteil des premium produktes also das ist dann sowieso mit drin ich finde einfach es ist ein super preis leistungsverhältnis also ich kann gar nicht genau sagen was das jetzt im monat kostet aber ich glaube das ist einfach eine super investition in jeglicher hinsicht meine zwischenfrage christina wie wie geht es dir denn persönlich im moment also so deine situation das haben wir gar nicht gefragt das ist sehr unhöflich gewesen dass wir einfach so rein starten aber das würde mich doch sehr interessieren ganz gut ja vielen dank für die fragen wie geht es tatsächlich super natürlich ist es gerade eine besondere herausforderung und eine neue situation auch wenn ich vorhin schon gesagt habe ich kenne eigentlich die home office situation aber jetzt gerade in verbindung mit den äußeren umständen auch dass man doch irgendwie natürlich auch so sagt es ja vorhin so schön dass wenn das noch dazu kommt klar das macht natürlich auch was mit mir ich sitze hier in meiner kleinen wohnung in altona und ich höre immer die bauarbeiten stimmig echt so ein bisschen stören teilweise aber es ist alles manageable ansonsten geht es mir gut soweit was ich allerdings merke und da habe ich auch heute morgen wir haben jetzt in unserem team und das muss ich auch sagen ist super wir haben jetzt einfach morgens auch schon so einen daily call also jeden morgen wo meine meine chefin einfach jetzt mal was eingestellt hat und uns dann aktuell auch immer mit den neuesten updates versorgt weil sie wiederum im vorfeld einen daily call hat mit dem lead team das heißt wir sind da auch super mit den neuesten infos dann versorgt auch zum thema corona natürlich gibt es für uns ein infohab in unserem intranet mit ganz aktuellen infos und was ich nur merke dadurch dass ich eigentlich relativ viel unterwegs bin immer wenn ich dann im office bin also ich bin da so ein traveler und bin eigentlich überall und nirgendwo mir fehlt extrem die bewegung so dass ich halt versucht schon irgendwie mittags auf jeden fall mal kurz und block zu gehen oder was ich jetzt und da muss ich einmal mal kurz grüßen wenn ich darf an das super team von st pauliathletik die ich hiermit sehr die grüße die haben jetzt eben gerade dadurch dass da auch dicht gemacht ist jetzt einfach ein super produkt jetzt dass sie auch so ein homework out einfach da zur verfügung stellen das versuche ich teilweise einfach mit einzubauen cool weil das glaube ich ist auch nicht zu unterschätzen also ich habe jetzt und da soll bitte niemand noch irgendwann einmal sagen man würde im hummerfeld nicht arbeiten oder so also ich habe wirklich ich arbeite eigentlich mehr oder ich hänge wirklich noch viel mehr hier an dieser kiste und sonst würde ich vielleicht noch mal kurz in den Coffeeshop gehen mich austauschen oder so das fällt natürlich jetzt alles weg findet alles virtuell statt ja das heißt dieser bewegungsaspekt glaube ich der ist auf jeden fall nicht zu unterschätzen und da arbeite ich aber dran und suche ab und zu mal ein kleines Workout mit st pauliathletik ja geil ich habe hier einen schönen einen schönen kommentar dazu den habe ich persönlich bekommen ich gucke parallel in den whatsapp stream zu organisieren wir sind hier im freestyle also wer sich jetzt einschaltet wurden wann meine kinder da wir haben hier office betrieb mp und ich werden gleich klären wie wir mittag organisieren aber hier ist ein geiler kommentar den muss ich jetzt teilen diejenige die das geschrieben hat weiß hier anstatt eben hashtag social distancing hashtag distant socializing das ist ein geiler hinweis großartig nehmen wir mp blenden auch mit ein finde ich richtig geil weil es geht jetzt darum wirklich zu sagen wie können wir die distanz trotzdem connecten und die distanz halten ich glaube wir haben es oft genug betont wie wichtig das ist das jetzt gerade durchzuziehen die distanz zu halten aber ich finde das wirklich geil wieder um das auf positiv zu drehen danke dafür geiler kommentar so richtig gut jetzt habe ich euch wieder unterbrochen ja das ist total schön jetzt komme ich mal hin und vielleicht kann mp das parallel mal recherchieren und mal einblenden wenn mp wenn du auf linkedin gehst christina hentschen dann siehst du einen artikel die christina vor ein paar tagen gemacht hat wo es nämlich genau darum geht um das wie kann man eigentlich aus der distanz trotzdem sozial sein vielleicht erzählst du mal ein bisschen was zu deinem post während mp jetzt schwitzt und guckt ob man den einblenden kann und sonst erzählen wir es nur sehr gerne ja also was mir sowieso immer wichtig ist oder auch war schon schon immer ist natürlich auch dieser ganz persönliche austausch und das ist eben nicht nur oder findet nicht nur in terminierten meetings statt sondern oft einfach informell an der kaffeemaschine der klassiker man trifft sich kurz auf dem flur dann gibt es einen austausch und auch einfach nur mal kurz die frage hey wie geht's dir denn ich sehe gerade irgendwie du bist ein bisschen gestresst oder so wollen wir kurz zwei minuten quatschen das fällt natürlich jetzt auch weg in der aktuellen situation und mir ist es einfach wichtig nach wie vor sich da irgendwie auch auszutauschen und natürlich haben wir auch bei uns im team zum beispiel so was wie ein check-in dass einmal gefragt wird wie ist es denn jetzt wie ist es mit der situation zu hause weil natürlich jetzt auch viele vor der situation stehen da auch parallel die kinder noch zu betreuen zu hause und das macht es natürlich alles nicht einfacher und mir ist einfach wichtig dann auch zu sagen okay wir nehmen uns jetzt aber die zeit und haben einfach mal vielleicht auch trinken einfach mal kaffee zusammen virtuell das funktioniert auch und da muss es auch keine vorgefertigte agenda geben sondern das ist einfach ein ganz informeller austausch einfach mal zu fragen so hey wie geht's dir denn eigentlich und ja gibt es irgendwas was du teilen möchtest wie so dein workload und wie gehst du überhaupt mit der situation um und das war mir einfach ein bedürfnis das nochmal irgendwie sichtbarer zu machen und ja ich glaube das geht nicht nur mir so und ich habe auch schon ein paar einladungen bekommen daraufhin und habe auch schon einige verschickt hier haben wir jetzt auch den beitrag mp hat den gefunden so toll ins schwitzen kann man jetzt nicht michael also das ist also dann kommen wir mit besseren herausforderungen hier in so einem live stream während wir per telefon stream ich parallel versuche die backup datei für unseren podcast zu finden das nutzen wir jetzt einmal als lücke mp mittagessen würdest du mir nudelwasser aufsetzen zwischendurch das wäre mega du kannst dir einen dünner bestellen oder so aber wichtig so mit handschuhen und distanz aber unser dünner mann ist ja recht verlässlich sehr sehr stark also danke dafür danke für das beispiel das ist toll ihr habt ihr habt euch aber vor ort gehabt beim new work festival da würde ich gerne auch was zu hören wir sind ja nun hier new worker und wahrscheinlich war es einer der letzten new work festivals erstmal die nächsten monate in persona ich kann wenn ich wenn du gestattest christina fange ich mal an wie wir wie wir da bei dem working out loud ich habe schon vorher kennengelernt und ausgetauscht wie gemerkt dass wir uns mit ähnlichen themen beschäftigen aber das eigentlich spektakuläre war dann der working out loud workshop festival ist eigentlich aus der idee entstanden mal den john stepper nach hamburg zu holen und dann wurde die immer größer bis hin zu diesem festival und john hat dann am letzten tag seinen vortrag gehalten über seine methode und ich durfte an und ab moderieren und dann gab es zum schluss noch workshop und ich wollte mich eigentlich verdrücken habe ich so gedacht jetzt jetzt kann ich auch gehen so zweieinhalb tage war super aber jetzt freitag und ich gehe jetzt mal und dann merkte ich wie john mich anguckte so und ich sage ja scheiße kannst du jetzt nicht mal ich mache jetzt diesen workshop mit und dann habe ich auch irgendwie weil ich natürlich dabei ist auch nicht so viele leute kenne ängstlich gesucht wer wieder meinen augenkontakt und christina war die erste und dann haben wir noch kathrin dazu geholt und haben wir drei diesen workshop gemacht wo man also diese methode über die wir vielleicht gleich nach drei sätze sagen ausprobieren konnten im workshop format und wir drei haben dann sofort gesagt okay wir machen das mal richtig wir wollen so ein work out loud circle machen also was ist das drei bis fünf menschen kommen zwölf wochen meist virtuell zusammen einmal in der woche eine stunde jeder kommt mit einem konkreten ziel und wir coachen uns gegenseitig bei der erreichen dieses ziels und ich habe innerhalb von zehn minuten so eine nähe geschenkt bekommen von christina und ihrer kollegen katrin das ist das ist wahnsinn wenn wir hier und auch 30 andere kleine gruppen um uns herum dasselbe machen so eine nähe aufbauen wie ist das erst wenn man sich da voll darauf einlässt und hat dann oder wir drei ich weiß gar nicht wer den impuls gegeben hat dann erwiesen wollen wir nicht so ein circle machen und dann guckte uns john so ein bisschen an so ein bisschen skeptisch und hat euch den spaß gemacht und ich sagte wow das war so cool wir haben jetzt hier gleich ein circle gegründet und uns fehlt noch eine person wir wollen gerne vier sein wir glauben vier ist die richtige größe und dann fragte john stepper der autor und erfinder dieser methode uns geben kann ich der vierte sein genau und so sind wir zusammengekommen und vielleicht kannst du ja mal ein bisschen christina erzählen was habt ihr schon mit worgen und laut vorher gemacht wie siehst du die methode jetzt auch aus seiner eigenen erfahrung muss natürlich keine internes berichten aber du weißt ja auch was zu erzählen kannst du was nicht und wie du das so erlebst diese methode und was vielleicht diese methode auch in dieser aktuellen zeit auslösen kann auch für leute den workshop nicht gemacht haben man kann sich ja alles im netz dazu zusammen holen genau also ich kann ja mal ein mal anfangen also wie es eigentlich zu mir gekommen ist oder sie wie es bei bei der source auch angefangen hat weil so ist es tatsächlich auch zu mir gekommen das ganze thema working out loud und zwar war das war das letztes jahr war das dass eben bei uns irgendjemand mal was gepostet hat ich glaube es war ein jemmer post also hey ich habe da was gehört da gibt es so eine methode oder ein berufmünkt kann man ja schon fast sagen wo man sich eben verletzt also da ging es auch erst mal so interne verletzungen unternehmensinterne verletzungen wie wird man sichtbarer im unternehmen wie kann man sich noch cross-funktional auch besser verletzen und über hierarchien hinweg und ja so habe ich das irgendwie mitbekommen dann gab es eben da meinen kollegen den julian kupfer das thema dann auch noch ein bisschen weiter vorangetrieben hat und dann hat sich darauf gernteam gebildet also wir nennen es ja selber nach wie vor die working out loud evangelist bei weisdorf und haben geschaut okay das ist einfach eine super methode in jeglicher hinsicht die sowohl persönlich was bringt als auch natürlich irgendwie unternehmenswärtig da einfach irgendwie super ist um sich zu vernetzen weil man muss sagen also wir sind ja natürlich in hamburg auch ein großer arbeitgeber wir mehrere tausend mitarbeiterinnen mitarbeiter aber auch international und das ist auch so habe ich auch gemerkt manchmal hat man wenn man eben in einem bestimmten bereich auch arbeitet gar nicht so viele berührungspunkte unbedingt auch in anderen unternehmensbereichen weiß gar nicht was die anderen vielleicht schon machen unbedingt also auch so zum beispiel zum thema learning wird international gibt es auch so viele tolle initiativen um da vielleicht auch so ein bisschen sich besser austauschen zu können das ist einfach eine super methode wir haben dann versucht da irgendwie kurzfristig mal was aufzusetzen und haben dann da auch schon wirklich super anknüpfungspunkt gehabt und es wurde super angenommen da haben sich dann circle gebildet teilweise ist weiß ich noch ist der der julian dann auch als ich dann auch in einem circle war hat dann auch angeboten von sich aus so hey ich komm einfach mal mit rein in das erste meeting erklärt mal was zum ablauf und es war dann so ein super starting point und gerade im hinblick auf die jetzige situation also nicht nur aber insgesamt ist es so wir haben glaube ich aktuell haben wir unternehmensintern mittlerweile 40 oder knapp über 40 circle die sind da sind zwei drittel sind sowieso virtuell also das heißt die sind nicht beschränkt irgendwie aufs headquarter sondern da wird dann zwischen hamburg italien afrika also wird sich dann irgendwie virtuell getroffen einmal die woche und das ist einfach ein super austausch und wir haben da auch ganz viel tolles feedback bekommen und ich kann auch ganz ganz persönlich einfach nur sagen dass es einfach diese diese eine stunde die man sich dann ja man committet sich ja auch wirklich dazu und ich muss sagen dass mich das wirklich persönlich auch so bereichert das ist einfach unfassbar toll auch diese offenheit michael die du angesprochen hast das ist so dieser circle of trust auch irgendwie also es ist ja sagt man ja auch so what happens in the circle stays in the circle das ist auch so und das kann ich auch bestätigen von vielen wo ich das gehört habe dass einfach diese offenheit da ist also man hat irgendwie dadurch dass man eben dort mitmacht und auch interesse hat sich vernetzen sich auszutauschen gibt es insgesamt schon eine tolle atmosphäre einfach und ja das fühlt sich dann einfach noch weiter also weil im weiteren verlauf natürlich geht es auch teilweise um sehr persönliche themen also ich finde das ein sehr geiles beispiel ich bin ja bisher in keinem circle aber ich verweise da auf den genau auf den podcast den michael noch mit john separat aufgenommen hat ich habe einen mit john aufgenommen da haben wir eher so allgemein gequatscht ihr findet das unter on the way to new work auf spotify wenn ihr einfach on the way to new work und john stepper zum beispiel eingibt dann kommen die beiden folgen da ist wirklich auch noch mal detailliert erklärt wie es funktioniert von dem erfinder wir kennen john sehr gut michael kannst du ihn mal bitte anhauen ob wir ihn irgendwie die tage nicht mal reinholen können ja wir haben schon wir haben ja in unserem letzten circle schon darüber gesprochen da habe ich ihn auch gefragt ob er auch lust hat zu kommen hat er auch schon ja gesagt cool ich würde gerne das jetzt hier mal nutzen auch einen aufruf zu machen an die die jetzt zuschauen wer das gefühl hat dass er lust hat jetzt in den nächsten wochen mal was neues auszuprobieren aufwand ist ein bis zwei stunden pro woche also eine stunde für diesen diese gruppe und dann vielleicht eine weitere stunde sagen wir ein bis x stunden sich mit seinem ziel dann auch zu beschäftigen und wer lust hat das zu machen kann ja vielleicht dann das irgendwo posten unter dem hashtag work out loud also wol und dazu den hashtag csr live benutzen dass wir dann sehen hier in der sendung den impuls dafür bekommen wird sich john sicher freuen wir würden uns freuen wenn auch nur ein einziger circle daraus entsteht ist das schon wieder etwas was was dann für verbreitung sorgt ich glaube das ist gerade in der aktuellen zeit ein extrem gutes tool weil es eben die das was wir gerade gesagt haben das ist so über die distanz sozial zu sein eben extrem gut macht wir wir vier in unserem circle machen das immer über whatsapp video funktion ich weiß jetzt werden wieder einige die augen rollen sicherheit hin und her aber wir haben das entschieden das funktioniert sensationell gut und es gibt alle man muss fragt sich jetzt vielleicht derjenige oder diejenigen die das nie gehört haben ja was macht man dann in der stunde die man da so drin ist das gibt es quasi für jede dieser zwölf wochen gibt es gibt es eine anleitung die einer dann durchliest vorher und die anderen dadurch moderiert es gibt eigentlich einen wichtigen tipp zwei also wichtige tipp eins ist wenn ihr eine gruppe von drei bis fünf gefunden habt leicht die termine festlegen es gab nie so eine eine zeit so eine einfache zeit die zu finden wir aktuell und zweiter tipp ist durchhalten auf jeden fall durchhalten und das machen und wir sind jetzt in der woche neun wir haben jetzt einmal unterbrochen haben eine quasi corona special week gemacht wo wir nur uns jeweils eine viertelstunde zugehört haben wo wir gerade stehen wie wir damit umgehen und wir sind alle mit einem gefühl von das klingt jetzt so theatralisch aber es ist so christian du wirst nicht jetzt lügen strafen das nicht stimmt mit dem gefühl von zuversicht liebe und verbundenheit und wir sitzen alle im selben boot so einen ähnlichen hashtag hast du in deinem artikel auch benutzt we are all in this together und wer sich danach sehnt nach ein bisschen gemeinschaft setzt sowas mal auf gerne auch über landesgrenzen weg john lebt in new york also wir sind immer acht uhr morgens neun uhr morgens seinerzeit zusammen für diese stunde und das ist wirklich einer der tollsten kollaborativ experimente die ich je gemacht habe wir haben alle vier angst dass dieser zu ende sein könnte haben uns vorgenommen dass wir die letzte folge oder unsere letzte woche dann auch live mal machen wo wir uns treffen wir hoffen dass wir dann auch bald wieder reisen finde ich einen coolen aufruf gerade jetzt dann hat man eben mehr als nur zu sagen man trifft sich auf ein bier sondern man hat einen plan es gehört zur arbeit und gerade jetzt ist es glaube ich sehr 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 wertvoll vielen dank also wirklich coole insides die helfen ich gucke einmal noch mal hier in den chat rein parallel nicht wundern wenn ich aufs handy gucke a habe ich gerade christina hier übers handy drin und b kommen hier mal nützliche sachen rein vielleicht mal den hinweis warum wir rosa verwenden im studio oder rot hier ist es rot es ist das einzige licht im hintergrund das nicht flackert wir haben hier ein fernsehstudio improvisiert in zwei tagen leute und zweitens warum der ton so blechern ist wir haben auch improvisiert weil hangout schlapp gemacht hat haben wir also handy reingeschaltet also wir versuchen unser bestes um hier live auf sendung zu sein und das dritte was wir improvisieren jetzt muss ich einmal in die regie schalten einmal bitte in die regie hast du schon nudel was aufgesetzt eigentlich shoutout so kann ich nicht arbeiten ich habe ich habe noch kein nudel wasser aufgesetzt nein es wäre ja wirklich wo sind wir denn hier also ihr merkt schon wir haben hier normalen betrieb wir sind die einzigen beiden die hier sind ab und zu kommt ein delivery boote vorbei deswegen wird so viel geklingelt weil wir unseren leuten die überall verteilt sitzen sachen per kurier zukommen lassen oder per dhl die jetzt noch hier sind vielleicht also auch ein guter hack und das dritte weil michael gerade sagt er benutzt whatsapp und einige rollen mit den augen wir haben gestern eine session gehabt von sven weizenegger der da war zum thema cyber security und micha der bei uns im team für security verantwortlich ist arbeitet sehr eng mit meinem cast zusammen das ist ein wirklich großer security anbieter und daniel hat gerade im chat ein link gepostet von meinem cast die dort home office tipps geben die man jetzt beachten sollte zum thema security unterschätzt das nicht das ist wirklich wichtig ja yes so hier kommt noch ein kommentar warte warte jetzt bist du wieder laut ja und zwar zum thema home office natürlich hat man da auch auf linkedin learning extrem viele gute beispiele tipps und tricks also nicht nur aber auch auf linkedin learning gibt es dazu ganz viel auch zum thema virtual leadership virtual collaboration communication and crisis situation sowas alles findet ihr auch alles auf linkedin learning super ich habe den das ist super und ich gebe hier noch mal einen hinweis von einem unserer zuschauer christian schreibt ich glaube jeder der hier ist hat weniger probleme bei dieser umstellung da wir uns alle schon mit dem thema new work beschäftigen weit problematischer sehe ich den großteil der das noch nicht hat deswegen schaut auch an alle die hier zuschauen und an auch jetzt christina dicht jetzt unternehmen die wir zuschalten bitte teilt den stream michael und ich haben beide zugesagt wir stream so lange wie wir es schaffen jeden tag live jetzt gerade um diese ideen zu teilen wir starten deswegen um elf weil die einheit ein bisschen früher eine kaffeepause machen man das über die mittagspause auch mal stream kann man kann auch später reinschauen und wir sehen zu dass jeden tag mindestens drei vier spannende gäste dabei sind so wie du jetzt hier in dem stream ja vielleicht letzte frage christina letzter frage block wenn du es erzählen darfst und magst wie ist die stimmung bei beierstop insgesamt wie kommuniziert euer vorstand den ich zum großteil kennengelernt habt wahnsinnig begeistert war wie die in diesem in diesem festival mit euch gesprochen haben kommen sie offen die sind wie offen die euch auch da gechallengt haben euch zu zeigen euch eure ideen zu präsentieren wo es vorstände gab die auf der bühne live erzählt haben was sie jahrelang falsch gemacht haben in ihrer karriere ihren biggest fail geteilt haben also wirklich eine kultur die ich bemerkenswert finde mich würde interessieren weil ich glaube dass das so ein unternehmen auch in so einer phase vorbildlich ist dass solche kultur hat wie wie geht das bei euch wie wird mit corona weltweit umgegangen wie seid ihr in verbindung wie wie kommuniziert der vorstand also es gibt bei uns natürlich regelmäßig auch updates auf wir haben im intranet das eben allen auch zur verfügung steht da kann man sich wirklich auch tagesaktuell informieren es gibt auch post dazu plus es gibt natürlich für die jeweiligen bereiche auch dann entsprechend die daily calls also ich habe das vorhin schon mal kurz erwähnt dass meine meine chefin die eben direkt an unserem oder unter unserem hr vorstand hängt und dann berichtet da gibt es sowohl abends als auch morgens ein call mit wirklich aktuellen informationen und die klare message ist das ist halt dass wir also hauptsächlich geht es darum dass es allen gut geht auch so die diese entscheidungen zu treffen wir sagen jetzt erstmal komplett oder schicken europa insofern das eben möglich ist im home office das war eine vorsorge maßnahme die aber auf jeden fall glaube ich ganz persönlich meine meinung auch richtig war dann in dem moment die entscheidung zu treffen und ganz klar also die das wohl der mitarbeiterinnen und mitarbeiter steht an allererster stelle wir schaffen das also wir haben schon auch andere schwierige zeit oder krisen auch gemeistert und wir sehen das jetzt ganz pragmatisch und es wird sich irgendwie alles finden und auch so was so flexibilität von arbeitszeit regelungen und so weiter angeht also da wird gerade auch in jeglicher hinsicht natürlich geschaut dass man eben entsprechend auch rücksicht nimmt auf die ganz persönliche situation ich habe das ja vorhin auch kurz angesprochen dass eben bei vielen jetzt noch die kinderbetreuung dazu kommt und da muss ich sagen also wird eben auch ganz klar das signal auch gesendet so ja wir schaffen das also wir wir zusammen und wir schauen jetzt einfach dass wir das beste aus dieser situation machen und dass es weiter geht natürlich auch die kunden aber nicht vergessen es geht natürlich auch weiter und natürlich gibt es auch da besondere herausforderungen für eben die kolleginnen und kollegen die in der produktion arbeiten das darf man nicht vergessen also wir haben ja nicht nur white color das darf sondern auch blue color das darf das mal so ausdrücken und da wird eben auch gerade geschaut also wie man da eben ganz pragmatische flexiblen lösungen auch finden kann dass eben da auch nicht gefährdet ist und das ist es auch nicht also da kann ich sagen also Hut ab super toll super mich total zu hören vielen vielen dank dass du dir die zeit genommen hast du ausführlich zu berichten das war ein toller einblick und schaut zwischendurch mal in die kommentare mit rein wie gesagt die sendung zeichnen wir auf teil das gerne auch intern unser ziel ist jetzt wirklich alles an an den dingen reinzupacken die dabei helfen die ausbreitung zu stoppen aber trotzdem den laden am laufen zu halten das ist unser ziel insofern das war sehr sehr hilfreich und ich ich habe viel dazugelernt vielen dank christina dass ich dabei sein konnte hat mich sehr gefreut danke schön ciao danke und bis bald cool danke für den kontakt michael das war ja initiative von dir omp du hast das licht geändert wow ich hoffe ihr seid zufriedener damit also ihr seht ja wir improvisieren live arbeite ich jetzt bei twitter oder bei facebook aber ich komme mir noch grisselig rüber nö ich finde ich ziemlich scharf gerade passt da nicht aber es ist du also es ist improvisiert wie auch wir improvisieren wie gesagt sind dabei und da war jetzt einiges dabei was ich noch nicht kannte gerade learning themen freelancer themen ich fand es sehr hilfreich schön ja danke dafür nein christina wirklich tolle tolle junge frau die da echt mega job macht mega team bei beiersdorf und ich finde es schön wenn wenn wir eben immer wieder beispiele zeigen von menschen die die wasser die positiv jetzt versuchen was was beizutragen dass jeder auch seine seine ängste hat ist klar und die wollen wir auch da werde ich auch morgen ich bin jetzt schon dabei ja parallel immer auch mal zu recherchieren dass du morgen mal top fünf sind morgen will ich auf dieses thema psychologische belastung mal eingehen mit einem konkreten podcast tipp also wir sollten auch die 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 traurigen seiten auch immer wieder ansprechen aber ich glaube eher in so einem 90 10 wir wollen gucken gute beispiele vorangehen genau ja tatsächlich genau psychologen ist gutes thema wir haben da einige spannende dabei die sich auch mit familiensituation familienpsychologie auseinandersetzen und wir werden auch mit leon windscheid sprechen der mit arze schröder zusammen ein podcast macht der selber auch psychologie studiert hat genau und sehr sortiert war bei uns im podcast der lust der kann die folge reinhören das ist eine gute folge hat natürlich nichts mit der situation jetzt zu tun aber wir werden ihn hier hier live reinziehen ich glaube donnerstag oder freitag weil er ist ein sehr klarer kopf und denker und ich bin echt gespannt was er dazu sagt zu dem thema auch das ist auch der podcast auf den ich abgezielt habe jetzt hast du schon gesagt jetzt sage ich es kurz ich werde trotzdem morgen als einen der top fünf punkte bringen folge 25 von podcast betreutes fühlen atze schröder und leon windscheid über die panik die die welt verändert und die machen ja immer das große gefühl das ist eine große gefühl und ich freue mich schon auf die folge und genau wir können sie ja beide mal anschreiben ob sie lust haben ich würde auch atze gerne befragen der nun als comedian auch events abgesagt hat und davon durchaus betroffen ist und fand ihn einfach sehr stark ja und werfer sehr sehr gespannt zu hören was er noch dazu zu sagen ich frage ich frage ich frage einfach beide nachher mal ob die lust haben rein zu cool ich muss noch mal sagen ich will ganz kurzes kompliment hier an unseren bildregisseur tonregisseur nudelwasser kocher ne nudelwasser hat er immer noch nicht gekocht also es ist einfach großartig das bild ist so spektakulär was ich jetzt sehe es ist leicht violette ich bin also völlig geflasht das ist auch noch quasi die 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 studio outfit grafik mit blumen also die kinder haben die lichter aufgestellt heute morgen also ich hoffe es gibt nicht ärger die mussten die pfeile suchen und die lichter aufstellen katinka die blumen ausgerichtet und mp da die lichter sortiert also was ganz ehrlich man könnte jetzt auch irgendwas senden aber uns ist es auch wichtig zu zeigen wir machen das wirklich mit passion wir machen es deswegen so aufwendig weil wir da spaß dran haben wir haben das auch jetzt genutzt als okay wir haben eine eine firma zu managen und eine familie völlig klar und das fließt alles gerade ineinander über das heißt was wir hier machen ist echt freischwimmen also es ist eine komplett neue übung aber michael danke dass du das so wertschätzt das freut mich sehr nein wirklich das kann man gar nicht oft genug sagen und auf die gefahren dass es irgendwie jetzt einer dann irgendwie auch unterstellt wir wollen uns hier selbst vermarkten dass so viel leidenschaft die aus eurem team da rein rein fließt ich weiß auch dass deine kolleginnen und Kollegen dann auch dich ja covern bei anderen sachen es ist echt toll und ich bin dankbar dass ich dabei sein darf ich habe jetzt eine kleine idee bevor wir unseren nächsten gast gleich dabei haben ob wir nicht noch die eine nette sache teilen wollen die die ich euch heute morgen geschickt habe christine eumann hat mir geschrieben ich lese mal ganz kurz vor was sie geschrieben hat christine ist der new work facilitator loop approach fellow und graphic recording und visual facilitation so das klingt jetzt mal schwierig aber ich werde euch erzählen was es ist aber sie schreibt erstmal sehr sehr nett hallo michael ich habe euch heute live zugehört sie hat gestern geschrieben und ein graphic recording erstellt ich würde gerne wissen ob es für euch okay ist wenn ich das veröffentliche es gibt mir hier um augenhöhe kurz zu mir ich bin loop approach fellow bei der dive in berlin gute freunde von uns und zudem graphic recorderin jetzt auch in diesen zeiten neue routinen und arbeitsfelder und möchte aufmerksam machen als remote graphic recorderin und unabhängig davon ziehe ich aus euren podcast und co unglaublich viel wissen und kraft das möchte ich gerne teilen es wäre toll wenn ich das veröffentlichen könnte instagram linkedin okay liebe grüße christine ich habe geschrieben wow schickst du das in hoher auflösung sehr gerne dürfen wir das in der sendung zeigen und deine nachricht vorlesen da hat sie geschrieben ja natürlich super super gerne und dann haben wir das gemacht und sie hat auch geschrieben dass sie heute wieder dabei sein wird vielleicht hört sie das gerade würde mich wahnsinnig freuen also shoutout christine eumann wird geschrieben o y m a n n man findet sie unter anderem auf linkedin und vielleicht kann mp ja mal ganz kurz dieses geile ding michael guck mal auf den stream schon lange geschehen ich finde es einfach so großartig will jetzt gar nicht reingehen ist bild aber ich bin hammer konferenzen bin und mein vortrag ist glaube ich drei oder vier mal hat das stattgefunden so grafisch recorded worden das ist für mich immer ein highlight ich habe das geliebt das erste mal ist das in hongkong vor vier jahren bei tedx passiert aber dass das hier quasi über drei stunden und 30 minuten jemand für uns macht also ich bin total gerührt und total wahnsinn richtig richtig krass vielen vielen dank wir werden das auch posten auf jeden fall auf jeden fall auf jeden fall instagram linkedin machen und aber so geht es und das ist natürlich wollen wir auch leuten helfen die etwas tolles können sich zu vermarkten und warum sollen wir sowas wie christine uns schenkt nicht auch laut raushauen ich gucke es gerade hier nochmal nach finde ich richtig geil schickst du mir das nochmal separat als link ich haue es nachher mit raus ja geil hammer also das ist wirklich gute energie die hier draußen ist und ich würde gerne das nächste thema einleiten und einmal ganz kurz ankündigen was jetzt kommt wir werden uns jetzt mit dem thema digitale bildung auseinandersetzen aber auch digitale politik so circa um eins geht das los pi mal daumen genau wir warten wir warten auf unseren gast ganz entspannt können wir gleich anmoderieren aber ich habe auf jeden fall einen einspieler der davor ganz nützlich ist und zwar hatte ich gestern eine doku erwähnt die ein arte redakteur gemacht hat aus der quarantäne in peking mit seiner frau ich habe jetzt gerade den namen vergessen die ist jetzt gleich in dem einspieler zu sehen diese doku lohnt sich sehr das heißt quarantäne tagebuch das machen jetzt einige aber das finde ich besonders bemerkenswert weil die sind natürlich wochen voraus und als ich das gesehen habe das ist schon ein paar tage her das muss bei unserem letzten retreat gewesen sein mp der war februar ne ende februar sechsundzwanzigster fünfundzwanzigster er zuckt mit den arschultern egal auf jeden fall ein paar wochen her und ich war so als ich es ging habe und dachte ich boah krass aber wenn wir jetzt mal bei uns überlegen was das bedeutet finde ich wichtig dass man genau anzuschauen um nüchtern zu sehen was da auf uns zukommen könnte kann höchstwahrscheinlich kommt und den ausschnitt den wir rausgezogen haben sind zwei minuten wie eben die frau von ihm das ist eine chinesin mit ihrer nichte kommuniziert die seit wochen schon per e-learning ihre schulsachen macht und das schauen wir uns jetzt einmal vorher an lülü ruft ihre cousine an um zu erfahren wie es deren tochter geht seit mehreren wochen ist die siebenjährige nicht aus der wohnung der familie herausgekommen warte ich hole sie sie zieht sich gerade um die schule ist natürlich geschlossen der unterricht findet am bildschirm statt wie läuft das mit der schule erzähl es deiner tante ich setze mich an den tisch und mache den fernseher an da lerne ich meine lektionen und wenn ich fertig bin gibt die lehrerin mir meine hausaufgaben sprecht ihr über skype miteinander so wie wir jetzt nein vorher war das so die lehrerin konnte uns sehen aber jetzt läuft alles über den fernseher und die lehrerin kann uns nicht mehr sehen lülüs cousine zeigt uns wie der alltag ihrer tochter abläuft tong tong ist einzelkind ihr tagesablauf in quarantäne ist minutiös durchgeplant um 8 uhr aufstehen dann frühstücken den restlichen vormittag hat sie virtuellen unterricht und wie in der schule beginnt dieser mit gymnastik nachmittags steht sport auf dem programm tong tongs leidenschaft ist das tanzen achte darauf dass deine bewegungen nicht zu eckig sind schau wie ich es mache da sie nicht raus kann bekommt sie eine online stunde live das ist nicht aufgezeichnet sondern live so lernen die kinder zurzeit was trägt deine lehrerin auf dem kopf ein bandana sie sieht aus wie eine sängerin der pekingoper einmal mehr treibt uns die langeweile nach draußen seit zwei tagen hat sich das kontrollsystem verändert so wir sind jetzt am improvisieren hier einmal gerade für unseren nächsten gast aber ich fand diesen beitrag sehr spannend ich weiß nicht michael ob du den parallel angeschaut hast ansonsten schicke ich jetzt noch mal eine einladung raus dann könnt ihr das nochmal versuchen mit dem login wir kriegen das auf jeden fall gleich hin dann mache ich mir keine sorgen du kannst ja vielleicht einmal einleiten während ihr das im hintergrund noch versucht zum thema digitale bildung und digitale politik beziehungsweise unseren nächsten gast mal ankündigen der war nämlich auch im podcast genau unser nächster gast wird katja suling sein stellvertretende parteivorsitzende der fdp stellvertretende fraktionsvorsitzende im bundestag und vorsitzende der fdp im land hamburg und ihr spezialgebiete ist die digitale bildung und wir werden natürlich auch mit ihr darüber sprechen wie eigentlich fraktionen digital arbeiten in so einer zeit und ich kriege aber gerade hier von ihr das zeichen dass sie noch keine einladung hat vielleicht sollten wir jetzt ganz kurz drei minütigen break machen um das nochmal zu klären pausenbild oder wollen wir vielleicht das trainingsvideo von deinem trainer vorziehen ich weiß nicht also auf jeden fall ist keine chance dass sie reinkommen alles gut okay pass auf dann machen wir jetzt super super kurzen break bleibt dran ein zwei minuten wir klären das einmal gerade und sind dann gleich wieder da pausenbild zu lange one second mp baut die pause rein so wir sind wieder zurück auf sendung und bevor ich jetzt katja begrüße da wir ein fernsehsender improvisieren hole ich euch jetzt einmal ab was hier passiert ist im hintergrund also ich hatte das ja erzählt meine leute sind in der welt momentan verteilt sowieso die mussten jetzt ipads zugeschickt bekommen ziemlich schnell fürs training und ich habe heute morgen für meine kinder paw patrol ausmalbilder aufgemalt eine empfehlung die ich allen eltern geben kann allerdings waren noch ungefähr 18 druckaufträge im drucker was dazu führte abgesehen davon dass wir katja nicht in den hangout schalten konnten dass wir hier gerade am rotieren waren das also zum hintergrund aber ich kann es bestens empfehlen es lohnt sich sehr die kinder sind glücklich und die ipads sind verschickt und jetzt begrüßen wir bei uns hier katja suring hallo hallo christoph hallo michael danke dass du dir die zeit nimmst noch jemand da nehmt wir dreise das genau das ist genau richtig und das ist toll dass du dabei bist wir hatten dich im podcast du bist nämlich im bundestag du bist auch noch stellvertretende partei und fraktionsvorsitzende für die fdp ihr seid sowieso eine schon extrem digitale partei was auch noch cool ist und du bist zum thema die digitales lernen unterwegs da haben wir im podcast schon viel darüber diskutiert und ich glaube es gibt keine bessere zeit um diese themen jetzt gerade an zu diskutieren willst du einfach mal ein bisschen aus deiner aktuellen lage erzählen und dann tauchen wir in verschiedene themen ein wie auch immer und sie fangen wir doch mal an mit mit der arbeit in der fraktion die natürlich weitergehen muss es gibt viele themen die jetzt ein stück weit on hold sind aber es gibt viele bereiche die mit der aktuellen lage zu tun haben die geregelt werden müssen wir haben ja in der letzten woche da war noch eine reguläre sitzungswoche im deutschen bundestag in einem parlamentarischen schnellverfahren und die neuen regelungen zum kurzarbeitergeld beraten und beschlossen das dauert normalerweise wochenlang so etwas mit parlamentarischen beratungen erster zweiter dritter lesung ausschussberatung vielleicht noch mal eine experten anhörung haben wir gestern letzte woche alles im schnellverfahren gemacht und da werden noch mehr dinge zu regeln sein die eine gesetzliche grundlage brauchen die kann ja nur der deutsche bundestag schaffen deswegen werden wir auch in der nächsten woche noch mal zusammenkommen müssen und arbeiten müssen und wir als fraktion das ist eben angesprochen wir sind tatsächlich die digitalste fraktion im deutschen bundestag wir haben die chance genutzt die uns 2017 geboten wurde nämlich die möglichkeit dass wir als fraktion ja wieder nach vier jahren parlamentarischer pause neu angefangen sind und da haben wir unsere gesamte fraktionsarbeit so aufgesetzt dass wir an sämtlichen initiativen seines anträge positions papiere kleine anfragen große anfragen an die bundesregierung alles was man sich so vorstellen kann das bearbeiten wir in einem sehr sehr ausgefeilten intranet wo wir kommentieren können wo wir miteinander von wo auch immer in der welt zusammen arbeiten können das ist richtig gut das machen wir natürlich jetzt auch weiter und das nutzen wir gerade jetzt wo sämtliche fraktionsmitarbeiter aber auch sämtliche mitarbeiter aus allen abgeordnetenbüros im home office sind nutzen wir das und haben da die möglichkeit fast genauso zusammen weiter zu arbeiten wie wir das bisher konnten das heißt wenn wenn man jetzt mal als quasi bundesbürger aktuell reinguckt du hängst zwischen ja verschiedenen rollen du hast einmal euren geschäftsbetrieb zu managen das ist das eine plus es kommen wahnsinnig viele informationen rein ich weiß wir hatten uns vor ein paar wochen gesehen das letzte mal in berlin zu einem podcast oder beim genau mein podcast da war es alles noch relativ ruhig kannst du mal so ein bisschen aus dem aus dem bundestagsbetrieb einen einblick geben wenn das möglich ist wo du sagst okay wann habt ihr gemerkt okay jetzt wird es krasser wie gehen die infos rum wie kann man sich das vorstellen was gerade so ein bisschen passiert also die letzte woche die lief bis mittwoch bis mittwoch noch ziemlich normal dann hatten wir den ersten corona fall positiv getestet bei uns tatsächlich in der fraktion und ab da spürte man tatsächlich dass die flure leerer wurden dann haben die meisten bundesstagsabgeordneten ihre eigenen mitarbeiter aus den büros nach hause geschickt ins home office die fraktion hat die mitarbeiter nach hause geschickt also da wurde es dann wirklich schon gespenstisch leer auf den fluren der parlamentsbetrieb ging dann erstmal noch weiter aber auch da merkte man dass es weniger wurde dass die menschen mehr abstand hielten also spürbar anders jetzt kann ich nicht genau sagen jetzt sind ja alle in den wahlkreisen im prinzip also jetzt haben wir eine nicht sitzungswoche aber ich glaube wenn man jetzt vor ort wäre würde man merken dass im prinzip niemand da ist und alle umgestellt haben auf home office auch videochats auch telefonkonferenzen und sich nicht mehr physisch treffen jetzt habe ich mal eine frage du hast gesagt ihr seid die fraktion die 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 chance 2017 genutzt hat gleich digital als aufzusetzen was man das ja auch mal gezeigt und fand es sehr beeindruckend aber der bundestag an sich ist ja noch nicht digital das heißt wenn es wieder zum betrieb kommt nächste woche wenn ich jetzt da andere entscheidungen getroffen werden dann müsst ihr euch treffen um abstimmung machen zu können es gibt ja abstimmung mit handzeichen abstimmung namentlich wo er in der kabine muss wo er es ausfüllen müsst vielleicht kannst du das mal sagen wie das so im vergleich zu anderen ländern ist sind wir da schon auf dem richtigen schweig standard oder ist das jetzt sind wir da kalt erwischt ja da sind wir kalt erwischt muss man tatsächlich sagen also die geschäftsordnung des deutschen bundestages sieht nur abstimmungen vor die entweder also die alle in präsenzsitzungen erfolgen müssen dass das entweder wird offen mit handzeichen abgestimmt in der dritten lesung bei gesetzentwürfen geht das auch mit erheben also werden alle die zustimmen erheben sich in dem richtigen moment die die ablehnen wollen später und dann gibt es eben die namentlichen abstimmungen das sind diese abstimmungen wo man diese kleinen kärtchen in so ohren wirft das kennt man auch die bilder aus der tagesschau wo dann alle abgeordneten wie so trauben um so wahl ohren herum stehen und dann gibt es die tatsächlich die geheimen abstimmungen die per papier mit so einem zettelchen einer wahlkabine erfolgen dann in einem umschlag gesteckt werden und dann in die wahl oder geschmissen werden also diese drei abstufungen von von abstimmungen gibt es aber es ist nicht vorgesehen und auch technisch aus meiner wahrnimmung so wie ich das vernommen habe auch nicht möglich dass wir jetzt über kurze kurzfristig online abstimmung oder andere abstimmung hinbekommen um es möglicherweise zu schaffen gar nicht erst im plenarsaal zusammen zu kommen das scheint noch nicht möglich zu sein dass man daran noch arbeitet immerhin haben wir letzte woche schon geschafft am freitag hatten wir noch zwei namentliche abstimmungen zu auslandseinsätzen und da haben wir es immerhin schon haben wir die möglichkeit geschaffen dass die urnen auch in die in die lobby gestellt wurden also außerhalb des plenarsaals wo man dann über einen etwas längeren zeitraum die möglichkeit hatte die stimmkarte einzuwerfen um dann einfach zu vermeiden dass sich die trauben bilden wo natürlich dann die ansteckungsgefahr riesengroß ist vielleicht werden wir sowas machen aber andere länder zum beispiel frankreich die aus namen national die haben da irre geräte die drücken auf ein knöpfchen und in sekunden später wird das ergebnis an eine tafel angezeigt wie sind da weiter das geht durchaus andere länder machen das deutschland ist da echt weit hinterher was was diese möglichkeiten angeht wir haben wir sagen immer das föderale system hat also eine tradition bei uns ist wichtig vielen ist das gar nicht so klar das ist mir aufgefallen immer wieder wenn eine empfehlung rausgeht dass dann die länder entscheiden lokal jetzt vermischen sich natürlich ganz viele themen das ist bei der bildung genauso wie jetzt in der aktuellen situation was ist deine einschätzung deine meinung zu unserem föderalismus sehr sehr wichtig ist für unser land aber wie kann man das jetzt beschleunigen dass man schnell agiert ja das ist tatsächlich so dass wir jetzt in einer phase wo es ja auch auf geschwindigkeit ankommt wo es auch auf einheitlichkeit ankommt wo wir auch unsicherheiten vermeiden müssen ist stößt man an grenzen wenn man in einem föderalen system ist das werden wir jetzt auch kurzfristig natürlich abstellen können aber wir werden uns wenn wir durch die korona krise durch sind was hoffentlich bald der fall ist uns natürlich gedanken machen müssen wo der föderalismus so große schwächen hat dass wir sie abstellen müssen da werden wir uns jetzt einige notizen machen und die in einigen wochen und monaten wieder aufrufen da sind ja in anderen ländern wie österreich und frankreich da werden so zentrale anweisungen viel schneller durchgedrückt nach umgesetzt das dauert bei uns lange wir sehen ja im moment dann bundesländer die voran rennen also die bayern sind was bestimmte dinge angeht schnell gewesen das heißt wenn so entscheidungen anstehen wie schulschließungen kitaschließungen dann dann kann der bundes bildes bildungsministerin ministerin oder auch gesundheitsminister oder eine kanzlerin eine empfehlung geben kann sagen wir möchten das gerne aber sie kann es nicht anweisen theoretisch können ja sie kann es nicht anweisen wobei man natürlich schon sagen muss dass wenn die bundeskanzler etwas empfiehlt hat das natürlich schon den krank der anweisung die dann aber formal natürlich von den ländern umgesetzt werden muss das ist richtig und das ist ja auch in unterschiedlicher geschwindigkeit passiert also die schulschließungen das hat ja zwei drei tage gedauert bis alle bundesländer diese entscheidung getroffen haben und es gibt ja themen die noch kleinteiliger sind also das themen wie ob restaurants wann und wie aufhaben ist doch noch noch weiter ist auf bezirksebene oder wie läuft es da es gibt es gibt entscheidungen die schulträger treffen das ist sogar dann noch weiter runter geregelt das sind dann die die gemeinden die die entscheidungen zu treffen haben also das ist schon ein sehr ausdifferenziertes system was vorteile haben kann weil man natürlich dann auch die möglichkeit hat wirklich vor ort entscheidungen zu treffen die angemessen und 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 sinnvoll sind und da hat das föderale system auch durch große stärken aber in einer solchen situation wo man ja nicht sagen kann dass eine methode eine maßnahme die in einem stadt oder gemeinde xy notwendig ist ist ja nicht in der nachbargemeinde unsinnig also das ist ja es geht ja nicht mal geht ja noch nicht mal mehr um nationalstaaten es geht wir müssen eigentlich noch viel viel größer denken das was in deutschland notwendig und richtig ist ist jetzt auch in der gesamten eu und hat sogar in der ganzen welt richtig also da stellt man einfach fest dass diese kleinteiligkeit und das reagieren auf auf gegebenheiten vor ort jetzt gar nicht gefragt ist christoph zuerst ich würde gerne mit dir auch noch ein bisschen über das was wir heute morgen über über peter altmaier und olav scholz gesprochen die gestern bei steingart im podcast machen wir gleich zum schluss weil eigentlich ist unser schwerpunkt thema ja heute digitale bildung deswegen würde ich da jetzt gerne mal loslegen du hast in dem podcast den wir mit dir vor ein paar wochen aufgenommen haben dazu schon eine erzählt das können wir gerne aber noch ein bisschen zusammengefasst hier auch noch mal erzählen die zielgruppen sind überschneiden sich sind aber durchaus anders und dann hast du ein interview bei t online auch zu dem thema gegeben vielleicht fängst du mal wie christoph es gerade hau mal raus was du zum thema digitale bildung gerade siehst wo wir da stehen was aber position ist und dann vielleicht weil wir alle hier auch konstruktiv schauen was kann man jetzt ganz konkret machen wir wissen es gibt missstände wirst du auch gleich erzählen was die ausbildung der lehrer angeht aber was können wir jetzt ganz konkret machen um den bildungsbetrieb nicht komplett zum erliegen zu bekommen auch als eltern du hast auch kinder also wie wie gehen wir damit um ja also ad hoc werden natürlich die maßnahmen die wir schon seit jahren vorgeschlagen haben nicht umsetzen können die werden uns jetzt akut nicht nicht helfen können da kann ich aber gleich auch noch was zu sagen was man jetzt als notprogramm machen müsste ist und da sehe ich auch die bundesbildungsministerin gefragt dass wir notprogramme bekommen dass lehrmaterialien die ja vorhanden sind also außerschulische lehrmaterialien da gibt es ja einige anbieter die da für alle möglichen unterrichtseinheiten in allen klassenstufen in allen fächern auch video material lehrmaterial vorhanden haben dass das ein schüler jetzt zur Verfügung gestellt wird was ja jetzt definitiv ausfällt ist der also die der unterricht die wissensvermittlung was man noch auffangen kann das sehe ich auch bei meinen eigenen kindern ist dass aufgaben übungsaufgaben online über per mail zur verfügung gestellt werden wie dann von den schülern zu hause bearbeitet werden und dann über den gleichen kanal per e mail wieder an die lehrer zurück geschickt werden das kann man alles machen aber das fängt natürlich über wochen auch nicht die und die unterrichtsvermittlung auch und das ist schon ein problem und da sieht man jetzt in einer solchen phase eben dass es dass es ein fehler war dass man sich in deutschland so viel zeit gelassen hat um das thema digitale bildung tatsächlich auch flächendeckend umzusetzen jetzt hätten das tatsächlich gebraucht und da ist meine große hoffnung dass wenn wir jetzt irgendwann zum normalen betrieb wieder zurückkehren dass man auch wirklich beim letzten angekommen ist wie notwendig digitale bildung ist und dass das nicht irgendwas ist was irgendwie fancy ist und was irgendwie schülern schadet sondern das ist etwas was einfach dringend notwendig ist und wo mit viel mehr hochdruck daran gearbeitet werden muss wir haben vor ich glaube drei jahren von drei jahren mp als wir auf der omr waren mit verena paus da ein video aufgenommen das ist bestimmt so lange her gab eine riesen diskussion darunter zu digitaler bildung datenschutz und was alles ist das ist sehr typisch deutsch und ich hätte gerne mal zwei tendenzen wir haben hier nämlich ein kommentar von patrick rembe der schreibt ich bin vorsitzender des schulelternrats eines gymnasiums und begeistert von welchen individuellen lösungen unsere lehrer welche individuellen löser lösung unsere lehrer suchen um sich mit den kindern auszutauschen schreibt er gerade und verena hatte natürlich das extrem beispiel die sagt der frankreich kann auf den knopf drücken und das ausrollen genau das hast du gerade adressiert werden dir sachen zugetragen wo du sagst okay lass uns jetzt noch einmal gucken die stärke was das menschsein ja ausmacht ist in solchen situationen zu überlegen okay was tue ich jetzt und kannst du sachen teilen die du jetzt mitbekommen hast die du siehst wo du sagst wow irre das lehrer das gemacht haben und ich kann nur ermutigen jetzt dinge zu tun immer mit dem hinblick datenschutz datensicherheit alles richtig aber auch in erwägung was erfordert die lage jetzt also dass es natürlich jetzt viele lehrer gibt die unglaubliches leisten die jetzt auch kreativ werden das ist mit sicherheit so und das ist auch nur zu unterstützen da kann ich auch nur hoffen dass die schulen untereinander die kollegien solche best practice beispiel teilen und gucken dass man sich da gegenseitig unterstützt auch die technische voraussetzungen schafft sich gegenseitig ermutigt dass das flächendeckend hinzubekommen das ist gut und richtig und das ist großartig das wird aber eben leider nicht ersetzen können was was schon möglich gewesen wäre hätte man dieses thema einfach viel ernster genommen deswegen bleibt die notwendigkeit da an an themen zu arbeiten wie lehrerausbildung wie geschaffe ist das lehrer in ihrer erstausbildung aber auch im laufe ihres lehrer daseins immer weiter gebildet werden wie sie mit digitalen lehrmethoden wort umzugehen haben ich hoffe dass wir mit dem thema datenschutz weiter kommen natürlich ist es so dass bei bei ja wenn online lehrprogramme eingesetzt werden auch daten übertragen werden und anfallen die ja sehr sensibel sind also man geht mit noten mit bewertungen von schülern natürlich nicht leichtfertig um das sind daten die man wie einen besonderen schutz brauchen und deswegen braucht es da auch besondere datenschutzregelungen die es aber nicht gibt also all das muss einfach gemacht werden und ist leider noch nicht der fall ja die ich sag mal die ghetto hacks die wir immer wieder hier teilen wo wir sagen ja kann machen das können wir als erwachsen natürlich für uns selber verantworten und einschätzen jeder geschäftsführer muss das wissen wir werden auch noch einen datenschutzexperten reinholen diese woche aber das ist natürlich im umgang mit kindern und jugendlichen noch mal eine ganz andere nummer wir haben heute morgen die situation gehabt meine kinder waren hier im büro die sind für mich ganz klar aus dem netz draußen nicht weil ich da große angst vorab sondern weil ich möchte dass sie irgendwann mal selbst entscheiden können was sie wann wie tun und wie teilen das ist natürlich ein riesen riesen datenschutz thema was ist da dann auch zu unterrichten gilt völlig klar ich habe tatsächlich noch mal ein paar fragen zum thema kommunikation bei euch krisenkommunikation partei aber auch in der bundespolitik es gibt jetzt gerade natürlich auch heute morgen reingeschaut thema verfügbarkeit die netze netzstabilität und so weiter abgesehen von der gesamten infrastruktur drumherum aber wir sehen gerade wie wichtig jetzt zum beispiel das hier ist video kommunikation mit leuten in austausch bleiben und so weiter wenn sowas nachher fehlen würde weg sein würde was sind eure schnellen kanäle wie tauscht ihr euch schnell aus dass du weißt okay ich habe trusted sources ich gehe nicht auf jedes gericht musst du immer musst du immer super alert sein auf einen kanälen um deine themen voran zu bringen oder hast du auch eine chance dass du weißt okay ich kriege ein briefing einmal am tag also gibt es irgendwelche hacks die zuschauer jetzt auch mit benutzen können die ihr jetzt gelernt habt in dem sehr sehr schnellen politikbetrieb naja wir sind ja natürlich als politiker genauso wie jeder andere mensch auch nehmen wir konsumieren wir die öffentlich zugänglichen medien und natürlich erreichen uns auch fake news und wir haben da die gleiche herausforderung natürlich sortieren zu müssen was ist richtig was ist nicht richtig wir untereinander kommunizieren natürlich nochmal gesondert und anders ich mag mir gar nicht ausdenken was passiert wenn wenn irgendwelche netze zusammenbrechen sehe aber auch keine keine veranlassung zu glauben dass das passiert weiß ich gar nicht wo das wo das jetzt herkommt diese angst kann ich gar nicht nachvollziehen das ist natürlich das worauf sich die menschen jetzt stützen aber ansonsten wie gesagt haben wir als politiker genau die gleichen medien zugriffe wie alle anderen auch vielleicht erkläre ich das ganz kurz bei katja wir haben jetzt aus dem handelsblatt artikel heute morgen genommen das sind spanien da die an die grenzen kommen der netze und das dort schon empfohlen wird bitte macht eure streaming tv dienste nicht während der arbeitszeit also kein netflix und pornhub während der arbeitszeit wir haben dann gesagt die leute können nachts auch downloaden aber da gibt es grenzen aber das ist genau wie du sagst die deutschen betreiber sagen alle kriegen wir alles hin aber das ist alles ja theorie wenn jetzt wirklich alle anfangen jedes meeting in einem video call zu machen riesen datenmenge hin und her geschoben werden also ich glaube man muss da auch aufpassen wachsam bleiben bin aber auch der mal komplett zusammenbrechen wird natürlich ja ich glaube der panik auch nicht aber auch hier gilt natürlich ich meine wie lange reden wir schon über das thema ausbau der netze zu 5g natürlich ist ist das wichtig und nicht nur in einer solchen situation in der wir jetzt sind auch für viele andere team die die unser land ja auch in die zukunft führen soll wie zum beispiel das autonome fahren was nicht ohne 5g funktioniert erfordert riesengroße netze oder auch das thema landwirtschaft wenn ich wirklich die die möglichkeiten nutzen möchte technische möglichkeiten um dünger und schadstoff bekämpfung ganz gezielt einzusetzen da brauche ich auch anders als die bundesbildungsministerin einmal gesagt hat an jeder milchkanne 5g also das der ausbau unserer unserer technische infrastruktur der muss auch mit mit hochdruck vorangetrieben werden und wenn diese krise vielleicht ein gutes hat dann eben dass wir alle erkannt haben dass wir da einfach noch mal richtig gas geben müssen zahn zulegen müssen und zusehen müssen dass wir unser land zukunftsfest und krisenfest bekommen ja christoph ich würde gerne noch mal du bist jetzt schon wieder die allgemeine politiker ich wollte gerade ich wollte gerade auch wieder zurück zu digitaler bildung aber dann schießt eine frage ja was vielleicht wir können ja auch mal wir machen das ja auch jetzt irgendwie alle zum ersten mal hier oder zum zweiten mal weil vielleicht jetzt ein mini kreatives brainstorm ich habe gerade eine eine frage die mich beschäftigt auch aus dem gespräch mit mit eltern wo die kinder dann echt jetzt zu hause auch ein bisschen abhängen nicht so richtig in gang kommen mehr an der playstation hängen wäre es nicht eine idee wenn man versucht lehrer dazu zu ermutigen so wie wir ja auch immer den tipp geben dass manager so agieren sollen kleine youtube-filme zu machen an ihre schüler wo man wirklich sagt die nicht youtube sondern einfach erst mal überhaupt ein video machen das könnten wir hier auch noch mal live vorführen wie macht man schöne videos als lehrer wenn man kein stativ hat und kein mikrofon hat ich erinnere mal diesen hack den du mir mal erzählt hast stell dich mit deinem iphone ans fenster halt das iphone dann mach auch die kamera die zu dir zeigt oder auch natürlich samsung phone also mit dem smartphone kriegst das licht von draußen rein du hast automatisch eine gute beleuchtung du hast ein stativ weil du das ans fenster hältst und dann und so weiter also dass man diese kleinen hacks die du hast mal so aufbereitet und an lehrer verbreitet dass lehrer wirklich ein motiv haben jeden morgen einen kleinen film zu machen und an ihre schüler vielleicht katja du hast noch kinder die schule gehen haben die whatsapp gruppen mit ihren schülern gibt es doch wahrscheinlich alles und dass sie dann einfach morgens ein film reinschreiben und so ein bisschen auch nicht nur die unterrichtseinheiten digital zur füge stellen ja kann man machen aber irgendwie auch so eine art sozialen kontakt mit den schüler also für den zweck kann das sicherlich sinnvoll sein dass der lehrer einfach die kommunikation hält jetzt ad hoc flächendeckend zu empfehlen dass lehrer den unterrichtsstoff den sie sonst vor der klasse vermitteln würden jetzt per video vermitteln kann man machen muss man aber gar nicht weil es gibt ja schon so viele außerschulische lehrplattformen wo es tatsächlich jetzt mehrere anbieter ich mir jetzt keine namen aber die gibt es ja wo man wirklich jede jeden stoff den man sich irgendwie nur vorstellen kann schon in so kleinen videoeinheiten bekommt das kann man ja alles nutzen darauf kann man zurückgreifen das ist ja eben das was ich meinte dass die bundesbildungsministerin jetzt zusehen muss dass wir als not und sofort programm eben diese lizenzen für diese lehrfilme dass die jetzt ein schüler zur verfügung gestellt werden weil dann kann der unterricht auch was die vermittlung angeht gut weitergehen und dann kann lehrern am zweiten schritt weiter arbeiten fragen beantworten die die aufkommen ihre schüler mit aufgaben versorgen sie korrigieren das kann ja alles auch über andere kanäle erfolgen also da könnte man sich schon behalten und tatsächlich dadurch dass wir ja ein föderales system sind sollte man die stärke ausnutzen und dann eben die lehrer jetzt in die verantwortung gehen und sich selbst mal wieder stoff aneignen reinlesen nachlesen gucken und sich nicht darauf verlassen dass es jemand rein liefert sondern zu gucken ich konzentriere mich als lehrer auf die inhalte habe aber auch eine aufgabe mich damit auseinanderzusetzen was es da draußen gibt weil das ist gerade eigentlich gesagt es gibt wahnsinnig viele plattformen anbieter gerade jetzt viele artikel in die man sich einlesen kann das ist dann die aufgabe die ein lehrer hat und vielleicht hat der eine oder andere lehrer der auch zuhört auch gerade ein bisschen zeit zu hause und könnte das tun wir werden sonst noch was zusammenstellen ich habe mich gerade bei uns in slack parallel mal reingeguckt wir haben ein mitarbeiter der hatte gestern andy mehrere sachen zusammengestellt aus den news was es an apps gibt können wir nachher noch mal teilen ich finde den vorschlag toll katja dass du sagst da irgendwie von staatlicher seite auch geld für zur verfügung zu stellen dass diese abos macht vergeben werden können dass ich auch an diese firmen appellieren die alle super hilfsbereit sind die alle sagen wir unterstützen das die wir jetzt alle wissen welche verantwortung sie haben die da auch hilfsbereit sind muss einfach nur einmal zentral und da sehe ich wirklich die bundesbildungsministerin dafür sorgen gesorgt werden dass dass diese lizenzen zu stellen und auch die gelder dafür notwendig sind wichtiger punkt eigentlich also thema geld es gibt jetzt kredite für unternehmen und co gibt es jetzt eine möglichkeit in der situation auch zu sagen man gibt gelder frei ich habe keine ahnung ich habe die news nicht gelesen und nichts gibt man gibt gelder frei zum thema homeschooling digitalisierung etc gibt es da was also da sieht man ja auch in der politischen landschaft dass sich inzwischen ja alle einig sind dass man in einer solchen existenziellen situationen in der wir uns befinden jetzt nicht vorrangig die schwarze null halten will auch wir als freie demokraten die ja immer darauf geguckt haben dass wir bevor wir zu sehr in konsumtive also in konsum ausgaben gehen immer erst mal gucken wie wo wir an welcher stelle wir einsparen können damit wir die schwarze null halten können weil unser credo immer war dass es unverantwortlich ist nachfolgende generationen schulden zu hinterlassen in einer jetzigen situation in der wir sind tritt das aber zurück wird das zweitrangig jetzt geht es wirklich darum dass man den den unternehmen hilft in dieser situation überhaupt bestehen zu können also wenn das wenn das noch ein paar wochen so weitergeht dann werden wir eine flut von von insolvenzen erleben und das gilt es natürlich zu vermeiden da reicht es auch nicht aus darlehen leichter auszukehren da reicht es auch nicht aus steuerschulden zu stunden da wird es auch wirklich liquiditätshilfen geben müssen gerade für die kleineren unternehmer für die soloselbstständigen für die kleinen gewerbetreibenden die das sonst nicht überleben werden und das ist für uns jetzt ganz ganz wichtig dass wir unsere infrastruktur die dahinter steckt dass wir die am laufen halten da wird die bundesregierung noch sehr viel mehr machen müssen um das bereit zu halten da reicht es nicht aus nur zu sagen dass die arbeitsplätze sicher sind da müssen dann auch die entsprechenden maßnahmen getroffen werden damit das dort eingehalten werden kann dieses versprechen dass herr altmann sehr vollmundig gegeben hat wir sind hier große fans von eben nicht panik sondern genau das was du gerade sagst jetzt nach vorne gucken was machen wir draus und genau das will ich auch teilen ich immer einen kommentar hier von von christian noch mal teilen den reingegeben hat der kommentiert gerade sehr viel aber in einem wort hat er gesagt school tube das wäre es anstatt youtube school tube vielleicht können wir in deutschland auch mal irgendwie eine innovation innovative plattform auf die beine stellen in solchen zeiten gibt es eben alle kennen das natürlich die chance ich diese diese verschiedenen anbieter ist tatsächlich gibt ich habe viele von denen kennen gelernt die noch mal ein bisschen stärker auch in den fokus zu rücken aufruf an die nutzer die hier kommentieren wenn ihr gerade parallel am recherchieren seid und das ein thema für euch ist stellt das doch mal hier zusammen kommentiert es rein in den thread dafür ist es da teils raus unter dem hashtag csr live ich habe jetzt vielleicht im anschluss noch mal die frage jetzt werden die schüler wie versorgt man wird irgendwie eine möglichkeit kriegen dass sie auch dinge machen klammer auf im universitären betrieb im ausland sieht das schon viel besser aus also meine beiden söhne einer studie in sparen einer in dänemark haben alles sofort alle professionen konnten sofort auf video tutorials umschalten da geht das einfach so weiter bis hin auch zu prüfungsleistungen die wir hinkriegen präsentationen die die auch selber dann machen das wirklich toll zu sehen aber jetzt haben wir ja sowas wie ein abitur was auf uns zukommt wie siehst du denn da die lage aktuell also mein großer sohn soll eigentlich ab ab mitte april das schriftliche abitur ablegen ich bin mal gespannt ob das wirklich der fall sein wird die hatten jetzt gerade in hamburg zwei wochen frühjahrs ferien sind jetzt nicht in der schule und ich glaube auch nicht dass sie vor mitte april wieder zurück in den unterricht gelangen keine ahnung ob die ob nach wie vor daran festgehalten wird diese termine zu halten oder ob es da noch mal eine verschiebung geben wird aber es ist natürlich für gerade für alle schüler und das sind ja nicht nur die abiturienten das sind in manchen bundesländern ja auch die den mittleren schulabschluss den hauptschulabschluss schreiben müssen die prüfung dafür machen müssen das ist nicht einfach das ist eine große herausforderung ich denke da werden wir auch abwarten müssen wie man darauf reagiert es gibt noch keine notfallplanung ist das ist im moment noch nicht im fokus gibt schon irgendwie schon überlegungen dass wenn man verschiebt dann heißt das natürlich auch automatisch dass im abitur die die zeugnisse später vorliegen müssen das möglicherweise fristen die die universitäten für die wintersemester einheit nicht gehalten werden könnte da muss man natürlich alles anpassen das ist natürlich eine ganze kette an dingen die das nach sich zieht aber ich bin mir sicher und darauf deutet ja auch alles hin dass man das notwendige tun muss und wenn es bedeutet dass man das abitur verschieben muss man uns auch nicht riskieren kann ein abitur jahrgang dann auch physisch in die schule zu holen um dann das abitur schreiben zu lassen das ist ja auch nicht so ganz trivial auch wenn man jetzt vielleicht mehr räume zur verfügung stellt weil die anderen schüler nicht da sind trotzdem bleibt das natürlich eine herausforderung und ich bin mir sicher und das zeigt ja auch haben ja auch die letzten wochen gezeigt dass man in diesem land trotz föderalismus doch sehr flexibel reagieren kann und das tut was notwendig ist damit die gesundheit der menschen gewährleistet ist aber trotzdem das leben irgendwo weitergehen kann ja danke für die für die einblicke also dass das finde ich sehr hilfreich und fand das wichtig noch mal den blick darauf auch zu bekommen weil es geht eben nicht nur um die kurzfrist und jetzt sagen panik panik was machen wir alle sondern natürlich auch was was kann man jetzt daraus lernen und was kann gemacht werden das finde ich wahnsinnig wichtig ich gucke einmal in die kommentare ob ob es irgendwas gibt deswegen einmal ablenkung ich lasse euch beide aber ganz kurz genau michael ja ich würde natürlich gerne ihr seid natürlich auch eine partei die für das thema wirtschaft sich extrem interessiert und auch kompetenz hat die auch gesehen wird jetzt haben wir gestern ein podcast von gaber steingalb gehört von unserem wirtschaftsminister bundeswirtschaftsminister ich gehe da noch mal rein in das was er gesagt hat er hat dort gesagt quasi dass liquidität unbegrenzt zur verfügung stehen wird dass steuerstundungen geplant sind das heißt statt der sechs prozent in zinsen die ich auf steuer gestundete steuern zahle 0 prozent gesetzt werden verzicht auf pfändungsmaßnahmen wurde angekündigt flexibere regeln für liquiditätsmaßnahmen also um sehr schnell innerhalb von stunden tagen das war seine aussage die café zusammen mit wirtschaftsbanken die ja meist die hausbanken sind zur entscheidung bringen zu können kredit zu vergeben das klang so ein bisschen wie 100 prozent des ausfallrisikos wird über die kfw übernommen ich habe da ein vorgespräch mit ihr gehört dass ihr da andere stimmen gehört hat das ist er bei 80 20 bleibt wie siehst du dieses ganze thema jetzt wirtschaft in gang halten was sind die wichtigen maßnahmen ist liquidität das wirklich alles überstrahlende thema was ist da deine perspektive ja also die maßnahmen die getroffen werden die gehen schon die richtige richtung natürlich ist es jetzt wichtig dass so viel liquidität wie möglich in den unternehmen auch bei den über den freelancen und bei den selbstständigen bleibt deswegen ist natürlich nicht verkehrt steuern zu stunden all diese dinge zu tun und darlehen zu gehen das wird aber nicht ausreichen also a ist tatsächlich etwas was wir hören dass die kfw nur zu 80 prozent ein ausfallrisiko übernimmt was bedeutet dass die hausbanken die dann auf dem restlichen 20 prozent sitzen bleiben würden natürlich nicht einfach so kredite ausgeben sondern da wird es dann natürlich auch hohe bürokratische hürden geben da werden sich die banken absichern wollen und müssen dass sie da nicht zu hohen risiken eingehen also das muss geklärt werden und dann wird es aber auch nicht ausreichend alleine nur zu darlehen zu vergehen es gibt ja viele gerade kleine selbstständige kleine gewerbetreibende die jetzt ausfälle haben die ja nie zu kompensieren sein werden also der bäcker der ein ein brötchen backt oder der sportlehrer der eine tennisstunde gibt der wird ja nicht wenn das so weitergeht auf einmal dann zwei drei stunden am tag mehr geben dass das wird nicht so sein das wird ein ausfall sein der der bleibt und deswegen werden darlehen die möglicherweise jetzt ausgegeben werden gar nicht rückzahlbar sein also da werden wir anders arbeiten müssen da werden wir wirklich mit mit liquidität arbeiten müssen die zur fügung gestellt wird wir haben da einen klaren vorschlag gemacht wir haben gesagt dass jetzt für diese unternehmen ganz unbürokratisch anhand des letzten steuerbescheides einfach eine negative einkommenssteuer aufs konto gezahlt wird spitze abrechnen kann man dann später noch aber jetzt muss man erstmal dafür sorgen dass diese unternehmen überleben können was ich gucke einmal hier noch mal in den chat rein es fliegen jetzt ein paar kommentare rein ich schaue gerade mal das ist teilweise schwer ist wir bleiben einmal beim thema noch mal digitale bildung sich in den ganzen angeboten zurechtzufinden und jetzt schreibt patrick noch mal tatsächlich ob es eine quelle gibt die lehrer und schulen informationen zu kostenlosen kollaborationstools bereitstellt weil es ja eben noch keine weitere einigung gibt für bezahlte anbieter das ist ja hier kommen gerade ganz viele sachen rein schreibt jetzt schau mal nach twitter lehrerzimmer bei twitter also aufruf ich weiß nicht ob du was kennst aber ansonsten aufruf auch machen die nutzer okay hier ist eine lücke offensichtlich also wer zeit hat könnte man anfangen was zusammenzustellen wir teilen das dann sehr gerne ich weiß nicht kennst du etwas ob es eine quelle gibt wo man sich sonst informieren kann für lehrer dass sie wissen okay das ist eine trusted source für solche tools ich bin jetzt nicht der obertechniker also da müssen wir vielleicht unsere schuze nochmals sagen okay ja das ist ein lehrplattform aber ich will die namen jetzt ja 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 genau das ist völlig klar ja das ist glaube ich jetzt nicht das ist das ist okay also dann aufruf an euch die zuschauer und wir schaffen das jetzt nicht in der kürze der zeit da eine plattform für aufzusetzen aber wer sich gerade berufen fühlt den würde ich dann noch mal reinnehmen hier dass wir sagen okay das sind jetzt angebote da kann man sich einlesen da gibt es einen überblick das wäre doch sehr hilfreich in der zeit jetzt gerade vielleicht stoßen wir damit etwas produktives an ich habe mich interessiert noch mal eine frage hat ja wie du siehst wir haben ich gucke einmal auf die uhr genau wir haben noch einen ganz kleinen moment zeit michael schrieb gerade in einem der chats ein artikel aus china michael wir haben ich habe gerade einen artikel von der das ist eine würde ich nur sagen trustworthys source aus china das ist china daily.com.cn china's economy returns to normal da gibt es eine bezahlschranke aber dass die dass die in der am stärksten betroffenen provinz auf einer rate von fast 90 prozent wieder wieder sind also das heißt da wird wieder gearbeitet müsste das nicht eigentlich auch so ein signal an uns sein jetzt nicht in so horrorszenarien dass wir jetzt ein jahr lang quasi ausgangssperre kriegen und nicht mehr arbeiten also was ist so deine perspektive wie schnell kommen wir wieder in ohne dich da ist ja wieder ein festtag aber auch mit dem szenarien diskutiert auch mit dem blick auf china also mich interessiert tatsächlich auch deine meinung zu china wie die es gemacht haben weil das ist ja schon sehr fragwürdig aus unserer sicht teilweise trotzdem die chinesen haben sich etwas schwer damit getan gerade am anfang überhaupt zuzugeben dass es ein problem gibt das hat sicherlich auch dazu geführt dass sich die krankheit da das virus so schnell ausgebreitet hat da sind wir in deutschland ja anders umgegangen und ich glaube da ohne ich bin jetzt kein kein arzt ich kann das gar nicht beurteilen aber das was ich von den experten höre ist dass wir jetzt so drastische maßnahmen ergreifen damit wir jetzt gerade wo wir noch in der frühphase sind der ausbreitung verhindern dass es da diesen ganz drastischen anstieg gibt der dann bedeuten würde dass unser gesundheitssystem völlig überlastet würde wir noch ganz andere sterblichkeitsraten bekämen und auch in die notwendigkeit kämen über sehr sehr lange zeit unser wirtschaftsleben unser ganzes leben lahmzulegen das ist genau die idee dahinter dass ich jetzt drastische maßnahmen ergreifen um möglichst schnell aber da bin ich auch nicht die richtige zu sagen wie lange das dauern könnte aber möglichst schnell eben wieder in einen möglichst normalen zustand zu kommen das ist ja die idee dahinter und deswegen kann man ja auch nur an alle appellieren ich glaube das hat inzwischen jeder verstanden da wirklich vorsichtig zu sein und sich jetzt anders zu verhalten damit es möglichst schnell wieder besser wird es gibt da ich weiß noch mal darauf hin auch wieder auf einem meiner lieblingsquellen box dem youtube sender auf youtube das sehr sehr gute mini doku zum thema wie ist es überhaupt passiert also über diese food märkte was da passiert es wieder reagiert wird und auch vom robert koch institut warum das so wahnsinnig wichtig ist diese quellen herauszufinden ich bin immer ein riesen fan davon mich ja genau wie du auch von unserem chef virologen immer mal zu gucken wie was funktioniert wie sind die mechanismen weil das problem begleitet uns hoffentlich in einer lebenszeit nur einmal aber sehr unwahrscheinlich sowas kann es ja wieder geben wenn menschen einmal darauf konditioniert sind dass man dann weiß was zu tun ist also es ja vernünftig generell in einer grippewelle jedes jahr distant socializing zu betreiben anstatt immer nur socializing was ganz spannend war vielleicht ganz guter hinweis noch mal wird uns das normal passieren gestern auch im podcast gab er steingart wurde hat er eingespielt ein aus einer keynote von bill gates der vor vier jahren in einem vortrag gesagt hat das nächste mal wenn zehn millionen mehr als zehn millionen menschen auf der erde sterben werden wird es ziemlich sicher kein atomarer zwischenfall sein wie der reaktor anfall noch unfall noch krieg sondern es wird ein virus sein das hat er vor vier jahren gesagt und auch dann in diesem ich wollte diesen talk noch mal raussuchen was was eigentlich man machen muss um sich davor zu schützen und ich gehe davon aus dass wir jetzt natürlich sobald die erste welle abgeritten ist sich menschen damit beschäftigen werden wie müssen wir unsere systeme umstellen damit wir viel schneller reagieren ich glaube das werden wir daraus mitnehmen und lernen wenn wir wieder so etwas bekommen und das werden wir bekommen vielleicht dann einfach besser darauf vorbereitet und besser reagieren und dass man auch über die chinesischen märkte redet ob man tote katzen oder tote hunde so aufhängen muss und ich will kein bashing machen weil das kann in unseren hühnerfabriken und schweinebetrieben ganz genau so passieren es geht nur darum wir müssen auch und das ist ja auch unser thema christoph weil wir sagen new work ist nicht nur arbeitsbedingungen sondern auch was arbeiten wir wie gehen wir mit ressourcen um die natur um ich glaube diese fragen werden stellen müssen ist das eigentlich noch okay wie wir wie wir unser fleisch produzieren unter welchen risiken und da werden einige sachen zu lösen sein katja danke für die einblicke die zeit das vertrauen hier auch dabei zu sein das ist toll und vielleicht haben wir noch mal fragen zwischendurch und schreiben dich an wenn es wenn es noch was gibt ja sehr gerne vielen dank euch für die einladung und für das großartig was ihr macht und wünsche euch dann noch ganz viel erfolg und ganz viel gute zeiten gute gespräche vielen dank dankeschön so jetzt der chat läuft voll ich komme nicht mehr hinterher ist sorry dass ich so oft hier hingucke das ist keine unabgelegenheit nur ich schau ab und zu rein wir sind ja mal live stream also so ein bisschen müssen wir rein improvisieren definitiv ja krass doch das waren wir sind jetzt sehr hilfreich wir sind jetzt glaube ich schon fast wieder drei stunden auf sendung ich war auch gar nicht auf toilette hat noch nichts gegessen ja dann mach doch mal die regie die regie hat möchte auch was sagen gibt mal die chance auch so genau erstmal muss ich schauen ob unser nächster gast soundcheck gemacht hat nils schreibt gerade hat er noch nicht das machen wir gleich war da mal ganz kurz einmal nils gar kein stress will dich mal in den hangout ein ganz entspannt wir zeigen sowieso erst gleich das video und dann gucken ob das funktioniert du bist jetzt gerade quasi whatsapp live auf sendung genau jetzt haben wir das thema digitale bildung gehabt wir wollen aber im hex zeigen was man machen kann wie man dranbleiben kann und da ist mir eine sache eingefallen ich mache seit sehr vielen jahren sport mit einem trainer der mich fast fünf jahre begleitet ja ich weiß jetzt kann nicht jeder sein trainer und jetzt kommen die kommentare alles klar ist richtig aber darum geht es nicht ich mache das halt so weil ich gemerkt habe ich habe lange zeit kein kein sport gemacht hier ist jetzt gerade ich gebe mir schon mal frei dann kann er im stillen schon mal zuhören leise genau nils du kannst aber leise schon mal zuhören und ein bild schon mal einschalten und wir können gucken ob das funktioniert ich moderiere dich gerade an und was wir was ich dort gemacht habe ist der grund warum ich das gemacht habe war ich komme sonst nicht dazu bin eigentlich normalerweise in meiner rolle bei blackboot auch viel auf der bühne viel unterwegs fällt natürlich jetzt alles aus gerade aber dafür habe ich das vor allem gemacht um auch für mich körperlich fit zu bleiben und da ich viel unterwegs bin habe ich vor einigen jahren eben auch schon mal gesagt hey lass uns das auch mal über die distanz machen wenn ich unterwegs bin da war er sehr skeptisch am anfang wo ich mal der ist auch super cool und sagte nee er mag den persönlichen austausch wir haben das denn hier und da aber mal gemacht und ja haben das tatsächlich auch jetzt in der zeit über die distanz gemacht und was ich euch zeigen will sind zwei sachen er hat mich gebeten mit mit unserem content team machen wir eigentlich videos für unseren eigenen youtube kanal wir haben mal für michael eine doku gemacht für high rocks weil ich sehr viel spaß am film habe eigentlich das ist mein wirkliches hobby und ich möchte euch einen film zeigen den wir für nils für meinen trainer gemacht haben der jetzt gleich bei uns ist um mal so ein bisschen zu teilen was aus seinem job geworden ist weil er ist ein personal trainer erlebt davon dass er zu den leuten geht und mit denen trainiert er ist auch ein typ der eben sehr auf der emotionalen ebene unterwegs ist es ist ihm besonders wichtig und das will ich euch durch den film zeigen und danach gibt es noch einen kurzen einspieler wie er und ich momentan training machen und dann haben wir nils hier live im gespräch und können zu diesen themen fragen wie er jetzt mit seinen kunden in kontakt bleibt was er macht und so weiter hast du noch fragen dazu anmerkungen auch bevor es irgendwie man dann einer sagt ja jetzt promote der markt wirst du nicht selber ich finde es ein super beispiel weil wir damit zeigen auch nach freelancer also wie kann der das schaffen sein business zu digitalisieren und das kann man da kann sich ein coach was von abgucken ich finde es super gut also das video ist für nils ist es wichtig ihn zu promoten dass ich dann im video mit auftauchen ist weil das halt sehr einfach war wenn ich einen film produziere mit meinem team dann kann ich halt mitmachen ihr könnt das video toll finden oder nicht ist mir gelinde gesagt wurscht weil ich fand es super was der mp und die jungs hier gebaut haben aber es geht mir darum mal zu zeigen das wäre eigentlich sein job und was passiert jetzt weil wir haben darüber gesprochen auch mit ihm schon er wird sich jetzt auf wochen einstellen und lebt eigentlich von dem persönlichen kontakt also er ist einer der mit seiner familie dann auch davon betroffen ist baut doch gerade ein haus aber da wird er selbst gleich was zu erzählen jetzt erstmal den trailer von nils sind wir für youtube gebaut haben wenn man sich mal unsere lebenssituation anguckt wir sitzen alle viel zu viel im auto in der s-bahn zur arbeit den ganzen tag auf der arbeit dann zurückfahren dann vielleicht noch den fahrstuhl ins fitnessstudio nehmen um sich dann ein gerät zu setzen ich meine hallo dass das leuchtet ja schon irgendwie ein dafür sind wir nicht gemacht die außenwirkung ist teilweise gerade wenn ich mit kunden im studio trainiere ist na quält er dich wieder und ich gucke meinen kunden an und mein kunde strahlt mich mit mit glänzenden augen an und sagt danke nils so wow und drum herum denken die warum macht man das aber das ist genau das gefühl man geht da raus und denkt ja geil davon will ich mehr haben so das ist genau das was sich gut anfühlt und das kriege ich nicht mit klassischem ich setze mich an gerät in gutes training ist unglaublich ehrlich der körper sagt einem sofort wo man steht training total wenn ich mal auf einem bein stehe mal gucke wie bin ich koordinativ drauf der körper gibt einem so eine direkte rückmeldung ob das ob das gerade gut ein für einen ist so viel verschiedene bereiche arbeiten das ist etwas ganz anderes als wenn ich mich an gerätssätze man fängt an sich selber zu fühlen und merkt wo oder arbeitet wieder was und je mehr man da drin ist in diesem bereich desto mehr kriegt man auch bewegungslust und richtig bock auf sport aber da muss man auch erst mal rein finden ich dachte ich fange mal so mit zwei wochen training an um so ein paar tipps zu bekommen die ich dann selber für mich so durchziehen kann und habe dann aber gemerkt wie gut mir das tut und dann hat es mir so ein paar tipps zu bekommen dann hat sich im kopf bei mir was umgestellt dann habe ich gedacht nee das ist jetzt für mich nicht einfach training als ausgleich sondern das war wie so ein ich investiere in mich in meine gesundheit ich habe mich so gut gefühlt und mittlerweile begriffen mein körper kann das aber es ist im kopf und das sind also sachen wo ich gemerkt habe über die reise der letzten jahre und das sind jetzt echt viereinhalb fast fünf jahre ich könnte gar nicht mehr ohne ich möchte auch gar nicht mehr ohne gesundheit passiert ja nicht einfach mit einem das ist ja nicht ich habe jetzt den lotto schein ausgefüllt und ich kriege jetzt ab jetzt sind vierer in gesundheit ja nein es gesundheit ist eine aktive entscheidung und ich muss mich dafür entscheiden zu sagen wo soll meine reise hingehen als mensch mit meinem körper mit meinem gefühl für mich selber möchte ich mich immer nur an diese sechs geräte setzen oder möchte ich auch was machen wobei der körper sagt geil da habe ich richtig bock drauf für mich ist dieser austausch beim sport und diese beziehung und dieses was wir dabei zusammen machen wahnsinnig wichtig und mir tut das richtig gut das ist das entscheidende für mich das ist eine schwer zu beantworten frage ich könnte mir fast vorstellen dass ich eher den sport weglassen würde als den kontakt mit menschen vielleicht ist sport auch auch das das tool um um diese ebene zu meinem kunden zu bekommen und zu merken wow was passiert was passiert im umfeld da habe ich alles weil was sport macht ist die emotion für mich als auch für mein gegenüber die ist total echt das bewegung spaß macht ich meine das ist ja das übergeordnete ziel dass ich gucken möchte dass meine kunden richtig lust auf bewegung bekommen weil dann ist dieses motivationsthema mit ziehe ich mir meine schuhe an geht's laufen mache ich das das steht dann hinten an weil man auf einmal fühlt das tut mir richtig gut meine kunden sind zwischen 14 und 83 jahren und natürlich sind da ganz ganz viele bandbreiten dazwischen das ist halt immer der startpunkt für für etwas besonderes weil wie gesagt es ist es ist immer ein individueller weg es gibt nicht den goldenen weg es gibt nicht dass das maßgeschneiderte konzept für die masse sondern es geht immer um das individuum ein ein Musik Musik Okay, so, wir sind immer noch am technisch ausklamüsern, weil wir es nicht zum Laufen bekommen, aber auch das ist ja nun mal das, wie es momentan ist. Michael, wir sind wieder live. Nö, nö, du bist live. Nils ist noch am auskaspern, wir lassen uns gleich was einfallen. Jetzt kommt ein Bild, Nils, da ist ein Bild, da war ein Bild. Ja, lass es da. Du bist jetzt nur zweimal drin, Achtung, Achtung, Achtung. Oh, Geiß. So, warte mal, MP sorgt jetzt einmal hier gleich für das Bild, das war jetzt sehr laut. Nils, richte mal die Kamera in aller Ruhe aus, du bist jetzt gerade gemutet, du musst dich gleich wieder entmuten, warte aber bitte kurz damit, baue dir mal ein Bild auf, wie es passt. In der Zeit würde ich euch einmal gerne zeigen und ich finde es alles wichtig, das jetzt auch live zu sehen. Das, was wir hier gerade machen, das ist total normal, weil ganz, 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 ganz viele Leute, und das ist total normal, finden es nicht alltäglich, eine Videokonferenz zu machen, einen Stream zu machen oder was auch immer. Insofern muss man sich da einrufen und wenn ihr euch fragt, wie Nils und ich trainieren, ich habe meistens ja auch nur mein Handy dabei. Und ich könnte jetzt irgendwie kompliziert Hangout machen und geile Sachen, aber ich habe das mal aufgezeichnet, wie wir morgens zusammenkommen. Das ist dann 6.30 Uhr und so sieht das dann aus. So, du bist im Fernsehen, Nils, Freitag haben wir uns gesehen, Freitagmorgen, jetzt ist Montag früh, ein Wochenende dazwischen. Genau, und am Freitag haben wir uns gesehen, 6.30 Uhr und haben einmal die Lage besprochen, wie die Einschätzung ist, was jetzt kommt. Freitagmorgen nach unserem Training habe ich alle meine Kunden informiert, was es für möglich ist, wie unser Training jetzt aussehen kann. Weil ich erwarte, dass jetzt Zeit, dass die Kinder so drüben gestorben werden können, wir wahrscheinlich auch bald Hausgangssperre haben werden. Und danach haben sich die Ereignisse überschlagen. Also am Freitagmorgen ging es wirklich los. Eine Meldung nach der nächsten und das alles schon auch, dass wir das Wochenende einmal sacken lassen konnten. Und das passt natürlich jetzt perfekt auch mit den ganzen Nachrichten zusammen. Weil Fitnessstudios sind dicht. Fitnessstudios gibt es nicht mehr. Und es ist eine Extremsituation und das erfordert auch Mut und Lösungen in dieser neuen Situation, damit umzugehen. Und dann ist das auch, natürlich sagen viele Kunden zu mir, Nils, ey, das persönlich, das würde mir total fehlen. Ja, I get it, verstehe ich total. Geht mir auch so. Aber es geht jetzt darum, dass ich meine Kunden schütze, und mich auf der anderen Seite auch nicht als Multiplikator irgendwie sehe, der das dann weitergibt. Es geht um den Schutz der anderen. Ich bin ja in erster Linie nicht derjenige, der Angst um sich selber haben muss, sondern es geht immer um die anderen und um die Solidarität. Du hast ja auch viele ältere Kunden, definitiv. Und wir beide haben das ja schon mal ausprobiert, wenn ich unterwegs war per WhatsApp, wo viele gesagt haben, warum machst du das? Das ist ja ein Personal Trainer. Sag ich aber, das Interessante ist ja, dadurch, dass wir uns so lange kennen, ich brauche ja nur deine Stimme hören und weiß, okay, was machst du, worauf ist es? Und es kommt ja für mich darauf an, dass wir einmal diesen Check-in haben morgens, um in der Routine zu bleiben. Also wir haben ja genug Leute, die jetzt, wie wir auch kennen, der Tim, den du auch kennst, der ja schon im Video war, der war ja Gott sei Dank nicht hier zur Party, weil er gesagt hat, er fühlt sich nicht so. Der hat sich jetzt selbst Quarantäne begeben danach. Und der ist jetzt in richtiger Quarantäne und der sagt halt, du brauchst eine Routine. Du musst irgendwie drin bleiben. Ja. Ja. Insofern, das ist genau der richtige Weg, der gegangen werden muss. Und entscheidend ist, den Schritt vorher schon zu reagieren und nicht erst zu reagieren, wenn es zu spät ist. So ist es. Zweite Runde, Lunch Jams, 20 Stück. Zehn. Ab setzen. Ja. Ja, schön. Super. Okay. Bevor wir die andere Seite machen, zweite Runde Liegestütze. Only this time. Schön weit. Hände richtig weit auseinander. Perfekt. Dass wir richtig schön Länge in die Brust bringen, denopektoralis, dich schön öffnen. So, das war gestern. Also, ihr seht schon, Nils und ich wenden auch eher Ghetto-Methoden an zum Trainieren, weil eben es funktioniert, es klappt problemlos. Wir kennen uns, wir machen die Übungen und wir haben ihn jetzt mal live zugeschaltet und uns interessiert eben, Nils, wie bist du in der Situation? Ah, MP, danke für den Hinweis. Moment, bevor Nils kommt, ein Hinweis, weil ich ein, zwei Kommentare gelesen habe zum Thema, wie sich Covid-19 verbreitet und wie nicht. Tut mir bitte einen Gefallen, wir nutzen den Chat hier, um produktiv Lösungen zu finden rund um die Arbeitswelt und was betroffene Gruppen davon machen, weil wir wollen hier den Laden am Laufen halten. Das ist unser Ziel. Medizinisch sind die Jungs und Mädels, die einen Plan haben, die vom Robert-Koch-Institut, rki.de. Das ist hier weder der Kommentar-Thread dazu, noch der Livestream. Da gibt es einen separaten für, also guckt dort bitte rein und kommt nicht mit irgendwelchen Vorschlägen, was man jetzt zu tun und zu lassen hat medizinisch. Das wissen die vom Robert-Koch-Institut am besten. Jetzt aber zu Nils. Nils, was macht die Lage? Ja, es ist viel Veränderung. Erstmal herzlich vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Seit Freitag haben sich die Ereignisse ja wirklich überschlagen. Wir haben uns morgens noch gesehen und darüber gesprochen, wie es sich jetzt entwickeln wird und dann ging es richtig schnell. Ich habe meine Kunden alle darüber informiert, dass sie schon mal sacken lassen sollen, dass jetzt vermutlich die Schulen und Kitas geschlossen werden und dass wir darüber nachdenken sollten, ob wir via Stream trainieren. Und die Reaktionen, die fallen natürlich auch ganz unterschiedlich aus. Aber ich war froh, auch dich da an meiner Seite zu haben und früh schon selber für mich auch zu erkennen, dass es jetzt genau das, was kommen wird. Und letztendlich sind wir genau an dem Punkt. Und ich habe jetzt mit ungefähr zwei Drittel meiner Kunden angefangen, mit Stream zu arbeiten. Ganz simpel WhatsApp-Video-Call oder über Skype oder sowas. Also es funktioniert. Es ist natürlich erstmal ein bisschen ungewohnt, weil meine Kunden natürlich dieses sehr Persönliche gewohnt sind. Ich natürlich auch und das ist mir auch immer ganz, ganz wichtig. Für mich ist es natürlich auch eine große Umstellung. Aber es ist jetzt genau das, was wir in dieser besonderen Extremsituation machen müssen, weil das ist genau der Schutz, den die gefährdeten Risikogruppen brauchen. Und insofern ist es genau das, was jetzt gemacht werden muss. Und die Reaktion ist ganz unterschiedlich, ganz interessant zu sehen, dass es ein, zwei Leute gibt, bei denen ich gedacht hätte, die sind sofort dabei. Die dann eher sagen, ich bin den ganzen Tag in Videokonferenzen und kann ich mir nicht richtig vorstellen. Und dann aber meine 77-jährige Kundin mit ihrem 84-jährigen Mann sagt, Nils, finde ich klasse, das probieren wir. Und ich dann sage, guck dann bitte, dass dein Mann auch sein Hörgerät drin hat. Also das sind so diese kleinen süßen Details, wo man sich dann abstimmen muss. Aber insgesamt sind die halt alle sehr, sehr dankbar, dass es auch eine Alternative gibt. Weil wir reden ja jetzt nicht über die nächsten zwei, drei Wochen, sondern wir reden über wahrscheinlich die nächsten vier bis sechs Monate. So lange schätzt du das ein? Das ist einfach deine persönliche Meinung, was jetzt kommt? Ja, nicht nur meine persönliche Meinung, sondern das sagt ja unter anderem auch das RKI, wie, dass der Peak eigentlich im Herbst erwartet wird. Ach so, wenn du jetzt selber sagst, okay, wir halten das aufrecht und du möchtest auch die Distanz halten, um auch gerade deine älteren Kunden zu schützen. Genau. Wow. Und das Thema wird ja, es ist ja, was du gestern auch sagtest, das war ja der Beitrag aus dem ZDF, dieser Graph, immer die Abdenkung der Intensivbetten in Korrelation zu den Erkrankungsraten. Und darum geht es ja genau. Und wir können ja nur eine gute medizinische Versorgung gewährleisten, wenn wir niedrige und eine langsame Infektionsrate haben. Also insofern wird das natürlich dadurch auch den Zeitraum lange ziehen. Und dementsprechend ist die Frage, meine Kunden sagen dann auch, oh Nils, ich freue mich, wenn wir wieder am Alsterlauf draußen trainieren und sage ich, ja, ich mich auch total. Aber das ist die Frage, wann das kommen wird. Also ich stelle mich da auf etwas Längeres ein. Wow. Das ist ja, also für dich als, ich sage mal, du bist ja nur wirklich auch vom Typ her, deswegen haben wir den Film vorher gezeigt, dir ist ja der persönliche Kontakt so wichtig. Ich glaube, das kommt da sehr deutlich rüber. Und das zeigt eben auch, dass ein Job, den man wirklich machen will, und du machst ihn ja wirklich mit Passion, sich das einmal komplett auf den Kopf stellt. Michael, jetzt hörst du gespannt zu, hast die Sachen gesehen von der Seitenlinie. Was hast du? Ja, also ich bin, ich habe ja auch einen Personal Trainer. Das habe ich mir auch erst spät, also nicht, natürlich noch deutlich später als du, weil du bist ja viel jünger als ich. Seit drei, vier Jahren. Munir Haffa, ein auch fantastischer Mann, genau wie das Nils ist, der mit mir eben auch one-on-one gearbeitet hat über die letzten Jahre. Wir haben jetzt noch nicht gesprochen, wie wir weitermachen. Also er hat eine eigene Studie, wo man alleine einzeln hingehen kann und könnte. Er ist auch in der Lage, das über Video zu machen. Ich finde das eine schwierige Situation für euch, weil ihr natürlich so eins zu eins darauf angewiesen seid, dass ihr eure Kunden erhaltet. Ich habe fest vor, wenn Munir Lust hat, das zu machen, das auch über Video zu machen. Und da auch natürlich zeige ich genau das selber, ist auch ganz klar. Ich frage mich, was man an eurer Stelle machen kann, um vielleicht für die Zeit danach einen Push zu kriegen. Also kann es vielleicht auch Sinn machen, dass du Videos machst, die du öffentlich bereitstellst, wo du sagst, du machst irgendwie Viertelstunden-Sessions, die du auf deinen Kanälen raushaust, wo du sagst, du verschenkst das mal für ein paar Wochen. Und dann kommen Leute danach vielleicht als Kunden zu. Ich weiß, in anderen Industrien arbeitet man jetzt so, da werden freie Abos verschenkt. Ja, aber es betrügt mich sehr zu sehen, wie viele Menschen wirklich betroffen sind. Und euer Beruf ist betroffen. Und ihr könntet so viel Gutes tun. Und ihr habt ja eigentlich die Chance, mithilfe von Smartphones eigentlich die Leistung zu machen. Klar kannst du dann jetzt nicht beim Mobilisieren helfen zu denen, aber du kannst die Korrekturen ja alle auch verbal durchgehen. Und das finde ich super. Und ich hätte da irgendwie helfen können, dass du dich dann auch pushen. Da bin ich natürlich sofort dabei. Also ich finde es toll, dass du dich heute hier auch zeigst und stellst und darüber redest. Mich würde nochmal interessieren, wie du das so, wie du es auch als Mensch siehst. Also du bist ja nicht nur Trainer, sondern du bist auch normaler Mensch mit Freunden, mit Familie, wie lebst du gerade, wie läuft es bei dir? Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, insgesamt kann man gerade übergreifend jetzt gar nicht nur auf mich bezogen sagen, es ist eine Ausnahmesituation. Und wir müssen alle gucken, wie wir damit umgehen. Also meine Frau ist jetzt zu Hause und das Kind ist zu Hause. Wir müssen uns organisieren. Meine Frau sitzt im Arbeitszimmer. Ich sitze im Wohnzimmer und dann machen wir immer so eine Mischung aus. Der eine arbeitet zwei Stunden. Ich gucke, wann ich meine Termine habe. Dann macht meine Frau die Kinderbetreuung. Dann kümmere ich mich um unseren Sohn. Und es ist gerade echt eine neue Situation. Das ist auch okay. Aber man merkt schon, man muss sich darauf einlassen. Und ich finde, das ist auch gerade eine gesellschaftliche Frage. Wie weit können wir uns als Gesellschaft darauf einlassen? Weil ich habe gefühlt, gibt es die, die sagen, ja, wir wollen eigentlich nicht mehr Repressionen. Und auf der anderen Seite gibt es die, die sagen, ich habe jetzt Homeoffice und die dann ins Straßencafé gehen und Eis essen. Also ich denke, das ist genau das, warum es auch noch mehr Repressionen geben wird. Weil die Isolation untereinander jetzt so unglaublich wichtig ist. Für mich als Trainer kann ich sagen, ich habe jetzt alles gemacht, um selber nicht dazu beizutragen, dass das Virus weiter verbreitet wird. Und dass ich meine Kunden schütze. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Prämisse, die ich habe. Ich habe teilweise welche, die ein geschwächtes Immunsystem haben aufgrund von Vorerkrankungen. Ich habe teilweise auch wirklich ältere Kunden. Das sagte ich eben schon seit Jahren mittlerweile. Und da habe ich ganz früh schon gesagt, wir müssen den Kontakt abbrechen. Es gibt Alternativen, wie wir das machen können. Und da bin ich froh, dass ich da so früh reagiert habe, weil ich einfach wichtig finde, dass ich da auch kein Risiko darstelle. Es geht ja auch darum, dass ich kein Risiko für andere darstelle, mich gleichzeitig aber auch nicht infiziere. Das ist ja genau das System, was wir haben wollen. Ja, für uns als Trainer, die meisten Personal Trainer erreichen das fünfte Jahr Selbstständigkeit nicht, weil sie vorher einfach merken, Existenzängste, sie können nicht richtig davon leben. Und diese Phasen, die habe ich natürlich auch alle hinter mir und die habe ich auch alle durchgemacht. Und ich habe jetzt übernächste Woche, habe ich jetzt mein Zehnjähriges. Und da bin ich auch stolz drauf, weil ich sagen kann, ich habe mir was aufgebaut, was funktioniert. Ich habe sehr, sehr schön auf eine gewisse Art und Weise intimen Kundenkreis, weil ich viele Kunden habe, die ich lange betreue. Und Christoph zum Beispiel, wir trainieren jetzt fünf Jahre, drei Monate und das ist natürlich, wie auch im Video gesagt, das ist ein gemeinsamer Weg, den man zusammen geht und ein sehr, sehr schöner Weg, weil man natürlich miteinander wächst und das total intim ist. Wenn man sich dreimal die Woche morgens sieht und dann auch noch zu so einer speziellen Zeit um 6.30 Uhr, da musste ich mich ja auch erst dran gewöhnen an diese besondere Zeit, weil ich, bevor ich Christoph angefangen habe zu trainieren, konnte ich mir nicht vorstellen, dass man um 6.30 Uhr so leistungsfähig ist. Also, wir unterscheiden uns im Musikgeschmack ein wenig um die Uhrzeit, aber das ist, das ist noch auszudiskutieren. Musikgeschmack. Ja, das ist hin und wieder mal ein Thema bei uns. Ich muss jetzt einmal mit einem Mythos aufräumen, den wir hier bestätigt bekommen. Ich sage nicht, was Christoph mir erzählt, sag mir mal, wie viele Klimmzüge schafft Christoph in einem Workout, in wie viele Sätzen und in wie viel in Summe? Die Zahl war so hoch. Die Zahl war so hoch. Die passt hier nicht auf YouTube. Eigentlich jongliere ich da nicht mit so hohen Zahlen. Aber du hast gesagt, sie würde es dir lieber nicht nennen, weil das allen Leuten hier schlechte Laune macht und wir sofort alle männlichen Zuhörer verlieren. Ich habe gemerkt in meinem Kundenkreis, die Zahl hat enormen Druck aufgebaut. Ja, ich habe ein, zwei Kunden. Bei dir auch. Dann bleiben wir bei den Gerüchten. Pass auf, so können wir das nicht stehen lassen, sonst wird der Chat hier so platt gemacht und alle wollen die so frei wissen. Das ging los, dass ich zu Christoph gesagt habe, komm, pass auf, 20 Klimmzüge. Du machst immer so viele, wie du kannst. Dann kriegst du 30 Sekunden bis 45 Sekunden Pause und dann machst du die nächsten. Und dann sah das so aus, 10, 5, 5. Dann hat er die ersten 20 gemacht und dann haben wir eine Runde Beine gemacht. Das heißt, der Oberkörper konnte sich wieder entspannen. Die Muskulatur, die bei den Klimmzügen beansprucht wird, kriegt ein bisschen Pause. Der Körper kann wieder ein bisschen ATP produzieren. Und dann gab es die nächsten 20. Hat er noch wunderbar gemacht. Dann gab es die nächsten 20. Dann hat er schon 60 Klimmzüge gemacht. Und dann sage ich zu ihm, Christoph, du weißt, was das Problem ist? Ich sage, wir machen noch mal 20. Ich sage, nee, wir machen die 100 heute voll. Boah, Wahnsinn. Und er so, meine Arme. Und da habe ich gesagt, ja, wow, stimmt. Aber ich finde, mit 100 Klimmzügen kann man mal ans Wochenende starten. Ich habe ihn danach mit Rammstein bestraft. Und Christoph ist ja so ein Typ, wenn ich sage, ich will 10 von dir, macht Christoph ja eigentlich chronisch 11. Und der Typ hat das echt fertiggebracht, nicht nur 100 zu machen, sondern hat wirklich 101 Klimmzüge. Ja gut, das war dann einfach. Und das möchte ich dazu sagen. Es ist ein Riesenunterschied zwischen Klimmzug und Klimmzug. Also es gibt die Variante, die sieht gut aus, weil die Leute drumherum denken, boah, der macht aber viele Klimmzüge. Klimmzug ist einmal Königsdisziplin. Das ist eine ganz, ganz schwierige Übung. Und es ist eine Ausnahme, weil es wichtig ist, in die volle Dehnung zu gehen. Weil der Latissimus erst dann richtig arbeitet und richtig voll arbeiten kann, wenn er vorher in die Vordehnung geht und anschließend kontrahiert wird. Das heißt, man lässt sich richtig hängen. Da hat man auch noch einen positiven Effekt für die Wirbelsäule und für die Wirbelkörper, weil wir natürlich auch ein bisschen Länge reinbringen und der Schulternackenbereich entlastet wird. Und erst dann ziehe ich die Schulterblätter nach unten und erst dann kommt eine Bewegung aus dem Arm. Also Klimmzug, nicht gleich Klimmzug. Und Christoph hat wirklich 101 Klimmzug gemacht. Ich habe ihm danach gesagt, Christoph, Chapeau, das hat noch nie jemand gemacht. Da war ich dann etwas sauer, ja. Da gab es dann Rammstein. Einmal nochmal ganz kurzer Hinweis. Und am nächsten Tag hast du mir geschrieben, glaube ich, dass du es ein bisschen in den Beinen merkst, oder? Ja, 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 genau, genau. Also wir haben sehr viel Spaß. Und ihr seht, ein Kommentar, weil einer schreibt, und da möchte ich gleich drauf eingehen, was macht ihr mit Berufsgruppen, die nicht streamen können? Ihr merkt vielleicht auch an Nils, und deswegen war mir das so wichtig, das mal zu teilen, dein Job ist nicht, mit anderen über Videokonferenzen zu trainieren. Dein Job ist nicht Sport. Dein Job sind die Menschen. Dein Job ist der Austausch mit Menschen. Und nur weil die Dienstleistung darüber erfolgen kann, heißt das noch lange nicht, dass du deinen Job machen kannst, so wie du den eigentlich machen willst. Und das ist mir ganz wichtig zu betonen, weil hier, und da können wir gleich nochmal drüber reden, Leute fragen, was machen wir denn mit anderen Gruppen, Reiseveranstalter, Hochzeitsplaner, Masseure und so weiter? Möchte ich gleich nochmal darauf eingehen. Michael, das machen wir vielleicht, bevor wir ins nächste Interview gehen. Nils, ich würde gerne noch zwei Sachen eigentlich machen. Oder eine ist mir besonders wichtig. Jetzt sitzt man zu Hause und vermutlich die nächsten Monate. Und die einen haben einen Trainer, die nächsten haben keinen. Die einen haben Lust auf Sport, die anderen nicht. Ich würde einmal gerne von dir wissen, wie wichtig ist jetzt diese Routine zu entwickeln, auch in dieser Situation, auch für den Kopf. Du bist da immer sehr versiert und sehr klar in deinen Erklärungen. Ich habe immer viel von dir gelernt. Und zweitens, was sind Sachen, drei Dinge, die ich machen kann zu Hause, die ich nicht vergesse, die ich jeden Tag tun kann? Und vielleicht drittens, gibt es irgendwelche Apps, wenn man sich jetzt keinen Trainer leisten kann, wo man sagt, das lohnt sich, da rein zu gehen. Worauf sollte man dann vielleicht achten? Sorry, man sollte nur eine Frage stellen, aber fällt mir gerade ein. Genau, das hatte Michael vorhin auch schon mal so ein bisschen angedeutet. Ich erwarte, dass wir in den nächsten Tagen, ich weiß nicht, wie euer Stand dazu ist, aber ich denke, wir werden eine Ausgangssperre kriegen. Das wird kommen. Das muss auch kommen. Sehe ich auch total positiv, weil das leider die Reaktion darauf ist, dass Menschen jetzt noch so weiter leben, wie vorher teilweise auch. Weil wir uns so ein bisschen spalten. Es gibt die, die die Situation sehr, sehr gut erkannt haben, Rücksicht auf ihre Mitmenschen nehmen. Und es gibt die Leute, die weiter in der S-Bahn sitzen und husten, ohne sich den Arm vor den Mund zu halten. Und im Eiskaffee sitzen unter Menschen oder in München im Biergarten bis vor wenigen Tagen. Das darf nicht sein. Deswegen erwarte ich, dass wir in wenigen Tagen eine Ausgangssperre haben werden in Deutschland. Und dann geht es natürlich auch darum, so ein bisschen zu gucken, dass einem die Decke nicht komplett auf den Kopf fällt. Und da ist das natürlich eine super Möglichkeit. Die meisten Menschen haben ja sogar irgendwie eine kleine Matte zu Hause. Und selbst wenn ich keine Matte habe, ich meine, Matte ist dann wichtig, wenn ich mich auf den Rücken legen will und Übungen in Rückenlage machen möchte. Und sonst kann ich mir sehr, sehr gut einfach bei YouTube ein, zwei Sportvideos raussuchen und einfach mal gucken, worauf habe ich Lust und mich selber auch so ein bisschen reintasten in dieses Thema, was kann ich machen? Was hat mir gut gefallen? Was hat mir nicht gut gefallen? Was passt zu meinem Trainingsstand? Das ist ja immer ganz wichtig, wenn ich mir jetzt als Anfänger in dieser Situation sage, boah, ich muss mich irgendwie bewegen oder mir fällt die Decke auf den Kopf. Sich ein Video rauszusuchen und zu sagen, das teste ich einfach mal, wie das war und ich mir als Anfänger dann gleich so ein High-Intensity-Video raussuche, das muss natürlich nicht das Richtige sein. Sondern da auch gucken, dass man auch für sich selber langsam einsteigt in die Thematik und einfach mal guckt, welcher Schwierigkeitsgrad ist gut. Da gibt es ja mittlerweile alles. Und einfach für sich auch langsam sich da ein bisschen reinzufuchsen. Weil es ist alles da, man muss einfach nur gucken, was ist gerade das Richtige für einen. Was ich halt gemerkt habe, das ist das, was jeder machen kann. Ich kann mir einfach mal ein Video rausholen und einfach mal gucken. Der Mehrwert, den ein Trainer bietet, das ist jetzt bei uns beiden beispielsweise der Fall, du hörst meine Stimme. Wenn ich sage, Christoph, rechtes Handgelenk, bitte ein bisschen achten. Wenn du am Sling-Trainer hängst, du weißt, ich bin jemand, der sehr, sehr genau auf Details achtet. Und das sehe ich auch, wenn ich dich im Video sehe, weil ich dich kenne. Was jetzt nicht Sinn machen würde, wäre neu in dieser Situation, ohne den physischen Kontakt mit einem Trainer anzufangen. Weil diese Erstanamnese zu gucken, wie sind die Schulterblätter, hat jemand ein verstärktes Hohlkreuz, Rückenschmerzen, dieses mal zu gucken, wie ist der Muskeltonus, wie ist im Schulternackenbereich, ist da eine Verspannung vorhanden, so, das fällt ja gerade weg. Und das wäre etwas, was ich mir in der jetzigen Situation nicht via Streaming vorstellen könnte. Deswegen bin ich unter anderem froh, dass ich einfach einen Kundenkreis habe, der mich ausfüllt und wo ich genau weiß, diese Person hat dieses Thema und braucht diese Art von Training von mir. Und das kann ich auch mit Streamen vorbereiten und darauf achten, das funktioniert wunderbar. Aber jetzt einen Kunden neu unter meine Fittiche zu nehmen, der mit einem Thema zu mir kommt, ohne den einmal persönlich zu sehen, mit dem zu sprechen, zu gucken, was für Themen haben wir, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Was machen denn Leute, die bisher keinen Sport gemacht haben, dann um reinzukommen? Also wenn du sagst, gerade Anamnese und aufpassen und gesund bleiben und so weiter, weil du musst ja jetzt auch irgendwas tun, um fit zu bleiben. Ist ja nicht ganz unwichtig. Ja, das stimmt. Ja. Laufen gehen könnte man jetzt noch machen. Laufen ist ja immer nur das eine. Das ist ja, du kennst das Thema von mir. Es geht immer beim Training immer darum, neue Reize zu setzen. Unterschiedliche Reize. Der Manager, der eine Fehlhaltung hat und dann sagt, ich gehe laufen, das ist fast kontraproduktiv. Das ist gut für den Kopf, weil Stresshormone abgebaut werden und auch eine gewisse Form der muskulären Lockerung stattfindet und natürlich, ich werde frei im Kopf. Aber rein muskulär gesehen, wenn es jetzt um den Core-Bereich geht, um die Wirbelsäule, um die Haltung. Wenn ich den ganzen Tag am Rechner sitze, den Ellbogen irgendwie hier vorne habe und tippe und Konferenzen nach unten gucke, das hat alles eine Auswirkung auf den Rücken und auf die Wirbelsäule. Und da muss ich Krafttraining machen. Krafttraining. Ihr wisst das selber, dieses Krafttraining und Fitnessstudios, das hatte bis vor zehn Jahren immer dieses Image von Menschen mit ganz dicken Muskeln. Und das ist ja total überholt. Darum geht es ja überhaupt nicht mehr. Sondern wir gehen immer mehr in die Richtung, gezielt zu trainieren, therapeutisch zu trainieren, weg von nur mit schweren Gewichten und Hypertrophietraining, um nur Muskelaufbau zu machen. Sondern es geht in erster Linie beim Krafttraining darum, gesund zu sein, sich gut zu fühlen, eine gute Spannung zu haben, einen gesunden Rücken zu haben, eine schöne Haltung zu haben, eine gute Präsenz. Und wenn ich nichts anderes mache und nur laufen gehe, dann baue ich die Spannung im Rumpf, die ich brauche, und die Muskulatur tendenziell ab. Das heißt, wenn man mich jetzt fragt, optimaler Trainingsrahmen, Nils, würde ich sagen, einmal die Woche joggen, zweimal Krafttraining. Dadurch, falls das jetzt wegfallen sollte in der Zukunft, ohne da jetzt Angst machen zu wollen, kann ich das aber auch mit einem Video abdecken. Dann suche ich mir ein Video aus, was so aufgebaut ist, dass es immer eine kleine Mischung ist aus ein, zwei Kraftübungen und dann vielleicht ein bisschen was im Kardiobereich, die Knie anzuziehen, so Richtung Mountain Climber oder High Knees, dass man dann so 10, 20, 30 Sekunden hat, wo man ein bisschen was fürs Herz macht, für die Pumpe, dann wieder ein bisschen was Ruhigeres, dass man in verschiedenen Bereichen arbeitet. Es gibt ja so ein paar Parcour-Übungen, wie so Planks, Squats, also die so aus dem funktionalen Bereich kommen. Hast du so ein paar, sagen wir so drei, vier Übungen, wo du sagst, die kann eigentlich jeder machen, da kannst du nichts kaputt machen oder sagst du, nee, lieber lieber nicht hier so auf dem Kanal? Ja. Michael, du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, in zehn Jahren, da habe ich schon einiges gesehen auch, ich würde fast sagen, es gibt keine Übung, die man nicht falsch machen kann, weil Bewegung hat natürlich immer auch was mit Körpergefühl zu tun und es gibt Menschen, die haben ein sehr, sehr gutes Körpergefühl und denen zeigst du eine neue Bewegung und die machen das einfach ganz spielerisch, als wenn sie nie was anderes gemacht haben und dann gibt es Kunden, mit denen trainiere ich ein Jahr intensiv, damit sie eine saubere Kniebeuge können, weil dann natürlich ganz viele Sachen reinkommen, wenn ich vorhin eine leichte X-Beinstellung hatte, wenn ich in der Pronation bin und den Fuß auf der Innenseite immer belaste, dann arbeitet das Knie natürlich auch mit und das sind so Themen, die dann bei einer Kniebeuge total sichtbar werden und dann sehe ich, okay, wir haben hier ein Problem mit der Beinachse, da und da kann ich es nicht halten, dann kann das auch richtig lange dauern, aber generell beim, also Grundtenor, ich kann jede Übung falsch machen. Deswegen ist es auch natürlich ein extremer Mehrwert zu sagen, wenn ich einen Trainer habe, ob jetzt im Fitnessstudio oder einen Personal Trainer, aber der mir sagen kann, hier, so soll das sein, da solltest du nochmal ein bisschen achten, dass du den Fuß ein bisschen mehr auf der Ferse belastest, dann ist das natürlich enorm wichtig, weil das ist der ganz, ganz, ganz große Mehrwert eines persönlichen Trainers, selbst wenn ich sage, ich kann mir das nicht dauerhaft leisten, aber ich möchte jetzt einfach mal vier, fünf Stunden mit einem Trainer machen, dass der mich einmal anguckt und mir sagt, pass auf, das und das sind deine Themen, so und so kannst du daran arbeiten. Insofern, das ist der Mehrwert eines Trainers. Auf deine Frage, Michael, Plank ist eine tolle Übung, da ist dann wichtig zu gucken, da fallen viele Leute ins Hohlkreuz, hängen dann zu sehr durch, da ist es wichtig, den Bauchnabel einzuziehen, das Becken ein bisschen zu kippen und den Bauch einfach richtig schön festzumachen. Wenn ich da so ein bisschen, wenn die Möglichkeit besteht, ist es toll, sowas zum Beispiel vom Spiegel zu machen. Also für diejenigen, die dann sagen, ich gucke mir jetzt ein Video an und habe einen Spiegel zu Hause und lege mir meine Matte so hin, dass ich mich selber mal im Spiegel sehen kann, dann ist das klasse, wenn man dann quasi ein Feedback über den Spiegel bekommt, sieht das jetzt so aus, wie in dem Video, was ich mir gerade angucke. Sonst ist eine tolle Übung, zum Beispiel eine Standwaage, sich auf ein Bein zu stellen, die Arme einfach mal zu strecken, sich nach vorne zu lehnen und einfach mal zu halten, weil da das Bein ganz intensiv arbeitet. Ist auch eine Bewegung, die ich mit Christoph im Video gemacht habe. Da hat er allerdings noch zwei Jonglierbälle jeweils in der Hand gehabt und hat die noch versucht, Druck zu werfen. Also, wenn es jetzt drei Übungen gibt, du hast Plank genannt. Plank ist super für den Rücken. Ausfallschritte sind ganz toll. Das wäre eine Übung, wo ich sagen würde, super, wenn man sich da nicht ganz unwohl mit fühlt, einfach mal genau angucken in einem Video, wo es darauf ankommt. Lunges im Englischen, Ausfallschritt oder Lunge, weil das Besondere da ist, wir haben immer eine Dehnung des Hüftbeugers. Und der Hüftbeuger, der hier vorne am Bein ansetzt, an der Hüfte, an der Leiste, das ist der erste Muskel, der verkürzt, wenn ich sitze. Und wenn man sich überlegt, dass wir sitzen alle zwischen 12 und 15 Stunden am Tag und dann liegen wir auch noch im Bett und schlafen und nehmen während des Schlafens sogar teilweise eine Position ein, die dem Sitzen sehr, sehr nah da kommt, dann ist der Hüftbeuger der erste Muskel, der verkürzt. Und den dehne ich wunderbar beim Ausfallschritt. Verstanden. Das heißt, Plank beispielsweise, Ausfallschritt, Liegestütze, da habe ich schon mal was für die Beine, was für den Rumpf, was für die Brust, was für den Rücken mit drin. Mit den drei Übungen würde man schon mal ziemlich viel abdecken. Cool. Super. Sehr cool. Ja, danke für die Einblicke. Wie gesagt, mir war das wichtig, einmal deine Situation zu teilen. Das kann eben sehr, sehr viele Menschen jetzt so treffen, wie du drin bist. Du gehst da sehr pragmatisch mit um. Dich wird es auch noch länger beschäftigen. Du hast auch Familie, hast ja auch erzählt, auch wie ihr euch einteilt. Und finde ich cool, dass du das hier immer so offen mit rausgehauen hast. Und wie gesagt, sorry, wenn jetzt irgendeiner das Gefühl hatte, das war jetzt zu viel von unserem Traum, aber das war mal der direkteste Zugang, der persönlichste Zugang, authentisch geteilt. Wir beide werden auf jeden Fall weitermachen. Und wenn Bedarf bestehen sollte, würde ich sagen, nehmen wir auch mal Sachen auf in den nächsten Wochen oder teilen auch mal Sachen und animieren dazu, weil ich glaube, wo ich auf jeden Fall dabei bin, jetzt ein paar Wochen wird zu bleiben und dann eine Routine zu finden, um mich durchzudrehen, halte ich für wahnsinnig wichtig. Yes. Cool. Super. Danke, Nils, dass du dabei warst. Dann sehen wir beide uns zum Training morgen, befürchte ich. Die Nächte sind momentan kurz. Die Vorbereitung hier ist noch relativ intensiv. Ich habe MP unterschätzt, der mir sagte, Livestream ist anstrengend und man muss sehr viel dafür machen. Er wird jetzt wahrscheinlich sehr zufrieden, nicken und freut sich gerade. Ich höre einen Lachen da hinten aus der Regie. MP, übrigens nochmal an dich, sag mal, ich habe irgendwie gehört, jetzt wo ihr das Live-Studio aufgebaut habt, ist die Klimmzugstange nicht mehr so richtig zugänglich. Das ist korrekt, ja. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Hier steht leider jetzt, hier stehen so ein paar Bildschirme jetzt leider gerade rum. Du müsstest jetzt einmal nach hinten schalten, das ist das Studio und ich glaube, der Bildschirm, und ich habe mich schon darüber beschwert, ich habe mich schon dafür eingesetzt, das geht gar nicht. Aber die beiden standen hier und hievten die Sachen drauf. Ich konnte es überhaupt nicht verstehen. Aber gut, ich lasse mir was einfallen. Super. Ich bin auch für morgen früh. Sehr schön, Livestream. Danke, dass du dabei warst und liebe Grüße zu Hause. Bis morgen. Vielen, vielen Dank. Ciao. 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 So, Männer. Dreieinhalb Stunden. Ich muss jetzt mal eine Pause machen. Ich muss zumindest auf Toilette. Alter, komm doch nicht mit solchen Sachen. das ist ja wirklich echt so. Kindergeburtstag, meinst du? Vorschlag, pass auf, Vorschlag. Es gab hier einen wirklich wichtigen Kommentar. Und wir machen folgendes. Der Kommentar ist nämlich, was kann man machen für, oh, hier sind jetzt viele Kommentare, die kommen, eben für Berufsgruppen, die nicht streamen können. Reiseveranstalter, Hochzeitsplaner, Masseure und so weiter. Wir haben jetzt noch circa 20 Minuten, bevor wir PwC zuschalten. Zwei der führenden Partner, die beide Managing Director bei PwC sind. Das heißt, wir kriegen einen Einblick in, was macht eine Firma, die man jetzt auch nicht gerade für Remote Work kennt bisher. Wie organisieren die sich? Wie haben die reagiert? Ich finde das so spannend, solche AirSend-Einblicke zu bekommen, die man sonst nicht bekommt, um zu sehen, was kann ich für mich daraus mitnehmen. Zweitens können wir sie fragen zum Thema Arbeitsverträge und so weiter. Ich glaube, auch ein wichtiges Thema. Und bevor die beiden dann kommen, können wir nochmal einmal kurz über diese Fragen sprechen. Was machen die Berufsgruppen, die betroffen sind? Wir machen jetzt ein Break für realistisch 10 Minuten? 12 Minuten? Dann macht ihr eine Uhr rein? Oder ne, wir machen kurz an. einmal im Wie bitte? Fünf vor drei machen wir weiter. Fünf vor drei machen wir weiter. Bis dahin eine ganz kurze Pause. Fünf vor drei wieder hier live im Stream. Ist das okay? Super. Super. Ja, das ist ganz toll. Bis gleich. Vielen Dank. Herzlich willkommen zurück nach einer Pause. Wir haben lange durchgehalten, Michael, heute ohne die Pause. Du machst ja immer dein Intervallfasten. Das kommt dir zugute. Ich habe ehrlich gesagt eine riesen Tüte mit Nüssen hier unten stehen, wo ich zwischendurch nasche. Genau, für die, die sich jetzt zuschalten, mein Name ist Christoph Magnussen, mein Podcast-Kollege Michael Trautmann ist hier vom On Way to New Work Podcast. Wir machen das hier aber eben als zwei, die sich gedacht haben, was machen wir jetzt, um in der Corona-Krise darüber zu sprechen, wie wir die Arbeitswelt am Laufen halten. Denn medizinisch wird etliches getan. Und dafür ist das hier auch nicht der Livestream. Wer sich medizinisch informieren will und da Updates haben möchte, das macht das Robert-Koch-Institut, die Freunde von rki.de. Haben wir hier gerade eingeblendet. Danke an MP, der sitzt hinten in der Regie des Studios improvisiert. Und wir hatten eben in den Kommentaren eine Frage tatsächlich zu dem Thema, was machen eigentlich Berufsgruppen, die nicht so einfach streamen können? Also Hotelbetriebe und so weiter, wo man sagt, man kann eigentlich keinen Stream aufsetzen. Und ich hatte einen Gedanken dazu, den würde ich, bevor unsere beiden nächsten Gäste gleich kommen, einmal kurz loswerden. Wie gesagt, auch Nils, den wir gerade als Personal Trainer da hatten, hat nicht den Job gewählt, dass er eigentlich etwas streamen möchte. Das ist eine Notfalllösung. Die Frage ist, was weiß ich, was kann ich, was ich jetzt über die Distanz vermitteln kann? Also ich sage jetzt einfach mal, ich habe gestern an die Freunde gedacht, die mit uns im Klinker sind, also das Restaurant, wo ich gerne hingehe. Was könnten die jetzt machen? Also was habe ich für eine Chance, quasi für einen Restaurantbetrieb zu machen? Ich kann den nicht aufrechthalten. Ich kann mit Gutscheinen arbeiten. Ich könnte, keine Ahnung, Tipps zum Kochen, Restaurant, was auch immer geben. Also was gibt es mehr, als einfach nur Notkredite zu nehmen? Ja, ich finde, aus dem Gedanken, den du gestern deine Kollegin Katta genannt hast, zu sagen, man verschenkt Gutscheine für Restaurants, kauft Gutscheine für Restaurants. Genauso kann man natürlich jetzt auch schon das Hotel in Österreich, in Italien, in Frankreich, wo man zum Skilaufen vielleicht nächstes Jahr fahren würde, wieder buchen. Wer es sich leisten kann, kann gleich eine Anzahlung machen. Also ich glaube, wir alle haben die Möglichkeit, unseren Beitrag zu geben. Wir können in Restaurants, in die wir uns sonst setzen würden, sagen, wir bestellen etwas zu essen, holen sie es uns ab oder lassen sie es uns bringen. Ich glaube, da gibt es eine große Möglichkeit. Wir werden mit Sicherheit durch diese privaten Initiativen nicht die wirtschaftlichen Probleme dieser Unternehmer, Kleinstunternehmer und Unternehmer lösen können. Dafür, da muss die Politik ran, haben wir ja vorhin drüber gesprochen. Wenn dann die Summen, die da genannt werden, also USA, 850 Milliarden, gestern habe ich mitgenommen, Deutschland 500 Milliarden. Wir haben gleich mit Peter und Benedikt zwei profunde Kenner der Wirtschaftsszene. Ich bin gespannt, ob die jetzt bei PwC auch in diesen Szenarien schon denken, weil die haben ja auch diese Kunden wieder. Wenn die Kunden wegbrechen, ist es auch bei PwC nicht gut. Also ich bin ganz froh, dass wir jetzt aus dem Bereich Unternehmensberatung, Wirtschaftsprüfung und weitere unternehmensnahe Dienstleistung zwei wirkliche Profis haben. Und da können wir mal gucken. Vielleicht haben die auch noch Ideen, was man mit kleinen und mittelständischen Unternehmen machen kann. Wir sind auch beide schon reingeschaltet. Peter haben wir eben schon kurz gesehen und Benedikt, dich habe ich auch schon im Hintergrund gesehen. MP kann einmal rüberschalten zum Screen, denn ihr seid beide da. Perfekt. Hi. Ich bin jetzt gespannt, wie wir das hinkriegen. Hallo. Herzlich willkommen. Richtig stark, dass ihr das möglich macht. Peter Bartels kennt ihr aus dem Podcast. Wir haben eine Folge zusammen aufgenommen, die lohnt sich sehr. Peter ist auch ein Kieler, genau wie Michael und ich. Und wir haben ihn, als wir mit der Initiative gestartet haben, direkt angeschrieben, gefragt, können wir euch mit reinziehen? Und dann sagte er, gerne, ich komme mit meinem Kollegen Benedikt Schmaus rein in den Hangout. Danke, Benedikt, auch, dass du es möglich machst. Es ist eine Live-Schalte, es ist spontan, die Situation ist anders als noch vor einer Woche und uns interessiert sehr, wie ihr die ganze Lage einschätzt. Aber erst mal Frage vorweg, wie geht es euch persönlich als quasi Privatmenschen, aber jetzt auch in der Rolle als Managing Director jeweils bei PwC? Benedikt, fang gerne an. Also, freut mich, hier sein zu können. Es ist eine unglaublich spannende Zeit, natürlich eine mit unglaublich vielen Fragezeichen, jetzt, weil du die private Frage gestellt hast als Familie, Kinder. Ich habe drei Stück, neun bis 15 Jahre, die hier jetzt plötzlich rumschwirren. und spannende Zeiten für die, auch viel Unsicherheit für die, nicht nur Frustrierung, dass ich nicht mit all meinen Freunden spielen kann, sondern wie geht es mit Schule weiter, was heißt das überhaupt für die Gesellschaft? Die Fragen reflektiert man als junger Teenager durchaus schon und für weitere Familien natürlich auch spannende Fragen, wie gehe ich mit Großeltern etc. um und wie verhalte ich mich da, aber wir versuchen, das Beste daraus zu machen und auch New Work mal zu testen, wie das für einen persönlich funktioniert. Und Peter, bei dir? Ja, ich habe das Falle Programm, aber zum Glück nicht von gesundheitlichen Belastungen, sondern dass man sieht, was passiert auf dieser Welt so. Unser älterer Sohn wollte mit seiner Freundin am Wochenende nach Abu Dhabi fahren, haben das in letzter Minute gestrichen. Der Jüngere studiert in Madrid, ist quasi noch am letzten Tag rausgekommen aus Madrid, wo es ja besonders schwer derzeit ist. Meine Mutter mit 85 Jahren ist auf Weltreise mit einem Cruise-Ship seit drei Monaten, wo täglich die Frage ist, werden die jetzt zurückgebracht oder bleiben sie da? Das ist natürlich ganz spannend. Meine Schwiegereltern sind auch in Spanien und ist die Frage, kommen sie da jetzt noch irgendwie raus? Also so ganz spannende Themen, die sich jedem jetzt stellen, die wir eigentlich in jedem Zweig der Familie aktuell haben. Aber das Wichtigste, jeder ist aktuell gesund und da sind wir sehr dankbar. Das ist super. Ich ergänze vielleicht noch einen Punkt. Ich habe die Ehre, im Ehrenamt eine Montessori-Schule mitzuleiten und stelle plötzlich fest, dass man auch da ganz andere Verantwortungen im Ehrenamt bekommt. Und ich glaube, da gibt es vielen Vereinsvorständen vom Tennisverein eben bis zu Schulträgen oder Ähnlichen plötzlich so, dass man in eine ganz andere Verantwortung, nicht nur für seinen wirklichen beruflichen Kontext kommt, sondern auch für seine nähere Gemeinschaft. Und ein ganz wichtiges Thema, dass auch der Teil der Gesellschaft weiter voranläuft. Vielleicht, bevor wir uns jetzt so euren Kunden und der Wirtschaft im Allgemeinen widmen und den Auswirkungen, fangen wir vielleicht mal bei euch als Organisation an. Wie kommuniziert ihr mit euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Wie kommuniziert ihr international? Was gibt es für Initiativen? Was gibt es für Regeln, die ihr euch selbst auferlegt habt? Seid ihr schon voll im Remote-Betrieb? Gibt es noch, also WPP, meine Mutterfirma, unsere Mutterfirma von meiner Agentur Fink, die nennt das Managed Remote Work, also wo man sagt, da überall, wo es geht, machen wir es. Wir halten aber den Betrieb, solange es noch erlaubt ist, auch offen. Wie ist die PwC-Philosophie aktuell? Wie geht ihr damit um? Ja, letzteres ist bei uns in Deutschland der Fall und eigentlich auch nahezu in allen Ländern weltweit, dass wir sagen, Grundregel ist wirklich Homeoffice. Jeder soll grundsätzlich zu Hause bleiben. Im Einzelfall Abstimmung mit unseren Kunden, wo Dinge dringend vor Ort gemacht werden müssen, wollen wir die Kunden auf keinen Fall alleine lassen. Sagen auch, wir wollen uns generell an die Regeln halten, die grundsätzlich unsere Kunden für sich und ihren Betrieb aufstellen. Aber das ist unsere Verantwortung als Arbeitgeber. Wir müssen natürlich gegenchecken, ob die auch mit unserer Policy übereinstimmen, dass hier keine gesundheitlichen Schäden für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter drohen. Aber grundsätzlich, Michael, wie du es beschrieben hast, sagen wir auch grundsätzlich Homeoffice. Benedikt und mich siehst du da jetzt auch. Aber wenn erforderlich, wollen wir auf jeden Fall uns sinnvoll die Kunden unterstützen und auch mit vor Ort besuchen und aufenthalten, wo dann aber sichergestellt sein muss, ist, dass dort die Hygienevorschriften und die anderen Dinge auch eingehalten werden. Wie schnell? Achso, Entschuldigung. Nee, sag erst mal. Ich kann ja Kommunikation, wo noch du? Ich wollte sagen, Thema Kommunikation, habt ihr ja gefragt. Also wir haben im Grunde den Homeoffice-Betrieb jetzt ganz stark seit im Grunde gestern. Das heißt, gestern hatten wir erstmals nahezu 10.000 Mitarbeiter im Homeoffice. Und da geht es dann auch schon los mit Technologie. Funktioniert die Netzbandbreite? Ist das ausreichend? Da kommen dann so praktische Themen plötzlich im Alltag. Hat alles gut geklappt? Große Kommunikation heute Morgen beispielsweise haben wir gemacht. Webcast, wo auch viele tausend Mitarbeiter dabei waren, der dann von unserem CEO und personalverantwortlichen Vorstand letztlich auch von zu Hause vom Homeoffice gesteuert wurden. Also da sehen wir die positiven Seiten der Technologie, dass wir sie nutzen können. Aber es ist ganz wichtig, hier ganz regelmäßig mit den Teams zu kommunizieren. Und da nutzen wir wirklich schon jetzt seit ein, zwei Wochen die technologischen Möglichkeiten sehr, sehr intensiv. Ihr lauft ja schon relativ lange auf Google. Wir beide haben dazu mal ein Video aufgenommen. Und damals hattest du mir in dem Video gesagt, und das fand ich sehr stark, dass die Akzeptanz, ich weiß noch, ich habe dann über Lotus Notes geschmunzelt, was ihr vorher hattet, das war natürlich fies, ich habe es in der Uni benutzt, aber du hast dann auch für dich nicht reingegrinst und er sagtest so, ja, aber wir haben die jüngeren Leute, die das eigentlich, wie nanntest du das, im Reverse-Mentoring quasi machen, die Jüngeren den Älteren beibringen. Wie nutzt ihr jetzt die stärkste Ressource, die ihr habt, die vielen, vielen Leute, um dafür zu sorgen, dass bei euch der Laden weiterläuft? Weil auf der einen Seite habt ihr als die Führungsverantwortlichen eine Verantwortung, aber es gibt ja nun auch die vielen Skills der jungen Leute, die sagen, ich will, ich suche mir eine Lösung, ich finde eine Lösung. Wie bringt ihr das alles zusammen oder so vielen Leuten? Also mal ganz praktisch und dann gebe ich wirklich auch zu Benedikt noch mal rüber. Wir nutzen auch, ich glaube sogar, es ist eine Google-Anwendung, Chat-Funktion, ich sage mal so ein bisschen, das ist ja wie WhatsApp for Business im Grunde. Und dort gibt es eben auch verschiedene Chat-Gruppen nach jeweiligen Interessen und wir haben hier eine Digital Group, da sind 5000 Interessierte registriert. Und wenn du da siehst, da ist immer großer Traffic, wenn du jetzt aber siehst die letzten Tage, was da passiert, also wo gerade die jüngeren Kolleginnen und Kollegen wirklich sagen, ich habe das Thema, wie kann ich das lösen, sei es intern, welche technologischen Möglichkeiten nutzt ihr? Da wird also wirklich sehr Hands-on, praktisch in diesen Gruppen, auch im direkten Austausch, Frage raufgeworfen, Antworten rein, Ideen kreiert. Das ist wirklich super, da brauchst du dich in dem Sinne als Management gar nicht einzuschalten. Da ist unheimlich viel Selbstmotivation und Selbstorganisation. Ich selber hatte letzte Woche jetzt so eine Jamboard Learning Session, wo eine Mitarbeiterin aus dem Team sagte, so, wir wollen jetzt mal was mit Jamboards machen. Mein Kollege, der Benedikt, der schmunzelt dann, weil er sagte, da bist du schon fast Old Style. Ich war stolz drauf, dass ich damit arbeite, mit dem Team. Aber wie läuft das in der Praxis? Also auch das sind die jüngeren Kollegen im Team, die sagten, guck mal, ich habe mich mal umgehört bei anderen Teams, was können wir so nutzen, um jetzt virtuell zu agieren, zusammenzuarbeiten und sagt, ich lade euch ein zu einer Hangout Session, stelle euch das eine Viertelstunde vor und dann könnt ihr auch selber damit wieder arbeiten. Also so läuft es zum Glück bei uns, dass die im Moment sehr motiviert sind und eben wirklich dieses Reverse Mentoring, muss man sagen, auch echt leben. Cool. Ja, die Kollegin sagte eben zu mir, das ist sowas von 2019. Sehr schön. Tatsächlich, dass das, also Cloud-based Collaboration, nennen wir es einfach mal als Technologie-Plattform, egal ob das Google, Microsoft oder was auch immer für eine Plattform ist, tatsächlich normal ist, hat uns, hilft jetzt in der Phase enorm, dass wir komplett nahtlos erstmal weiterarbeiten können mit unseren Kunden, für unsere Kunden und erstmal ist auch prior eines unserer Teams natürlich die Arbeit mit den Kunden umzuschalten jetzt und den Kunden dabei zu helfen und die meisten Projekte sozusagen sind da jetzt in Remote-Setup gegangen und arbeiten ja an großen, wichtigen, strategischen Themen, egal in welcher Branche und die müssen grundsätzlich fortgesetzt werden, auch wenn es die eine oder andere Thematik sicherlich gibt, die hinterfragt wird. Das zweite ist, dass wir unglaublich viele Innovationen, wie Peter es angestürmt hatte, so in Ways of Working jetzt plötzlich kriegen. Also das Explodieren dieser dezentralen Arbeitsweise ist total toll zu beobachten. Man fragt sich ein bisschen, was koordiniert bei so vielen, nicht nur 10.000 Mitarbeitern in Deutschland, sondern mehrere hunderttausend Mitarbeitern weltweit. Aber sowas wie Meeting Best Practices, Remote Etikett, neueste Technologietools, etc. ist sofort als Knowledge Pool verfügbar, diese Kanäle, durch diese jungen Teams vor allen Dingen getrieben. Das ist genial. Und auch neue Produkte werden gerade entwickelt. Also mein Job ist zum Beispiel Teams zusammenbringen, über verschiedene Kompetenzzentren, Silos aufbrechen, häufig in Workshops mit 50 Leuten für drei Tage. Das funktioniert natürlich gerade für keinen Kunden. Aber binnen fünf Tagen haben wir gerade sozusagen ein digitales Produkt eines solchen Modus gefunden, wie man nicht nur Informationen austauscht, sondern wirklich immer noch neue Inhalte zusammen erarbeitet mit echter, menschlichem Dialog, mit Nutzung dieser Tools. Und das ist plötzlich binnen einer Woche mit agilen Arbeitsweisen da. Gibt es da etwas, was ihr teilen könnt, wo du sagst, schau mal, das ist ein guter Hack, wie wir einen Workshop besser gemacht haben. Also ich glaube, das wäre für jeden Dienstleister natürlich momentan spannend, weil, also jetzt mal ganz simpel, wir haben gestern nochmal besprochen, wir trainieren auch. Also wir haben teilweise sehr, sehr große Schulungssessions mit sehr vielen Leuten, manchmal über 100 Stück pro Trainer. Und ich habe da ein paar Sachen geteilt, die ich damals gemacht habe mit zwei Screens. Und so, was sind eure Best Practices für ein virtuelles Meeting, um die Energie im Raum zu halten? Das bringt natürlich alles nichts, wenn man den Computer nicht in die Steckdose steckt. Sehr schön, aber wir hören dich ja noch. Ja. Ihr seht mich aber auch, oder? Ja, jetzt sehen wir dich wieder. Im Moment sehe ich dich im Standbild, aber jetzt sehen wir dich wieder. Ich bin gleich wieder auf dem anderen Kanal da. Alles klar. Ja, ihr seid so gut. Perfekt, guck mal, so schnell, wenn man mal rausliegt. Hast du meine Frage noch gehört? Nein. Okay, meine Frage war, gibt es etwas, was ihr teilen könnt? Weil das wird für sehr viele Dienstleister natürlich eine spannende Frage sein. Also wir trainieren eben auch mit sehr vielen Leuten. Was sind so eure Hacks, die ihr ausprobiert habt, um die Energie im Raum zu halten, wenn es über die Distanz geht? Das würde mich sehr interessieren. Irgendwas, wo ihr sagt, das haben wir jetzt ausprobiert, das haben wir gemacht, das funktioniert gut, das funktioniert nicht, weil ein Workshop den ganzen Tag virtuell ist schon sehr, sehr anstrengend. Ja. Ich lasse mich gerade versuchen, ob ich noch einmal in meinen Kanal komme. Du bist noch unmute. So, jetzt schaltet mich sicher wieder flüssig und seht mich wieder flüssig. Sorry für den kleinen Bug, aber genau. Noch kein Problem. Ja, du, tatsächlich eine Menge und ich erwähne jetzt mal nicht die Standardetikett-Themen wie macht bitte das Video an und den Mute-Button nutzt die fleißig, der Gegenstelle etc., sondern wenn wir mal darüber hinausgehen. Tatsächlich ist, glaube ich, dieses Hauptmindset, was man und die gleichen Fragen wie für den physischen Workshop gelten auch für digitale Interaktionen. Ich glaube, negative Effekte wie Monolog-Präsentationen sind halt hier doppelt schlimm, weil die Leute so schnell weglaufen können. Ja. Gedanklich per E-Mail oder zum Kaffee und positive Sachen muss man doppelt so gut machen, damit sie einen guten Effekt haben. Und das Hauptthema für mich, ich nenne das auf Englisch Exploration, ich glaube, Menschen müssen sich rausfinden mit, durch Einbringen, wirklich ihre eigenen Gedanken etwas selbst erarbeiten, was die Lösung ist für jedes System, das ich habe. Und sprich, für mich ist ein Hack in diesen auch Remote-Sessions, selbst wenn wir es in der Vier-Leute-Variante haben oder auch in der 50-Leute-Variante, dass wir ihnen selbst da die Chance geben, gemeinschaftlich zu arbeiten, Sachen zu entwickeln und nicht nur Informationen aufzusammeln und dann irgendwie weiterzutragen. Ganz operativ, wie geht das in der allereinfachsten Variante? Ich hatte gerade eben einen Drei-Stunden-Call mit einem europäischen 40-Leute-Team, wo wir uns koordiniert haben für alle unsere Experience-Consulting-Aktivitäten. Und das Team hat einen einfachen Hack gemacht. Die haben immer noch eine strukturierte Präsentation im Hintergrund gehabt, dass jeder recht einfach folgen konnte. Aber jede Viertelstunde gab es verschiedene Arten von Reflexionsübungen, fünf oder zehn Minuten Interventionen, ohne Sprechen tatsächlich. Im Zweifel haben wir Spotify im Hintergrund als Mikro gehalten und die Musik gespielt und Leute haben in ein gemeinsames Google-Sheet ein paar Fragen beantwortet. Und du hast von 40 Leuten gesehen, ihre Fragen zum Thema, womit müssen wir jetzt aufhören, was ist eine neue Idee, die ihr jetzt immer habt, was müssen wir machen. Und dann braucht auch nicht jeder zurückpräsentieren im Plenum, sondern man kann als Moderator, der das beobachtet, fünf Leute einzeln aufgehen und sagt, das Thema klingt spannend, was du da geschrieben hast, erzähl mal darüber was. Und das so ein Reportback, das ist etwas, dafür brauche ich keine besondere Technologie, sobald ich irgendwo in der Cloud unterwegs bin. Ich brauche nur diese Idee, lass Leute arbeiten, lass Leute in so einem Modus bringen, zwingen sie gar nicht zum Reden, sondern auch zum Denken. Das ist cool. Und ganz kleine Sache, es gibt viel mehr, aber das ist ein Beispiel. Ja, gut. Also wenn ihr da noch mehr habt in den nächsten Wochen und teilen wollt, wir sagen auch, dass es von euch kommt, Bezug auf die Quelle, aber ich glaube, das könnte hilfreich sein für sehr, sehr viele Unternehmen. Wenn ihr daim. Was mich dann auch noch brennend interessiert, ist, ihr beiden habt ja nicht nur das eigene Unternehmen und die Verantwortung dafür, sondern ich sage mal, eure Kunden müssen ja auch weitermachen können. Wie ist die Lage bei den Kunden? Weil, also ich beobachte da wirklich von bis alles, also ich nenne es teilweise digitale Panik, die jetzt ausbricht. Was ist euer Blick da drauf? Weil, ich sage mal, hilft ja nichts, wenn nur ihr arbeiten könnt als Dienstleister. Eure Kunden müssen ja auch arbeitsfähig bleiben. Wie schätzt ihr die Lage dort ein und was seht ihr? Wenn ich mal kurz anfange, ich glaube, was du sagst, von bis, das ist vollkommen richtig und ganz wichtig ist auch, du weißt ja, ich leite ja den Bereich Familienunternehmen und Mittelstand weltweit, dass man nach meiner Erfahrung jetzt mitnichten sagen kann, die großen Unternehmen sind tendenziell alle technologisch super aufgestellt und jetzt für Collaboration bereit, digital und bei den Kleineren sieht es anders aus. Auch das hat mit Unternehmensgröße gar nicht per se zu tun, sondern wirklich, wie bisher auch die Unternehmenskultur der Zusammenarbeit war und viele jetzt einfach merken, dass sie doch in den vergangenen zwei, drei Jahren das Thema nicht so vorangetrieben haben, wie sie es vielleicht wollten und Benedikt sagte ja, ich fange jetzt nicht an mit den banalen Dingen, jeder soll auch seine Kamera anmachen. Das Erstaunliche ist, du merkst aber in manchen Fällen, dass du wirklich jetzt beim Thema Zusammenarbeit digital bei den Basics anfangen musst. Also zum einen stellen viele, da sind es dann tatsächlich kleineren Unternehmen fest, oh, wir haben gar nicht ausreichend Laptops, damit jetzt überhaupt unsere Mitarbeiter von zu Hause arbeiten können. Da geht es ehrlich gesagt schon los und jetzt treibt man aktuell ausreichend Laptops auf, Sicherheitseinrichtungen mit den IT-Leuten zu machen, die im Moment auch teilweise andere Sorgen haben. Also das ist ein ganz praktisches Thema und ich war jetzt überrascht, also ich bin jetzt seit einer Woche so in dem virtuellen Modus und bin auch viel zugeschaltet zur Aufsichtsratssitzung, Prüfungsausschusssitzung, jetzt endet ja gerade die Saisonabschlussprüfung Jahr 2019 und für uns, wie wir jetzt hier sitzen, ist es völlig normal, hier per Kamera zu interagieren und ich bin ganz überrascht, dass ich dann Aussagen bekomme, auch auf der Kundenseite, dass wenn ich dann frage, ist denn die Kamera an, können Sie mich sehen und kann ich sie sehen, man teilt zwar die Präsentationen, aber dann kommen wirklich auch Aussagen, wo es heißt, naja, jetzt wollen wir ja die Technologie nicht überfordern oder, naja, Telefon reicht doch und dann sind wir bei dem, was du eben gefragt hast, wie kriegst du aber eine Interaktion hin und wir wissen alle, Telefonat drei Stunden ist die Hölle, du bleibst nicht konzentriert, du brauchst diesen visuellen Kontakt, also deshalb würde ich sagen, manche machen es super, aber bei manchen musst du wirklich bei den Basics anfangen, Mut machen und ich glaube auch da müssen wir und andere und können wir auch gut unterstützen, den Damut zu machen, wie sie überhaupt dieses tägliche Arbeiten jetzt bewerkstelligen können. Ich glaube, auf das Thema aufbauend, ich bin echt der Hoffnung schräglich überzeugt, dass wir hier, ich habe gesagt, New Work wirklich jetzt mal zum Leben erwecken, auch mit vielen Unternehmen, Teams, Einzelpersonen, die doch sehr zögerlich waren, die einfach gesagt haben, ist mir zu kompliziert und jetzt werden wir dazu einmal gezwungen und ich glaube, wir werden nachhaltig verändern, wie wir da arbeiten, weil ich mir in x Monaten, wenn es wieder sich normalisiert, plötzlich Verhaltensweisen und Skills angeeignet habe, die es mir erlauben, selbst eine Aufsichtsratssitzung auch mal digital zu machen, wenn es denn notwendig ist und ich glaube, wir werden uns eben fünfmal fragen, ob die Reise wirklich notwendig ist und nicht smarter gemacht werden kann. Das ist für mich einer der positive Aspekte jetzt an der Situation, dass wir wirklich smarter werden, hoffentlich in unseren Arbeitsweisen und auch nachhaltiger tatsächlich dann dabei. Super. Ich würde gerne noch mal mit euch über die wirtschaftlichen Konsequenzen. Ihr habt ja nun auch als großes weltweit führendes Prüfungsinstitut ja natürlich auch sehr gute Einblicke in die finanziellen Situationen eurer Klienten. Ist das, was die Bundesregierung angekündigt hat, das, was Trump in den USA angekündigt hat, sind das Maßnahmen, die aus eurer Sicht und aus eurer Erfahrung greifen werden, schnell greifen werden, ausreichend sind oder steht uns hier noch ein Blutbad bevor, dass wir alle noch gar nicht absehen können? Also jetzt wirst du verstehen, dass ich glaube, man soll auf keinen Fall Panikmache machen, denn das führt definitiv in die falsche Richtung. Man sagt ja, die Hälfte der Wirtschaft ist Psychologie und deshalb glaube ich, sollen wir auch alle sehen, wie kriegen wir jetzt positiv Dinge bereinigt. Man muss da sicher sagen, zu Recht, die Bundesregierung hat das ja so schnell jetzt aufgestellt. Da gibt es gar nichts dran zu mäkeln. Wir haben in der Finanzkrise damals die Bundesregierung auch bei Krisenplänen unterstützt und bis vor zwei Jahren waren wir auch zuständig für die ganze Abwicklung der Bürgschaften, die der Bundes-Hermes-Bürgschaften für Auslandsfinanzierungen gibt. Und deshalb sind wir jetzt auch gerade dabei, wie wir dieses Wissen nutzen können, letztlich auch, um hier wirklich beizutragen für das Thema, wie kommt das Geld, was die Regierung beschlossen hat, bereitzustellen, tatsächlich auch an. Denn das wird ja die Hauptherausforderung sein. Wie kann man jetzt unterstützen, sowohl die Antragsteller, die natürlich gar nicht mit solchen Prozessen vertraut sind, wie komme ich eigentlich an Fördermittel? Und da gibt es eben uns andere Häuser, die da Erfahrung haben. Ich glaube, dass man da helfen kann und wiederum auch, wie kann die Regierung es über die Banken, KfW und andere bewerkstelligen, dass die Mittel fließen. Und ich glaube, da sollten eben auch andere Häuser quasi, können da gut ihre Rolle spielen, dass wir den Transmissionsriemen bilden. Also ich glaube, man muss wirklich positiv sagen, da ist der Wille unbeschränkt da, zu helfen. Und jetzt muss man sehen, wie Intermediäre sich einbringen können, dass ich sage mal, Anbieter und Nachfrager da auch jetzt wirklich zusammenkommen. Super. Ja, danke nochmal. Genau, ich wollte keine Panik machen. Ich frage mich natürlich so ein bisschen Logistik, so eine KfW, die müsste ja eigentlich ihr Personal wahrscheinlich der Zehnfachen jetzt, wie die das von der Geschwindigkeit hinkriegen. Aber das, was der Altmaier gestern in dem Podcast bei Gaber Steingart gesagt hat, ist eben, dass sie die Regularien dramatisch vereinfachen wollen, damit wirklich in Stunden und Tagen gedacht Entscheidungen betroffen werden können. Also ich habe auch das Gefühl, also ich habe bei beiden, sowohl bei Altmaier als auch bei Olaf Scholz, der gestern, die waren hintereinander in dem Podcast, wirklich bei beiden das Gefühl, dass die maximal entschlossen sind. Also Scholz sprach von der Bazooka, die man jetzt in die Hand nehmen müsste und losballern müsste. Und die kleinen Waffen könnte man sich dann für später für Korrekturen aufheben. Das finde ich für so einen SPD-Politiker und ehemaligen Bürgermeister dieser ehrenwerten Kaufmannsstadt hier ein krasses Vokabular, aber er hat es wirklich in einer guten Form gebracht. Ich habe auch das Gefühl, dass da die richtigen... Naja, alle sind jetzt... Sorry, bitte. Ich wollte nur sagen, damals in der Finanzkrise kam ganz schnell, also vor zehn Jahren, das Thema Liquidität. Und die Maßnahmen, die jetzt ja angesprochen worden sind, die zahlen extrem schnell auf dieses Thema ein. Und die Reaktionen, die ich auch bei den Unternehmen bekomme, also zum einen sind sie liquiditätsmäßig, auch eigenkapitalmäßig, deutlich stärker aufgestellt als vor zehn Jahren und man hat wirklich das Vertrauen, man sieht, was die Regierung hier anbietet, dass man sagt, das Thema Liquidität kann gelöst werden. Das nachhaltig schwierige Thema ist dann das Thema Eigenkapital, Schrägstrich Überschuldung, denn auch die Programme, die jetzt aufgesetzt werden, sollen ja erst mal prinzipiell als Kreditprogramme aufgesetzt werden. Das heißt, das ist ja ein einfacher Dreisatz für jedes Unternehmen. Ich kenne meinen monatlichen Umsatz, ich kenne meine monatlichen Kosten. Wenn jetzt ein halber Monatsumsatz oder ganz Monatsumsatz ausfällt, dann weiß man ja relativ schnell, wie habe ich in welchem Umfang negative Ergebnisse und wie viel Eigenkapital ist eigentlich da? Also insofern wird dieses Thema eins sein. Wie sieht es insgesamt mit der Eigenkapitalausstattung finanziell aus? Und da konnte man ja heute auch in der Presse lesen, auch da sollen jetzt die Insolvenzvorschriften gelockert werden, dass nicht innerhalb von drei Monaten letztlich Überschuldung letztlich angemeldet werden muss, sondern das soll ja gestreckt werden auf, ich glaube, stand da aktuelle Überlegungen sechs Monate. Und das sind dann genau die richtigen Maßnahmen, um über diese finanziellen Mechanismen hinwegzukommen. Auf welchen Zeitraum richtet ihr euch ein? Also wenn ich jetzt schon höre, Benedikt, du hast es gerade gesagt, ihr geht ja auf grundlegende Methoden, Veränderung der Arbeitsweise. Auf welchen Zeitraum richtet ihr euch ein? Tatsächlich ist das nicht vorhersehbar. Ich glaube, weder wie lange diese akute Situation aushält, noch was die nachhaltigen Effekte davon sind, also Beispiel Kosten und Ergebnisdruck und wie danach dann mit der Situation umgegangen wird. Und da sind die Effekte, die wir spüren, werden glaube ich sehr lang, wie diese Kurve genau verläuft, wissen wir nicht. Und entsprechend stellen wir uns maximal flexibel drauf ein. Das ist das Wichtigste für uns. Und ich glaube, das muss man auch andere, alle Unternehmen zu aufrufen, jetzt eben gerade nicht zu sagen, ich gehe mal von vier Wochen oder von vier Monaten, beides wird falsch sein, also kann länger oder kürzer sein aus. Aber ich glaube, wichtig ist jetzt wirklich diese Szenariopläne aufzustellen, dass man sagt, was ist denn der Stufenplan? Dass ich sage, man will jetzt nicht mehr reagieren, das ist auch gut, dass man klar für sich definiert, die beiden Themen, die ich eben angesprochen habe, Liquidität und bilanzielle Eigenkapitalausstattung. Welchen Puffer bin ich bereit, wegschmelzen zu lassen und stehe noch halbwegs solide da? Ja, so lange kann man Phase 1 abwarten. Dann sagt man, wenn so ein Triggering-Event kommt, dass man dann sagt, so wann muss ich Phase 2 zünden, aber immer noch unter, um genug Liquidität und Eigenkapital zu haben. Und letztlich dieses Phasenmodell muss im Grunde jedes Unternehmen für sich jetzt wirklich definieren. Wie gesagt, um zu vermeiden, überzureagieren, wenn, was wir alle hoffen, es noch in einem halbwegs überschaubaren Zeitraum vorbei ist, aber umgekehrt genau zu wissen, welche Instrumente habe ich überhaupt, um noch zu reagieren und wann muss ich sie scharf schalten. Das ist super. Tim hat das gestern von der IT-Seite beleuchtet, du jetzt gerade auf den Punkt gebracht, von der strategischen Seite und auch Benedikt, wie du es gesagt hast, auch sich so aufzustellen, dass man das jetzt nutzt, zu flexibilisieren. Die Sachen sind ja da und jetzt an der einen oder anderen Stelle eben sich selber in seiner Haltung etwas aufzulockern, um das zu nutzen, um auch aktiv zu bleiben in so einer Phase, wo man auch erstarren könnte und sagen könnte, okay, ich weiß nicht, was ich tun soll. Also ihr transportiert eine sehr positive, sehr nach vorne gerichtete Haltung und ich glaube, Haltung ist so das Stichwort momentan, was es braucht, um auf der einen Seite Distanz zu halten, aber auf der anderen Seite auch weiter die Richtung zu halten. Das fühlt sich gut an. Ich würde gerne, ich kann das nur unterschreiben, ich würde gerne noch einmal den internationalen Blick wagen. Vielleicht könnt ihr ja auch mit dem Blick in eure internationalen Company da noch was dazu sagen. Wir haben heute die Nachricht gehört, ChinaDaily.com hat heute einen Artikel geschrieben, China's economy returns to normal. Also das Zeichen, dass dort die fast 100 Prozent der großen herstellenden, produzierenden Firmen wieder gestartet haben mit der Produktion. ist ja ein gutes Zeichen. Klar, die Kommunikation daher wird ja auch oft mit Fragezeichen begegnet. Ist das wirklich so? Stimmt das so? Habt ihr einen Blick dahin? Habt ihr ein Gefühl, ob das jetzt da sich normalisiert und kennt ihr die Hintergründe? Also wie können die so schnell wieder auf Normalbetrieb umschalten? Haben die irgendwie einen Weg gefunden, wie sie die Alten besser isolieren? Weil das wird ja da auch ein Problem sein, dass man einfach die Kurve niedrig halten will. Also gibt es da irgendwie Erkenntnisse schon bei euch aus der Organisation? Also wir sehen nur, bezogen auf unsere eigene Organisation, sind ja auch ein großes Unternehmen. Da können wir sagen, wir sind noch nicht auf 100 Prozent, aber ganz deutlich wird auch da hochgefahren. Also viele Offices sind schon wieder in Vollbesetzung, andere noch nicht. Die fahren quasi peu a peu hoch. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wo wirklich, wie viele Infektionen waren und wie, jetzt sage ich auch mal, wie mutig man ist. Es gibt ja auch in China weiter Aussagen, es geht jetzt klar zurück, aber keiner weiß, ob da nicht vielleicht doch noch mal vom Virus her nachgelegt wird, was schlimm wäre für alle. Aber es wird ganz, ganz deutlich hochgefahren. Insofern kann man sagen, dieser Weg back to normal auf jeden Fall. Ist man schon wieder voll da? Nein. Die Einbußen in den ersten zwei Monaten, auch gerade gestern Abend kamen, die Wirtschaftszahlen, die veröffentlicht worden sind, die sind heftig, deutlicher als man meinte. Aber es ist wiederum gut zu sehen vom Zeitraffer, dass man sagt, das waren jetzt sechs, sieben Wochen, wo man eine Chance hat, dann auch bei konsequenten Maßnahmen, die ja jetzt hier auch in Deutschland umgesetzt wurden, wieder hochzufahren. Das ist auf jeden Fall gut. Ich wollte noch, wenn ich darf, ein Wort auch zu erhalten sagen. Ich glaube im Moment, ihr sagt, ihr erlebt uns positiv, das sind wir auch. Ich erwähnte vorhin den Chat, die wir hier, ich halte gerade wieder mein iPhone, wo ich es immer verfolgen kann, wie die Mitarbeiter sich austauschen, dass sie auch sagen, komm, wir sind viel im Homeoffice, realistisch ist man da vielleicht ein, zwei Wochen unter Dampf, dann wird es ein bisschen vielleicht auch mal weniger, wo schon überlegt wird, was können wir mit den Stunden dann auch machen und sie sinnvoll gesellschaftlich für Kunden sonst wie einsetzen, was sehr positiv ist. Ich glaube aber, man muss auch realistisch sagen und appellieren, dass alle auch die Haltung längerfristig bewahren und da meine ich wirklich ganz allgemein Arbeitgeber, Arbeitnehmerseite. Ihr habt vorhin gefragt, welche Instrumente gibt es? Wenn es länger gehen sollte, dann werden natürlich Fragen kommen, wie baut man Überstunden ab? Wie wird Urlaubsregelung genutzt? Und ich glaube, da wird von beiden Seiten dann ganz viel Solidarität auch erforderlich sein, um die Unternehmenssubstanz zu schützen. Dass man jetzt sagt, alles was wir hören, ist die Bereitschaft der Unternehmen, unheimlich hoch zu sagen, wir wollen Personal definitiv halten. Wir haben eher zu wenig in Deutschland als zu viel. Da ist ein hohes, hohes Commitment auf Arbeitgeberseite. Und ich hoffe, dass man sich auch wirklich zusammenrauft und sagt, man kriegt auch, und da sind alle Anzeichen, da auch Flexibilität auf der Arbeitnehmerseite, gerade was dann eben so Flexibilisierung der Arbeitszeit angeht, dass man das vernünftig verarbeitet bekommt. Sehr schön. Papa, schönes Zeichen. Definitiv. Also vielen, vielen Dank für die Einblicke. Das war sehr wertvoll. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Das war super spontan, euch beide angefragt. Danke für euer Vertrauen, dass ihr das so teilt. Und wir bleiben im lockeren Austausch, wie wir es auch immer schon sind, wenn es irgendwelche guten Hacks gibt, wo ihr sagt, hey, wir haben was ausprobiert, dann rufe ich euch auf, macht ein kurzes Video dazu, kurz mit dem Handy, schickt es rüber und wir bauen das als Einspieler rein. Ich glaube, jeder hat momentan die Verständnis für die Qualität, aber solche Hacks sind wertvoll. Wir verweisen dann auch auf PwC, wer dann bei so einem Laden arbeiten möchte, dann gerne. Aber ich glaube, das ist einfach jetzt momentan wertvoll in der Phase, ihr seht so viel, ihr macht so viel. Das wäre ein großes Geschenk. Und das war jetzt auch schon ein großes Geschenk hier, das zu teilen. Also ganz, ganz vielen Dank dafür. Ja, vielen Dank an euch. Alles Gute. Und zu eurer guten Idee, so eine Session wirklich zu machen, da jetzt mal zu starten, die Leute in die Diskussion und uns ins Überlegen zu bringen. Lieben Dank, auch, dass ihr uns dazu geholt habt. Cool. Und viel Erfolg. Auf meiner Seite. Danke, ihr beiden. Ciao, macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao. Ja, wow, Michael, wir streamen seit über, ich hab die Zeit aus dem Blick verloren. Vier und halb. Vier und halb. Vier und halb Stunden. Vier und halb Stunden. Ich bin, jetzt muss ich mal ein Stück Schokolade essen, Leute. Das war gerade noch mal sehr, sehr hilfreich. Wir haben jetzt von Personal Trainer über Bundestag, über PwC, internationaler Konzern, mal Einblicke gehabt, was mir gut gefällt. Ich merke, alle sind ruhig, besonnen, aber sehr klar, wie ernst die Lage ist. Das finde ich wichtig, noch mal zu betonen. Wir hatten heute den Punkt mit dem Social Distancing umgedreht in Distance Socializing, was ich großartig finde, den Hashtag ist großartig. Deine Top 5 waren sehr hilfreich. Für mich ein hilfreicher Tag. Also ich hab für die Phase jetzt einiges mitgenommen. Ja, ich würde gerne das letzte Gespräch auch noch mal nachreflektieren. Ich kenne Peter ja schon viele, viele Jahre vom gemeinsamen Sport und Peter gehört zu den Menschen, wo mein Pulsschlag automatisch fünf Schläge runtergeht, wenn die den Raum betreten, weil der so eine Souveränität, Humbleness und gleichzeitig Kompetenz miteinander verbindet. Und das hoffe ich, dass das rüberkommt, auch jetzt bei unseren Hörern und Hörern oder Zuschauerinnen und Zuschauer. Und freuen wir uns natürlich weiter über Feedback, ob wir hier auf dem richtigen Weg sind. Ich habe jetzt schon mal von einem Feedback gesagt, dass wir beim Sport ein bisschen zu lang gewesen sind. Das ist auch super, wenn ihr das schreibt. Also macht es genau so. Wir machen das für euch. Auch für uns, klar, weil wir beschäftigt werden wollen und müssen. Aber wir machen es im Wesentlichen für die Community, die hier entsteht und in unserem Podcast schon am Entstehen war. Also immer Feedback geben, das freut uns gigantisch. Einfach nur nochmal der Hinweis, ganz klar, Leute, das Ding ist in Stunden aus dem Boden gestampft. Fernsehstudios, Setup, Gäste. Wir wägen gut ab, wen wir reinnehmen, warum wir Sachen teilen. Bestimmte Sachen sind uns wichtig. Wir werden auch nochmal einen Ausblick zu morgen geben. Das ist alles gefreestyled. Die Lage ändert sich stündlich. Wir wollen positiv bleiben. Wir wollen Sachen zeigen und rausgeben. und wir sehen einfach zu viele Headlines, die immer nur Wahnsinnsmeldungen liefern. Uns geht es darum, jetzt zu zeigen, okay, was geht es drumherum, was passiert drumherum. Ja, aber Hinweise, immer her damit. Alles, was konstruktiv ist, immer her. Ja. Männer. MP. Was macht die Regie? Der chillt da hinten den ganzen Tag. Weißt du, Füße hoch. Ich sehe die Füße schon über dem Tisch. Also der ist da wirklich wild am editieren. MP, danke, mega Job. Das Nudelwasser hat es bisher nicht gegeben. Das heißt, ich habe mich mit Nüssen ernährt. Ist aber okay. Ich lebe noch. Ich gebe den Hinweis. Wir haben ein Hashtag seit gestern. Ihr habt gebotet für den Hashtag CSR für Corona Situation Room live. CSR live unter dem Hashtag. Teilt doch bitte mal Fotos, Bilder, Storys aus dem Homeoffice, damit wir für morgen Sachen haben, die wir sammeln können hier aus der Community. Was fällt mir noch ein? Wir haben einen Mega-Podcast gestern noch veröffentlicht. Das geht ein bisschen unter. Wir hatten den DGB-Präsidenten Rainer Hoffmann im Podcast. Da lohnt es sich reinzuhören. Das war weit vor der Corona-Krise. Wir funken Rainer die Woche an, ob wir ihn auch nochmal reinnehmen. Das habe ich vergessen. Das mache ich jetzt gleich hier nach. Finde ich wichtig. Ob er Lust hätte, was zu sagen. Was habe ich noch vergessen? Morgen. Ausblick. Moment, Moment. Der Ausblick für morgen. Also das, was bisher geplant ist, wie gesagt, es ändert sich alles stündlich. Digitale Bildung. Wir werden da nochmal reingehen mit Verena Pauster. Die schaltet sich morgen um elf zu. Die hat nämlich selber Kids, die am Lernen sind. Und wir wollen Verena fragen, die selber Unternehmerin in dem Bereich ist. Was gibt es für Plattformen? Was ist sinnvoll? Wie ist das Setup? Also das nochmal ganz, ganz, ganz konkret. Wer Kinder hat, Jugendliche, unbedingt reinschalten. Verena ist toll. Und die wird auch ihre Meinung zur Situation haben. Und danach widmen wir uns dem Thema Homeoffice und Familie aus verschiedensten Perspektiven mit einer Psychologin, die wir beide gut kennen. Das kläre ich aber gleich noch, ob das technisch alles läuft. Wir werden einen Familienvater zuschalten mit sehr vielen Kindern, die jetzt gerade in einem Land leben, wo die Lage ernster wird. Ich würde gerne versuchen, Michael, morgen mal eine Schalte nach Italien zu machen. Wir haben Kontakte dort. Das sollten wir nochmal bemühen. Also das wird so rund, grob das Thema sein. Aber denkt dran, alles gefreestylt. Jetzt beginnt unser Job nebenbei. Ich habe mal Hedikates und wir haben noch morgen vorzubereiten und eine Firma zu führen. Ja, genau. Wir werden morgen, kann man ja schon mal sagen, voraussichtlich dann eher so bis kurz vor drei machen. Aber wieder von elf Uhr an, also als heute, bis gestern. Ich habe ja auch nochmal angeboten, dass wir meine beiden Söhne, die jetzt gerade digital studieren dazu und passt ja auch ganz gut zum Familienthema. Wir haben mit der Katharina Form morgen jemand, eine Mutter und auch Working Mom im doppelten Sinne, also nicht nur als Mutter arbeiten, sondern auch noch Job da eben, die sich eben auch fragt, was kann ich machen, dass meine Kinder nicht den ganzen Tag rumdaddeln, die also jetzt angefangen haben, Sportvideos zu produzieren für die Kinder mit einem ganz lustigen Ansatz. Die haben wir auch kurz drin. Also das Programm morgen und ich finde es schön, dass du nochmal aufgerufen hast, jetzt Storys, Ideen, nette Sachen zu posten mit unserem Hashtag, dass wir hier immer auch Content reinbringen von unseren Zuhörern und Zuschauerinnen und Zuschauern. Wunderbar. Und damit wir bleiben noch kurz in unserem Chat, damit wir ein bisschen nochmal Housekeeping machen für morgen und genau. Danke, dass ihr dabei seid, danke, dass ihr so viel kommentiert und schaltet morgen wieder ein, teilt den Link und lasst uns versuchen, hier den Laden am Laufen zu halten. Das ist das Ziel. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.